Na Leute, wie ist das? Wunderschönen guten Abend. Willkommen hier live auf Twitch mit Age of Wonders 4. Ich freue mich sehr darauf. Heute Abend live auf Twitch, 17. Mai 2023, Age of Wonders 4. Multiplayer-Event unter anderem mit mir, mit WB, mit Writing Bull, mit Mr. Mub und Ranger, den beiden Organisatoren, mit Maurice Weber, mit Steinwallen, mit Strategie-Eckern. Sechs Stunden über den Daumen. Viel Vergnügen, viel Spaß. Ich zeichne auf YouTube, dort läuft das Ganze dann auch gleich. Und wir wechseln gleich einmal live rüber auf den Discord, wo die Damen und Herren Kollegen im Gespräch wahrscheinlich schon sind. Im Hintergrund seht ihr Hekate Blutmutter, die Anführerin unter unserer Gothlins, des diabolischen, dunklen, bösen, teuflischen und hoffentlich auch erfolgreichen und ein bisschen blutverschmierten Volkes das wir gleich ins Multiplayer-Gefecht reinführen werden. Euch allen viel Spaß. Wie immer der Hinweis, rund um dieses Event einen kurzen Zeitraum lang noch läuft, gibt es einen Community-Gutschein-Code, den ich da habe bei Gamesplanet zu Age of Wonders. Du hast vier Infos darauf, posten gerne die Chat-Mods für euch auf YouTube direkt hier drunter. Aber jetzt gehen wir da erstmal schauen auf Discord drüber, was die Kollegen dort so alles machen. Dann drücke ich auf Spiel starten, wenn alle bereit sind. Ist die erste Runde schon mit Timer oder ist die erste Runde der Esma? Ist direkt ab der ersten Runde Timer. Oh, echt? Dann müssen wir sofort loslegen, dann haben wir keine Zeit, ja. Viel Spaß euch allen. Viel Glück, würde ich sagen, aber ich will gewinnen, deswegen seid dabei. Soweit sein ist alles. Soweit sein ist alles. Du kannst ja vielleicht die Gelegenheit nutzen, um auch die Regeln nochmal allen Zuschauern ins Gedächtnis zu rufen oder zu erklären. Das ist der Zeimer. Ja. Jetzt, wo der Zeimer losgeht, ja. Ich habe übrigens auf Schnellbewegung geklickt, würde ich auf euch auch rasen. Schnellbewegung und Schnellkampf habt ihr auch, ne? Ne, habe ich nicht. Kannst du immer noch machen. Ich bin doch wieder so fair und sportlich. Ich bin unfassbar. Ja, wirklich. Ein Held. Ja, das ist eigentlich raus aus dem Roleplay, weil ich spiele die Dunklen. Hör mal, Stefan, lass bitte alles bei der manuellen Bewegung. Ich bin komplett aus der Rolle gefallen, entschuldige bitte. Wo mache ich das denn? Ich finde es gar nicht. Das sage ich jetzt nicht. Das geht nicht. Ich spiele die Dunklen und die Bösen. Geht einfach nicht. Schnelle Kampfanimationen erzwingen, weil das ist, glaube ich, nur der Kampf, ne? Ja, das ist nur der Kampf, ja. Ja, am Anfang ist es jetzt auch noch nicht so wichtig. Ich weiß nicht, ob die standardmäßig jetzt bei allen drin sind. Was ist jetzt standardmäßig bei allen drin? Die schnellen Kampfanimationen. Na, es ging um die Bewegung. Genau, Bewegung und Kampf auch. Okay, also ich habe es tatsächlich geschafft. Sieht man irgendwo den Timer? Ja, unten rechts. Unten rechts, ja, Tatsache, hier sieht man ihn. So, hier in dem Spiel kommt man doch Atombombe bauen. Da habe ich mich doch jetzt nicht vertan, oder? Richtig, genau. Ja, okay. Aber erst nach den Raketen. Ja, klar. Und den Sacken. Wenn meine Spezies fertig ist, dann habe ich sowas wie Atombomben. Ja, ich ziehe friedlich aus. So, ich versuche mal ganz kurz. Ja, es klappt. Die können, glaube ich, mich nicht hören, aber ihr hört mich jetzt nur. Unten rechts seht ihr den Timer. Der tickert runter. Wir haben einen Runden-Timer halt eingestellt. Und als Bedingungen, schnelle Spielgeschwindigkeit, glaube ich. Und auf einem Zufallskarten-Skript sind wir drin. Oh, sind wir schon eine Runde weiter? Nein, das wurde gerade... Achso, ich habe beschleunigt. Jetzt ist... Was ist denn jetzt los? Jetzt kann ich kein weiteres Gebäude einstellen. Das ist ja... Das ist kein Geld für nichts mehr da. Alles klar. Und ja, wünsche euch allen viel Spaß hier. Scheint ja alles zu klappen mit dem Runden-Timer. Habt ihr gut hinbekommen bei der Überlegung. Ja. Ihr seid alle so stumm und still. Daraus vermute ich hochkonzentriert, oder? Mich überfordert der Timer gerade. Aber nur minimal. Timer ist halt immer so eine Stressangelegenheit. Ich bin etwas erfreut, dass meine Hauptstadt wurde Sublime genannt. Was, finde ich, sehr dafür spricht, dass ich nichts Böses beabsichtige und einfach nur subtil das Gute in die Welt bringen will. Also ich stelle fest, das Programm hängt an der einen oder anderen Stelle bisweilen. Also, wenn man auf irgendwas klickt... Wenn Kampf ist. Nee, bei mir auch ohne Kampf, komischerweise. Ja, wenn ein anderer kämpft vielleicht. Genau. Ja, ja, das ist so. Bei den anderen Spielerentscheidungen habe ich auch gerade. Genau. Das ist normal. Genau, das ist ähnlich wie bei Warhammer 3. Wenn jemand gerade kämpft, dann können wir meistens nichts machen. Ah, okay. Kämpft in einer von euch schon? Die gerade letzte Unterbrechung war meine Schuld, ja. Unfassbar. Aha. Das nehme ich auf meine Kappe. Dann müssen wir hier schon mal kollektiv darüber abstimmen, ob wir dich jetzt rausschmeißen. Oh. Muss ich aber warten hier. Ja. Man kann auch derweil nicht ein Aufleveln bestätigen oder so. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Ja, das ist genau dasselbe Problem wie bei Warhammer 3. Wenn man mit mehr Leuten spielt, dann wird es halt immer häufiger. Ja, und dann wird es halt immer wirklich lästig. Ach, den kann ich doch bewegen. Warum sagt mir das denn keiner von euch? Ja, er hat das jetzt. Okay. Weil wir dir nicht zugucken. Ach so. Ich würde dir gerne zugucken. Ja, zähl mal Ranger. Ja. Zähl deine Geheimnisse. Zähl deine drei Armeen. Berichte. Ranger, berichte deine Geheimnisse, auch die schmutzigen. Meine Hauptstadt heißt Spitze des Trosts. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Zukunftsversion ist. Ich finde eigentlich den Namen meiner Hauptstadt, den das Spiel gewählt hat, jetzt schon episch. Zunderhorst. Oh. Den lasse ich direkt so. Das finde ich gut. Chat wird gefragt, ob wir taktische Schlachten sehen werden. Die Antwort ist ein klares Nein in der Regel. Wir machen fast alles manuell. Es gibt auch Probleme bei Synchronisationsproblemen hier im Spiel, wenn man das macht. Und aus dem wollen wir auch zügig vorankommen. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, in der Regel alle Kämpfe automatisch auszutragen. Ich habe gerade Imperium ausgegeben, um mich ein bisschen zu beschleunigen, damit ich schnell eine Provinz habe. Ein Scout ist links unterwegs. Nichts, ein zweiter Scout entsteht gerade. Natürlich gespeichert. Die Stadt gerade umbenennen in ein Wort, das ich nicht sagen darf. Aber ich habe es ja nicht gesagt. Ich habe es nur... Aber er macht es nicht. Ich kann nichts umbenennen. Das ist dann wirklich wieder so ein... Also, wenn wieder auf irgendwas gewartet wird, dann geht es halt nicht. Das ist bitter. So früh eine Einheit schon zu verlieren. Das ist echt krass. Obwohl ich Zauber aktiviert hatte. Einen Ring haben wir bekommen. Den holen wir uns mit dazu. Den Ring der Verborgenheit. Für unsere ekkarte Blutmutter hätte ich natürlich einen... Hoppla, warum geht es nicht? Wahrscheinlich wieder irgendwo ein Kampf. Das ist ja nicht zu fassen. Universe Alternung. Jetzt ist er da. Ist der auch so dumm gelaufen wie bei mir? Der erste Kampf? Nö, der lief gut. Bei mir lief er gut tatsächlich. Der erste. Also bei mir lief er gut. Aber ich habe halt auch von Anfang an schon eine Fullstack. Und drei. Also bei mir sind es ja, weil ich ja fleißig bin, sehr robuste Truppen. Darf man nicht vergessen. So, wir haben wir hier kennengelernt. Einen neuen Stadtstart. Den schauen wir uns einmal an. Die verstehen sich mit uns halbwegs positiv. Denen geben wir mal einen Flüsterstein. Gucken dann mal, wie es weitergeht hier. Damit könnte eventuell unser Stadtstart hier werden. Irgendwann dann mal. Und das ist ein zweiter Scout. Und den schicken wir. Können wir die Straße hier oben lang schicken zum Beispiel. Könnte auch sein, dass hier links irgendwas ist. Schwer zu sagen. Wir ziehen einmal hier rauf. Von auch, dass ich diese verwundbare Magier-Einheit gewiss in die Frontlinie stelle. Ich weiß, was du meinst. Wir haben bei uns auch schon über das. Also ich nenne es immer das Triple V. Das ist eine Spezialanheit, die wir uns holen können mit Seelen. Das ist eine extra Ressource, die wir haben. Die bekommen wir durch den Kampf zum Beispiel. Kostet Mana als Unterhalt und kommt nicht in den normalen Bau rein. Kostet kein Geld. Das ist ganz praktisch. Die KI kriegt es anscheinend nicht hin. Es gibt Armee-Zusammensetzungen für Autokampf und für manuellen Kampf. Die habe ich natürlich alle schon studiert. Ich habe auch schon Guides darüber geschrieben. Ich weiß auch alles über das Spiel. Du bist der Guide, Ranger. Ich? Ja klar. Also ich will nicht angeben, aber ich weiß tatsächlich, wie man in dem Spiel die Enzyklopädie öffnet. Tatsächlich. Wow. Ja. Ich bin beeindruckt von dir. Ich habe es gerade eben vorgemacht. So, wieder ein Volk kennengelernt. Eine freie Stadt. Ja, das ist sogar noch ein bisschen positiver. Die können wir eher zum Vasallen machen. Wir nehmen ihn hier oben den Flüsterstein wieder weg. Das kommt auf an, wie fit die sind. Ich reite mit denen einmal nach unten runter und gucke mir die mal aus der Nähe an. Schwer zu sagen. Also, fitte Städte wollen wir selber claimen. Und erobern und Städte, die so gehen. Ganz schwer zu sagen, welche Stadt die die bessere ist. Kann ich so nicht sagen. Wir lassen den nochmal einen Moment in Flüsterstein. Sind hier vorne wieder unterwegs. Ein Skelett haben wir uns geholt. Packen noch ein zweites dazu. Jetzt können wir oben weiter kämpfen. Also, mit dem Limit hier vorne komme ich eigentlich bislang ganz vernünftig klar eigentlich. Mit dem Zeitlimit. Das ist noch nicht so schlimm hier. Und wir suchen natürlich einen Platz, wo wir eine zweite Stadt gründen können. Also, ich weiß es nicht. An dem ist ja auch nichts dran. Ja, deswegen heiße ich auch Nager, weil du dran nagen musst. Stimmt, da kommt das her. Wow. Boah, ich habe eigentlich mal einen Flachwitz gelegt. Ranger, bist du stolz auf mich? Du färbst ab. Das ist eine coole Stufe 2. Einer hat die erste, die wir uns holen könnten. Eine neue Provinz kommt dazu. Nach dem Lagerhaus bauen wir als nächstes einen Steinmetzer. Wir brauchen sowohl mehr Nahrung als auch mehr Produktion. Wir haben eine Farm. Bauen wir noch eine Farm, können wir uns das hier verlau holen. Da haben wir auch mehr Nahrung. Gehen wir hier ran. Hat ein schnelles Spiel eingestellt ist und dadurch halt absichtlich es wahrscheinlich nicht so ewig dauern soll, nehme ich mal an. Nee, das sind unterschiedliche Faktoren. Die Kartengröße und die... Warte mal, muss ich hier selber nochmal nachgucken. In deinem Guide. In meinem Guide, genau. Bin nur quasi ein wenig... Ich finde immer... Ich habe immer noch in diesem Spiel nicht so raus, wie viele Städte man gründen soll und wie weit Abstand und so. Weil man ja eigentlich... Immer, immer... Der Instinkt des VX-Spielers ist ja so viel wie möglich, so schnell wie möglich. Aber in dem Spiel habe ich das Gefühl teilweise gar nicht unbedingt. Also es macht schon Sinn, mehrere Städte zu haben, habe ich den Eindruck. Aber ich weiß, was du meinst. Also teilweise ist es einfach nur wichtig, dass man wirklich ein oder zwei richtig gute Städte hat. Ja. Ist so mein Eindruck. Oh, jetzt habe ich eine Einheit verloren. So schön. Es tut uns sehr leid. Wir sind tief betroffen. Ich bin sicher. Ja, ich merke es. Sag gerne wo und dann komme ich vorbei. Wir sammeln nämlich Seelen für Spezialeinheiten. Nein, da baue ich lieber eine Seelsorgerin, um auf das sowas nie wieder passiert. Hör mal, das war kein Flachwitz. Das war echt witzig. Also auf gehobenem Niveau. Das war echt gut. Kompliment. Es war bislang der beste Spruch des heutigen Abends. Ich soll mal so eine Art Wandertrophäe einrichten, die immer derjenige bekommen, der den bislang besten Gag gelandet hat. Das finde ich gar keine so schlechte Idee tatsächlich. Ja, du würdest die tragen. Ja. Und du müsstest auch selber bestimmen, wer die danach von dir bekommt. Du dürftest sie dir nicht selber nochmal geben. Sie, das verstehe ich. Etwas Geistreicheres sagt, als das, was du gerade gesagt hast. Dem überreichst du dann freilich die Trophäe. Die Trophäe. Das ist gar nicht so leicht. Aber ich glaube an euch. Ja, wir glauben auch an dich, dass du überhaupt irgendjemanden für so wertvoll achtest, in seinem Urteil wie dich selber. Ja, aber dann habe ich meine Zwischenfrage. Also, was ist, wenn Maurice dann gar nicht der Meinung ist, dass überhaupt ein besserer Spruch gekommen ist? Das ist ein Chaos Spelly. Okay, gut. So einfach. Okay, verstehe. So far. Okay. Der hat escalated quickly. Ja, aber ich meine, ich bin durchaus offen, Nominierungen mir anzuhören von euch. Also, wir können ja mal schauen, was ihr so sagt. Fragen der Chat, ist die Musik jetzt zu laut gewesen oder nicht? Ich habe auf Mitte eines Zuschauers die leiser gemacht. Hört ihr den Spielsound überhaupt noch? Soll ich den wieder so laut drehen wie eben? Bitte kurz Feedback geben. Nein, da musst du noch eine schwerwiegende Entscheidung treffen. Ah, jetzt geht es weiter. Ich weiß nicht. Wer muss schwerwiegende Entscheidungen treffen? Ich meine, dauerhaft. Gedisst, wenn man hier das Limit ausnutzt? Ja. Ja, natürlich. Ah, okay. Aber gut, dass wir uns alle einig sind dabei. Diese Bewusstung einfach. Natürlich. Gehört doch zum guten Ton. Wo kommen wir denn hier? Wir suchen mal, weil ein Platz wäre für eine neue Stadt. Eventuell hier oben. Da gehe ich mal weiter gucken mit unserem Scout hier. Es ist schrecklich. Man fühlt sich so ein wenig nackt, wenn man eine Armee einfach in einen Autokampf schickt, auf den man keinen Einfluss hat. Ich als Maulwurf sehe das ganz entspannt. Blind sein ist ein normaler Zustand. Deswegen habe ich ja die Blinden sehr. Ich sehe schon. Wir sehen alles. Wir wissen nur nicht was. Der Klare Wald. Erinnere mich an den Sklaris, Rasse. Alle tot. Mist. Hat einer von euch schon? Wir gehen mal gucken, wo wir die Stadt gründen können. Wir haben eine Minute Zeit zum Nachdenken. Das ist die Wirtschaftsübersicht. Das sind zwei Städte, die wir erobern könnten, wenn wir eine stärkere Armee hätten. Hier oben, das gibt ein paar spannende Punkte. Das liegt relativ dicht an der Stadtrand. Das ist alles Ascheland. Das ist doof. Also wenn, dann hier vorne. Wir sollten auch nicht zu lange drödeln. Das ist von hier aus dritter, vierter Ring. Da oben eine Stadt reingründen, kann man machen. Zum Beispiel hier rein so. Das fände ich ganz vernünftig. Da kann man einiges machen. In der Wanderarmee sein edles Leben auszuhauchen. Das ist natürlich kein Tod, den man jemandem wünscht. Das sehe ich ein. Ja, ja. Also tatsächlich, der Chat versucht mich natürlich die ganze Zeit zu den Worte zu treiben, das nicht gesagt werden darf. Welches? Ihr kriegt mich nicht dazu, Leute. Baut sich da eigentlich in dir so ein Druck auf, der irgendwann platzt? Ich habe die Befürchtung. Also das Event läuft jetzt eine halbe Stunde schon und es wird schon schwierig. Ähm. Das. Hm. Ist auch nicht optimal. Auch da hast du mein volles Mitgekühl. Ja, das denke ich mir. Das ist auch lieb von dir. Versuch das doch mit gleichklingenden Worten zu umschiffen. Also irgendwie eine fährvolle Armee. Ist mir eine faire. Wow. Jetzt haben wir das Problem gelöst. Es lag doppelt Musik bei mir drüber, ne? Alles klar. Danke fürs Feedback. Aber jetzt ist, glaube ich, alles okay mit dem Sound, ne? Dass die Musik einfach läuft. Soll ich jetzt den Spielsound wieder lauter machen? Oh Gott, ein ekelhaftes Event eines Stadtstaates. Weniger Volksschaftstreue. Trefferpunkte gehen runter. Sofort Kooperationspakt. Das dauert dann weiter, bis wir Gehalt haben. Wir könnten erstmal nur einen Außenposten gründen. Moment abwarten. Sofort in Kooperationspakt. Wir gehen das Risiko mal ein. Was tut ihr denn? Damit ist die Entscheidung gefallen, dass da oben Vasal wird und die Stadt wollen wir erobern. Jetzt gründen wir mit der Armee. Unsere Heldin ist ja angeschlagen. Erstmal nur den Außenposten. Und das könnten wir in diesem Territorium hier machen. Dann hätten wir genau hier vorne. Da können wir es machen, ne? Eins, zwei, drei. Eins weiter nach links noch. Oder hier rein. Hier oben rein. Einmal Außenposten gründen, bitte. Energie ausgesaugt. Also das ist ja, wenn das bösartig ist. Ah, ja klar. Das kann mal passieren. Rassiert den Besten von uns. Ja, also. Ich sag's mal so, Ranger. Das muss natürlich auch ein bisschen mit dir zusammenhängen, ne? Wenn die jetzt gleich auf dich losgehen. Weil ich hab noch keinen Krieger. Also ich hab ne Stadt gefunden. Die sind total nett. Ja, so einen hab ich auch, Hall. Es ist ziemlich toll eigentlich. Vielleicht kann ich ja mit denen verhandeln. Der Startstart bei mir heißt... Also mal schauen. Wir gründen jetzt hier den Außenposten. Das heißt, dieses Territorium hier gehört dazu. Und besetzt ist das hier. Und das ist 245. Hoffentlich stirbt unsere Helder nicht. Ich könnte einen Knochen-Golem dazu packen. Das wäre eine andere Thema. Ja. Was ich mich grad aktuell noch gar nicht traue, weiß nicht, wie es euch geht, ist mit Auto-Resolve in eins von diesen alten Wundern reinzurennen. Oh nee, das ist fair. Oh Gott, das ist viel zu früh. Kann ich nur von abraten. Ja. Ich hab hier ne ganze Menge von denen. Also da würde ich, glaub ich, echt erstmal ne ganze Menge Buffs aufbauen. Ja. Und Einheiten-Level. Und dann nach auch immer noch beten. Ich bin mal mit T3- und T4-Einheiten in den Silberwunder reingegangen. Und die haben mich zerrissen. Und ich war, also, ich hab gedacht so, okay, ich komm hier wo ganz anders rein. Aber das war wild. Ja, das wundert einen, ne? Ja. Wow. Das hat mich wirklich gewundert, was da passiert ist. Okay, dann, ich glaube, Ranger darf jetzt die Trophäe... Spielton okay? Wie sieht's aus? Bitte einmal kurz Feedback. Musik jetzt okay, alles in Ordnung. Jetzt bauen wir als nächstes den Kornspeicher mit zwei Förstereien. Einer Steinmetzhalle braucht zwei Steinbrüche. Wir haben keinen. Wir brauchen eigentlich beides. Wir brauchen uns da oben erstmal mehr Wissen. Und kleben uns dann hier oben. Zwei Farmen haben wir hier unten, ja. Den ersten Steinbruch könnten wir hier. Dann haben wir auch mehr Mana dazu. Das geht. Einmal hier vorne rein, bitte. Ja. Rein. Gestattet mir, mich vorzustellen. Ich bin Höllenfürst Borg, der Verbrannte von Höllenorchs. Hoffen wir, dass es reich groß genug ist für uns alle. Du siehst nicht aus wie jemand, der hofft, dass dieses reich groß genug für uns alle ist. Wenn ich das dir so offen und ehrlich mal sagen darf. Ja, Lügen haben kurze Beine. Ich glaube, die kommen nicht einzuweilen. Ja, wirklich. Also, ein bisschen schäbig wird das schon. Ja. Ich würde dem auch nicht trauen, also. Nee, nee. Oh, ich hatte mich nicht gewarnt. Ah. Wie konntest du mich sehen? Ich kam aus diesem Loch. Eigentlich bin ich getarnt. Ich dürfte es mich gar nicht sehen. Du hast nicht geredet dabei. Das ist aber auch nicht gehört. Ich bin, glaube ich, in dich reingerannt, versehentlich. Das könnte sein, ja. Das ist meine Tarnung aufgeflogen. Das sieht so aus, ja. Fassbar. Oder, wenn man direkt daneben ist, ne? Ja, ja. Also, ich kam halt raus und du standst direkt neben diesem Untergrunddurchgang. Ja, ja, genau. Jetzt weiß ich immerhin, dass du da oben wohnst. Du Katze. Ja, diese Untergrunddurchgänge sind ein bisschen suspekt, wenn man weiß, was da so lauert. Oh, ich habe jemanden kennengelernt. Den Erdseer-Balthasar-Klaunhof von den blinden Sehern. Welcher das ist? Das ist meine Wenigkeit. Warum bist du in so Blut verschmiert? Ja, ist so passiert. In der Vorbereitung hier drauf. Das ist ja keine Blutmutter. Du siehst ganz entzückend aus, muss man ja sagen. Du trägst keine Brille. Respekt für einen Maulwurf. Allerdings scheint es mir ein Volk der Blinden hier zu sein, ne? Genau, wir ertasten uns einfach alles. Alles gut. Was hältst du von einer Zweitkarriere als Schiedsrichter? Ja, tatsächlich. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Die will ich nicht bedrohen, aber ich weiß, wo dein Wagen auf dem Parkplatz steht. Da weißt du mehr als ich. Vielleicht kannst du mir helfen. Tatsächlich ist ja vor allem aber Steinwallen hier der Anti-Maulwurf-Rassist, ne? Ja. Warum? Ich verstehe es auch nicht. Maulwürfe sind ein so nobles, edles, gutes Volk. Da kommt unsere erste Stadt. Mit 200 Imperium. Reicht knapp. Jetzt hallen wir auch in Ruhe einmal aus. Hohen weitere Truppen rauf. Das ist ein Scout. Gehen wir mal eine Rechte weiter scouten. Das sind die netten Kollegen. Hier bauen wir als nächstes noch etwas mehr Mana rein. und holen uns gerne noch einen zweiten Steinbruch. Hier bekommen wir etwas Nahrung dazu. Weil da Weide ist. Was ist das hier für ein Ungetüm? Ist das The Rock mit roter Farbe? Du siehst ja putzig aus. Du siehst ja putzig aus mit deinem Aufzug. Ich komm mal vorbei und knuddel dich ein bisschen, wenn's okay ist, okay? Klar. Ich weiß nicht, ob das ist, also... Wäre eine heiße Liebe, wäre das, verspreche ich dir. Man will sich doch als Nation auch irgendwie ernst genommen fühlen, oder? Ja? Also... Er schlägt Funken. Merkt er schon. Mit meiner Arkan-Magie. Oh. Genau, ich weiß eh nie, wer vor mir steht, weil ich ja niemanden sehen kann. Mann. Ich ertaste dann einfach die Person. Wer ist denn das jetzt? Finger weg! Okay, also direkt unter mir ist schon mal niemand, da bin ich ja schon mal ganz zufrieden. Oh, dieser Kampf wird mir noch etwas zu mies. Da mach ich mal ab. Ist das krass, dass man immer warten muss, wenn irgendjemand gerade irgendwas macht hier, ne? Ja, das ist nicht ganz optimal gelöst. Finde ich auch. Oh, hier geht's doch noch weiter. Das ist interessant. Aber das wird sich leider auch in Zukunft nicht ändern. Schon angedeutet. Weil es dann noch mehr zu, äh, D-Syncs führen würde. Mhm. Ach. Guck mal, Fehler meinerseits. Man braucht zwei Skelette, um daraus einen Knochen-Golem zu machen. Wir haben gar nicht zwei. Das sind hier die Skelette. Das sind Dunkelkrieger. Da sind zwei. In der Armee geht das. Einmal hier drauf. Einmal ein Knochen-Golem erschaffen. Einmal draufgeklickt. Und jetzt haben wir ihn. Jetzt können wir die auch wieder zusammenführen und einmal hier angreifen. Ein automatischer Kampf, bitte. Keine Einheit verloren, so ist es gut. Ein bisschen Beute gemacht. Entschuldigt, dass es nicht so viel zu erklären gibt wie sonst. Ich muss auch schnell ziehen. Rundentimer ist heftig. Schnelle Spielgeschwindigkeit. Wir könnten uns mal überlegen, ob verhikante Blutmutter und die Erfolg nicht vielleicht irgendwann mal in dem Solo-Let's Play spielen. Die spielen sich echt spannend. Es gibt ja eine ganz klare Weltordnung, wie die Dinge funktionieren sollten. Und zwar wir in der zweiten Reihe und irgendein Vasall in der ersten. Das Problem ist, wir haben aktuell noch keine Vasallen. Wir arbeiten daran. Aber bevor wir jemanden haben, der Nobel für uns in der ersten Linie streiten kann, ist es ja nicht das Schlaueste, uns in die Schlacht zu werfen. Einfach so. Seelensammler, das ist die zweite Ressource, die wir haben. Dadurch können wir zusätzliche Einheiten bekommen. Also nicht nur darüber, dass wir die in den Städten bauen. Ist das ein fairer Deal für dich? Das ist ja überhaupt keine Lösung für das Grundproblem, Ranger. Dann sag nicht, ich hätte keine Lösung gebogen. Ich glaube, du hast einfach das Grundproblem gänzlich nicht gesehen, würde ich mal sagen. Weil du es dir nur ertasten kannst und dabei versagt hast. Diese blinde Wut in mir, die ist quasi... Im Chat heißt es WB, deine Stadt ist unzufrieden. Ja, das macht aber gar nicht so viel aus. Weil wir eine spezielle Eigenschaft, erzähle ich euch gleich. Ein blablabla, das ist der Stadtstaat. Oh Gott, welcher der beiden Stadtstaaten ist das? Ist das der im Norden oder der im Süden? Das ist der im Süden, ne? Das ist der, den wir erobern wollten. Habe ich richtig im Kopf, oder? Ich glaube, das ist der, den wir erobern wollten. Ja, genau. Und der, der keinen Flusterstein hat. Das heißt, die können wir ruhig veragern. Wir wissen vermeiden, nein. Den Geld brauchen wir nicht. Einmal Quest ablehnen. Das ist egal, wenn wir unzufrieden sind. In Maßen. Also wenn wir zu unzufrieden sind, kann die Stadt rebellieren. Aber die üblichen Abzüge gibt es nicht. Das ist eine Spezialfähigkeit, mit der wir am Start waren. Das war ja ein einfacher Kampf. Ich wollte schon re-rollen. Okay, okay. Also ich meine, es geht ja hier schon um die Krone von Maurice. Aber, wenn jetzt jemand hinterher Bündnisse haben möchte, weil er mich als zu stark erachtet, ich bin da durchaus nicht abgeneigt. Möchte ich nur noch schon mal anmerken im Vorfeld. Betretenes Schweigen in der gesamten Runde. Ja, ich verstehe es auch nicht. Das ist nicht so schlimm, Ranger. Das ist nicht persönlich gemeint. Es geht nur um deine, um die Persönlichkeit deines Herrschers. Betretenes Schweigen aller Orten. Spricht Bände. Ich hatte eher so das Gefühl, dass er sich freiwillig meldet dafür, dass alle auf ihn eintreten. Halt, stopp. Als Maulwurf treten sowieso immer alle auf mir rum, weil ich unter der Erde bin. Das wollen wir jetzt mal hier... Dann wollen wir mal mit aufhören. Moment. Du bist doch gar nicht der Maulwurf, der unter der Erde ist. Genau deswegen. Damit niemand auf mir rumtritt. Ich bin der wahre Maulwurf. Du bist der falsche Maulwurf. Du hast dich nur so angezogen. Angezogen wie Maulwurf? Ja, eigentlich bin ich ein Hamster. Du bist der Maulwurf-Hipster. Der Maulwurf-Hipster, ja. Genau. Schon wieder eine Einheit verloren. Das ist natürlich bitter. Eine unserer Fernkampfe Einheiten. Die sind natürlich auch eher schwach im Kampf. Dicke Belohnung. Eine Kampfaxt. Noch nie drei andere Fraktionen entdeckt. So machen wir sie zur Magierin. Waffe wäre besser. Im Omnix hat sie die Fähigkeit über Kanal. Das ist nur eine strategische Geschichte. Ja, könnten wir machen. Auf jeden Fall im Autokampf in der Berechnung ist sie dann stärker. Und wie mein Chat hier vollkommen richtig anmerkt, ich stehe über den anderen Maulwürfen. Das ist ein Unterschied. Ja, okay. Dagegen kann ich jetzt relativ wenig sagen. Ja. Aha. Aber rein physikalisch ist das der Fall. Nicht moralisch. Physikalisch oder nicht? Die Worte sind gesagt. Okay. Jetzt wird das Zeitlimit allmählich schon ein Problem. Ja. 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 Zwischendurch erkläre ich meinen Zuschauern bis wann irgendwelche Sachen die ich mache und mute mich kurz. Macht ihr das auch oder seid ihr nur hier die ganze Zeit? Ich bekomme das gar nicht mit. Ich bin nur hier. Ja. Ja. Ich quatsch auch ein bisschen mit den Leuten so ein bisschen. Ja. 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 Wir haben keine Palisaden hier vorne. rein vom Gefühl her hatte ich das auch schon, weil ich hatte schon festgestellt, dass es definitiv länger als zwei Minuten in der Regel sind, die wir haben. Ja. Der Chat versucht es bei mir weiter. Es zehrt an ihm, schreiben sie. Du collectiv mal im Kanal nicht. Aber es ist schon mal gut zu wissen, dass dein Chat definitiv auch schon bei dir kitzelt. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Zählt das, schreiben sie jetzt. Also wie verzweifelt seid ihr eigentlich, Leute? Wenn ihr euch schon darauf versucht, dass das zählen soll, ist ja fast schon traurig. Also das ist ja... Uiuiuiuiuiuiui. Also jetzt lernen wir uns langsam den kritischen Limit. Ich bin noch nie weiter als Runde 10 gekommen in meinen Spieldurchgängen hier. Oh, okay. Ja. Welche Gründe hat er das bis jetzt? Ja, ich hab lang gebraucht. Einfach. Reindeer ist ein gemächlicher Typ, weißt du? Genau, nach Runde 10, wie geht's denn dann weiter? Ist dann schon Ende oder... Ja, das ist vorbei. Musst du auch nichts mehr machen. Das ist schon endgame schon, ja. Ist schon tief drin. Okay. Dann bin ich froh. Meinst du, war denn Testmatches oder generell auch beim beim Streaming-Ranger? Ähm, grundsätzlich immer. Nee, das kann ich nicht. Es ist nur ein Schatz, bevor jetzt jemand denkt, ich hätte noch nie weitergespielt. Ich hätte es hier abgenommen. Können wir Ranger die Krone wieder wegnehmen? Ja, ich finde, das war jetzt kein guter Witz. Der hat sich gelandet. Ich finde, sie sollte dann bei Default wieder zum vorherigen Halter gehen, oder? Ja, nice try. Ein sehr netter Versuch. Nur Ranger kann die Krone weitergeben. Sie liegt jetzt im Dreck. Oh Gott. Rettet sie. Da wurde drüber rumgerannt. Da brauchen wir einen Rettungswurf. Wie bei Blood Bowl 3 oder bei anderen Spielen. Mhm. Oh, guck mal. Ich habe da ein anderes Löchlein gefunden. Eine Armee von Fanatikern eingeführt von einem Einhorn. Ach. Gut. Was soll Schlimmes passieren, ha? Alter, was ist denn mit dieser Zauberlose? Wir von euch heißt eigentlich mit Nachnamen Terrorbringer. Ich weiß auch nicht, wie ich da gerade draufkomme. Ist nur so eine Idee. Das ist mein Charakter. Der sollte eigentlich Tunnelbrecher heißen. Das war nur der Arbeitstitel. Mhm. Das wurde ähnlich wie Maurice seine Krone nicht richtig gespeichert. Maurice seine Krone? Das ging ein bisschen nach Ballermann-Lyrik. Ja, es war ein bisschen traurig. Das sind halt die Maulwürfe. Das soll man erwarten. Aber er bringt auch Terror, wenn er muss. Steinwallen so ein Maulwurfsfeind ist, ne? Als zweites holen wir uns einmal ein Chaosbuch, damit wir da auch vernünftige Punkte bekommen. Das passt so spieleweise ganz gut dazu. Buch der Pyromantie finde ich ein bisschen besser geeignet. Da kann man geringe Magma-Geister zum Beispiel beschwören. Eröffnen sie am Anfang wenig, später vielleicht mehr. Dann kann man sie etwas breites killen gleich. Obwohl es natürlich für einen Magiesieg nicht hilft. Bitte des Trosts. Da haben wir sie ja. Hallo. Oh, wir haben ihn kennengelernt. Den Kataklysmiker Terranies Terrorbringer. Ein sehr attraktiver Aliterat, glaube ich. Ganz genau. Den mörderischen Magma-Moles aus Mallorca. Mörderisch würde ich jetzt nicht behaupten. Sollen wir mal verhandeln? Können wir gerne machen. Was möchtest du da machen? Was würdest du geben für Kontaktinformationen zu den blinden Seherherrschern? Na, Moment. Schneller, schneller. Fix, ohne dass wir den betreffend fragen. Ich biete mehr. Raus, raus, raus. Was brauche ich? Ich brauche gar nichts gerade eben. Wir haben uns gerade eben erst kennengelernt, liebe Blutmutter. Aber wir schauen uns gerade eben an der Oberfläche zum ersten Mal so ein bisschen um und wollen jetzt nicht gleich dem Erstbesten auf den Leim gehen. Ach, ich habe meine Armee in die falsche Richtung bewegt. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. In der Regel ist das nicht gut, das stimmt. Ich werde ja nur angegriffen, ist alles gut. Ach so. Du hast ja schon Krieg, stimmt, ne? Ja, hier wird nicht lang gefackelt. Direkt geht's los. Wir haben aber auch wirklich eine hervorragende Position. Ich habe bislang nur eine freie Stadt gefunden. Das ist ein bisschen schade. Für mich gibt es gar nicht so viel mehr. Du kannst gerne die haben, die bei mir im Nordwesten liegt. Die erklärt einem dann regelmäßig den Krieg. Ich hätte die voll gerne. Nordwesten, hast du gesagt. Wer hatte da gerade einen Außenposten direkt vor meiner Nase gesetzt? Das ist tatsächlich mein Vorgarten, meine liebe Blutmutter. Deswegen sind wir hier. Das ist kein guter Beginn für gut nachbarschaftliche Beziehungen, ne? Das, 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 damit können wir leben. Na, aber ob ihr auch damit überleben werdet, ist die Frage. Wir sind, äh, wir, alle in unserem Volk sind hart mit Hybris geschlagen. Natürlich können wir das überleben. So, traue ich mich jetzt hier, die anzugreifen. Ach komm, wenn ich wage, der nicht gewinnt. Wir sind dreimal überlegen. Das wird doch was, wird doch funktionieren. Ah, sehr gut. Okay, dann kann ich das tatsächlich problemlos machen. Das ist hier aber auch wild. Warte mal, wenn ich mir das jetzt hier hole. Klar. Ach, schon wieder, von allen Seiten. Hekate Blutmutter, von West und von Ost, von unverschämten Sterblichen bedrängt. Das geht nicht gut aus. Eine von euch beiden biete ich an, einen Federhandschuh in euer Gesicht zu schlagen, dem anderen den Arm, um gemeinsam über das Schlachtfeld zu wandeln, auf der Leiche des anderen. Wer möchte mit mir ins Bett und wer möchte ins Grab? Bitte mal, einigt euch ganz schnell, bitte. Eine kurze Frage, wer ist denn der andere? Ranger und du. Ja, Ranger, bei einem so freundlichen Angebot würde ich tatsächlich eher sagen, dass wir gegen diese Blutmutter zusammenarbeiten, oder? Als blinder Seher kann ich dazu nur sagen, ich sehe das nicht ein. Gar nichts davon? Doch nicht. Ja gut, dann ich auch nicht. Ihr beide nicht. Wollt ihr denn mal mit dem Finger auf den anderen zeigen und mich darüber informieren, wer der Schwächere ist? Ja, aber ich weiß auch gar nicht, wer der andere ist. Also ich kenne den anderen doch gar nicht. Also ihr wollt euch auch nicht verpetzen. Also wir sind zu blind, um uns gegensinnig zu sehen. Genau, ich habe auch noch gar nicht den Ausgang gefunden bei mir, aus der Hauptstadt. Ich stehe immer noch mit der Armee da drin rum. Erklärst du manches. Mauritius hat eine Schlacht gewonnen und deine Armee dringt ein. Wie, meine Armee dringt ein? Ach, meine Armee dringt ein bei, bei Maurice. Ach ja, doch, du hast da, ja, dein Späher ist da am Eindringen. Ja, also, den würde ich nicht unterschätzen. Das sei dir mal gestattet. Das ist, äh, zu gütig. Dankeschön. Das gibt ihr mal bei Kriegslegitimierung, ne? Musst du aufpassen. Ja, ich will da schnell raus. Ach, stimmt. Äh. Naja. Ne, es ist absolut richtig, das stimmt. Es ist, äh, wir beäugen das mit, mit Argwohn. So, das sind, glaube ich, wieder diejenigen, die irgendwo im Obergrund sind. Gesinkte Seele, bla bla bla. Ja, irgendeinen Job machen wir. Ach, guck mal. Habe ich noch einen Maulwurf gefunden. Da ist ein Maulwurf, ja. Ach, mal Moles. Warum seht ihr so komisch aus? Warum ich so, wie, warum ich so, was haben denn alle mit meinem Aussehen? Ich sehe aus wie ein putziges, kleines Wesen. Siehst aus, als ob du direkt aus der Dusche kommst mit den vielen Handtüchern, die du um dich gewickelt hast. Das ist eine Frechheit, ist das. Ich stelle nur Fragen. Es sollen keine Beleidigungen sein. Ja, ähm, writing bull, dann weiß ich auf jeden Fall jetzt, auf wessen Seite ich stehen werde. Aber mehr will ich da jetzt noch nicht ins Detail gehen. Das heißt, du wärst bereit, mit mir gemeinsam über den Leichen, den kleinen, zarten Knochen der Maulwürfe von Moles zu wandeln, ja? Genau, aber auch nur wegen diesem Frevel, den er mir gegenüber. Okay. Das war Frevel, okay. Sollen wir, sollen wir eine Zauberverbindung eingehen, du und ich? Das können wir gerne machen. Ruf mich doch mal in den, äh, sag mal Mörb, du bist doch unser netter Gastgeber hier, auch wenn es gerade ein bisschen mit dir zu tun hat. Können wir einen Audioraum bekommen, wir beide, wo wir alle miteinander verbal kuschen können? Es gibt einen direkt unter euch, Intrigen und Stuff. Intrigen und Stuff. Intrigen und Stuff ist eine gute Betitelung. Ich hab Intrigen Gustav verstanden. Treffen wir uns da? Ja. Jetzt. Okay. So, lieber Daniel. Hi Ranger. Also wenn du Truppen, ich wollte gerade angreifen, Mörb. Wenn du rüberkommst, machen wir es zu zweit oder du setzt hinterher. Wir teilen uns die Beute auf, ich weiß noch nicht wie genau, aber irgendwie machen wir das schon. Und vorher, sag mal, es gibt doch Koop-Sieg hier beim MP, wir sind direkte Nachbarn. Entweder einer von uns geht unter oder wir gewinnen gemeinsam. Ich würde Letzteres vorschlagen. Von den Affinitäten her passt das ja. Das klingt interessant. Wo willst du denn angreifen? Ich seh nur ein bisschen, ich seh nur die Außenpost. Ich bin südöstlich von dir und südöstlich von mir wiederum ist eine Außenpost nur von Mörb. Und dann ist ein Untergrund und dann ist da eins drunter, schätze ich mal. Okay, ich brauch ungefähr drei bis vier Runden, bis ich bei dir bin. Komm mal rüber und ich ruste weiter auf. Okay. Dann lass uns schon mal in die Zauberverbindung eingehen. Vielleicht können wir uns ja gegenseitig Gesicht geben. Dann sehe ich ihn noch besser. Kannst du mir die mal anbieten? Ja, warte mal. Diplomatie. So, warte. Gehen wir erstmal in die Zauberverbindung. Habe ich dir geschickt. Danke dir. Einmal kurz in die Diplomatie rein. Ich glaube, dann sehen wir erst ab der nächsten Runde die nächste Option. Handelsangebot. Genau, das siehst du sehr gleitsam aus. Das ist Respekt. Einmal annehmen. Dankeschön. Wunderbar. Jetzt muss ich dir noch offene Grenzen anbieten. Sonst kommst du bei mir nicht rein. Da sind die offenen Grenzen unterwegs. Und alles, was wir eventuell an Provinzen untereinander klämen wollen, besprechen wir erstmal kurz, ohne uns lang zu verzetteln. Einverstanden? Okay, verstehe. Und wir gehen auf Koopsieg? Wir gehen auf Koopsieg, ja klar. Alles klar. Das werden wir bei oben leugnen. Natürlich. Ich bin der Meister im Leugnen. Ja, das ist jetzt formal nur auf Zeit und wehe einer von den Chats geht rüber und petzt, Leute. Macht das nicht, damit macht ihr uns allen das Vergnügen hier kaputt, ja? Bleibt alles unter uns hier. Unter vier Augen und unter den Augen von zwei Communities. Einverstanden? Machen wir so. Und wieder rauf. Bis dann. Bis dann. Das war relativ ungewöhnlich für mich, eine Fraktion zu spielen, die nicht wirklich einen Arkan-Fokus hat. Weil ich auf einmal ewig brauche für meine ganzen Zauber und das ist total irritierend. Sonst spiele ich ja sowas komisches nicht. Also ich bevorzuge auch diese Arkan-Spezies. Ich finde, das spielt sich super gut in dem Spiel. Ja. Nafeudale ist aber auch geil, habe ich schon festgestellt. Ich habe mir einen WoW-Paladine gemacht, die die silberne Hand mit Arthur Lichtbringer, der heißt. Oh, denen kann man sicher 100% vertrauen. Ja, ja. Aber. Wobei, den, den du da hast, der sieht auch aus wie einer aus Warcraft. Ich kenne mich mit der Lore nicht aus, aber. Das sind die, könnte, geht so ein bisschen in die Richtung von diesen Orks aus der Scherbenwelt oder sowas vielleicht. Rote Orks, glaube ich, gibt es da auch. Aber das jetzt immer darauf zu münzen ist, glaube ich, auch falsch. Ich dachte mir, ich mache Hüllen-Orks. Und welche Hautfarbe sollen die jetzt haben, statt rot, ne? Das stimmt, ja. Blau. Man muss mit Stereotypen brechen. Ja. Das habe ich dem Chat damals schon gesagt. Also damals bei dir, als das Spiel released wurde vor drei Wochen. Da habe ich eine Ork-Quosition gemacht. Eine Inquisition, die durch Orks durchgeführt wird. Wunderbar lieb. Also zumindest ihrer Ansicht nach. Ich habe auch mal mit dem Chat ein nobles Ork-Volk gebaut. Und die Anführerin wurde vom Chat Jeanne d'Ork getauft. Jeanne d'Ork. Oh Gott. Also das kann man auch anders aussprechen, ne? Ja, aber warum sollte man das? Also, jetzt muss ich es einfach mal sagen. Wenn man ein ehrloser Mensch ist, würde man das tun. Schenke ich dem Chat einen Counter. Ein Krieg liegt in der Luft. Und das ist ja auch. Da sterben schon die Ersten. Wunderbar. Letzte Worte bitte. Ja, das war einer meiner Prospektoren. Aber es ist jetzt deine Plage. Also ich mache natürlich dich dafür verantwortlich, dass deine Plage jetzt meinen Prospektor hier getötet hat. Oh, okay. Das ist eine Ansage. Oh, es ist eine Kriegserklärung, die ich habe. Ja, es ist eine richtige Kriegserklärung. Was denkst du denn? Meinst du, ich mache irgendwelche doofen Witzchen hier? Leute, wir sind nicht zum Kaffee trinken hier. Hekate Blutmutter, sammelt ihre Seelen ein. Obwohl es ganz kleine, ganz kleine Seelen nur sind. So ganz kleine, süße Seelen von dir und deinem Volk. Ja, hör mal, du hast da einen Außenposten gegründet. Das geht gar nicht. Das ist mein Ausgang hier. Ja, aber da muss ich schon writing wohl zustimmen. Also das ist schon sehr, sehr frech gegründete Außenposten. Ich habe ja nicht mal gewusst, dass er da ist. Ich bin da rausgekommen und habe direkt einen Außenposten gegründet. Also wir können natürlich auch Max mit den Außenposten schenken. Und dann könnten wir über die Sachen nochmal nachdenken. Jetzt ist der Zug abgefahren. Also spontane Kriegserklärung, nicht mal ein Versuch des Dialogs. Ich bin empört. Ganz kleiner Blick, das finde ich sehr interessant. Kannst du den Begriff Dialog nochmal buchstabieren? Den google ich nach dem Stream. Ich sehe schon, ihr Untote seid nicht unbedingt der Worte wirklich großartig fähig. Das ist offensichtlich. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich meine, alles, alles gut. Alles gut? Ja, alles, alles super. Das klingt absolut so. So, ich bin derweil bisschen dabei, mein Volk zu knechten. Die sind ein bisschen unzufrieden. Ich weiß gar nicht, warum. Man verzaubert ihre Werkzeuge, dass sie besser für mich schuften können. Ja, gefällt dir das? Und sie sind beleidigt. Unfassbar. Also ich verstehe das halt wirklich hinten und vorne nicht. Aber noch ist alles gut, sobald sie anfangen, Gewerkschaften zu gründen, musst du aufpassen. Ja, oh nee, also das gibt es im Frosch-Imperium wirklich nicht. Also, also gar nicht. Da hört der Spaß dann auf. Ja, nee, also es gibt wirklich Grenzen. Ach Gott, was ist das denn jetzt hier wirklich? Alles verzögert sich. Frechheit. Ich habe mal schnell ein paar Lisaden hier oben hingezaubert. Noch mehr Forschung bitte. Noch mehr Mana, noch mehr Produktion. Geld ist knapp. Na, wir brauchen eher... Mehr Forschung schadet nicht. Hat man noch ein paar Einheiten, mehr schaden auch nicht. Jetzt sehe ich da nochmal deutlich mehr. Na, ist schon ein bisschen eng hier unten bei uns. Da haben wir die Katzen. Hallo. Ah, okay. Wahrscheinlich meine automatisch erkundenden Getarnten. Du lässt automatisch erkunden? Ich finde das immer das Schlimmste, was man im Voreggspiel machen kann. Ganz im Ernst. Echt? Wenn man seinen Bereich erkundet hat, wo man sein will, dann ist es erstmal gut. Dann hat man alle Informationen, die man braucht. Und der Rest kann von anderen erkundet werden. Bei mir im Chat wird geschrieben, Maul, es sei nicht fair gegenüber Maulwürfen, wenn die gerade mal den Kopf rausstecken, aus der Erde den gleiche 1-Müter-Schaufel auf den Kopf zu geben. Das wird sich nicht gehören. Ist vielleicht sogar was dran irgendwo, ne? Das sehe ich auch so, ne? Guck mal raus, weil man macht's Batsch. Aber wir sind sehr, sehr zornige Maulwürfe. Ich kann noch mal auf die blinde Wut hinweisen. Äh, was ist Steinwald? Hab ich grad nicht gehört. Äh, ist ne gute Frage. Ich hatte dich auch nur gerade im Fenster. Ah, äh, äh. Dein Späher von mir hat dich entdeckt. Du bist in der Nähe meines Gebietes aus. Ja, genau. Ich bin aber nur am Scouten. Also, wie immer bin ich lieb und harmlos. Mh, ja. Das kennst du ja. Und ehrenvoll, oder? Ja, genau. Wie würdest du es in eigenen Worten formulieren? Ähm, moralisch unfehlbar. So sehr, dass ich jetzt gerade meinen Timer verpasst habe. Aber das sind Details. Da muss man auch mal ein Auge zudrücken. Ja. Ich hab meine Armee schon wieder verloren. Wie geht das denn? Wo ist denn die? Ach da, ich hab sie wieder gefunden. Deine fünfte, oder was? Ach so. Attacke. Ein Außenpossen gehört uns. Oder wollen wir ihn einfach nur zerstören? Nicht Kapitel, wir zerstören ihn einfach. Weg damit aus die Maus. Einmal kaputt machen hier vorne. Das bedeutet eine Fäde. Das hast du sehr lieb formuliert. Ich hab noch nicht alle gefunden. Wo sind denn Steine? Danke für den Tipp im Chat. Ja, ich lese den Chat mit. Bitte aber darum, mir nichts zu verraten über andere Leute und was sie taktisch machen. Aber so ein Hinweis wie hier. Mach hier oben einen Stadthalter rein. Das ist natürlich völlig okay. So, ich hätte gerne eine weitere Stadt. Die mit der hier vorne. Da machen wir einen auf Vasall. Das ist im Augenblick ein bisschen schwierig. Klappt aber. Und die unten könnten wir erobern. Dafür bräuchten wir vorher allerdings hier vorne einen Friedensschloss. Ich mach mein Konzept nicht auf. So ist es. Hm. Jetzt kriege ich neue Helden von den hohen Schädlingen. Wer auch immer das sein mag. Okay, das kostet alles zu viel Geld. Und noch kein Gold. Leute. Wo ist den noch? Ach, man kann sich die Ergebnisse der Schlachten anschauen lassen, die in der eigenen Sicht stattgefunden haben. Genau, aber nicht im Multiplayer-Modus. Dann gibt es ganz schnell Problemchen hier. Ja, das wäre nicht so günstig. Ach, auch das Ergebnis angucken nicht? Das lädt ja rein. Also ich hab gelesen, es gäbe Probleme im MP-Modus, wenn man potenzielle Abstürze, wenn man sich dann Wiederholungen anschaut. Ich hab mal ne Frage an Steinwallen. Steinwallen, hast du kurz Lust mit mir in Intrigen und Stuff zu gehen? Oh ja, ich komm mit. Ne, ne, nur Steinwallen und ich. Nein, ich bin auch ganz still. Ich will nur zuhören. Ich würde auch mitkommen. Also ihr könnt euch auch hier unterhalten. Mach das einfach hier. Einverstanden. Abstimmung. Wir machen eine demokratische Abstimmung. Genau. Ich bin dafür, ich zähle halt zwei. Ich möchte gerne einfach nur Steinwallen fragen. Danke. Ja, ich hab schon Ja gesagt, aber kannst du mich ziehen oder soll ich das selber hingehen? Ich mach schon. Halb die Sanger hin, halb wurde er gezogen. Was glaubst du, was die jetzt besprechen werden, WB? Wenn du vermuten müsstest. Worüber die jetzt reden, wahrscheinlich... Hilf mir bitte, ich bin am Arsch. Und Steini sagt dann, ja, wie viel gibst du mir? Weißt du, er sagt, wie viel gibst du mir? Oder er sagt, selbstlos, ja, natürlich, weil es das Richtige ist. Also ich befürchte, er würde das gerne sagen, bringt es aber nicht über seine Lippen. Also Roleplay-mäßig würde er dann gerne sagen, ja, ich helfe dir, wir sind beide Gute. Aber letztlich siegt ihm das Gewinner-Gen. Das wäre meine furchtbare Befürchtung hier. Das kann sogar sein. Das würde mich nicht überraschen, tatsächlich. Ich glaub nicht. Ich glaub, er wird dir nicht helfen. Weil Steinwallen sieht keinen Vorteil darin, ihm zu helfen. Ähm, Ranger, wann kommst du endlich? Ach, Entschuldigung. Ich hab mich verlaufen. Einen Moment, ich komm hoch. Ja, dauert nicht mehr lange. Wie lange denn noch? Sonst geh ich alleine. Ja, also... Nee, natürlich, warte mal. Das ist so lange, kann ich nicht mehr dauern. Die haben sich verlaufen, die Blitzworte. Haben wir eigentlich irgendwelche Sonderregeln abgemacht für den Fall, dass wir jemandem die Hauptstadt angreifen? Nee. Nee, haben wir nicht. Sollen wir da mal schnell nachdenken? Also, klarst du, dies zu tun? Sollen wir da mal ganz schnell ohne den Betroffenen darüber nachdenken, ob das eventuell doof ist, weil immerhin Gastgeber und ganz früh am Abend. Und zwei gegen einen können... Nee, zwei gegen einen... Die Frage ist, ist das nicht ein bisschen... Also, ich hab grad Hemmungen. Also, nicht in meiner Rolle als die karte Blutmunter Mutter würde ich triumphieren, unter Voraussetzung, dass Ranger mir tatsächlich hilft. Also, mein Rücken fällt natürlich nicht, aber er hat so ein vertrauenswürdiges Gesicht. Aber es ist ja ein bisschen Linke gegenüber. Maurice, was meinst du? Das ist wirklich eine gute Frage. Ich mein, du hast ja den Krieg angefangen, ne? Das heißt, der andere ist unschuldig. Naja, er hat mir einen Außenposten vor die Nase gesetzt, ganz im Ernst. Und er ist direkt zwischen meinen beiden Städten. Weißt du was? Ich mach' einen Vorschlag. Ich wär' bereit, Maurice als Mediator einzusetzen. Für eine Konferenz. Das ist die schlimmste Idee aller Zeiten. Danke, dass du zustimmst für eine Konferenz zwischen Mörp und mir, wo es darum geht. Was gibt er mir, damit Ranger und ich ihn verschone? Also, normalerweise würde ich sagen, Ranger bekommt auch was. Er hat seine Truppen noch nicht hierhin bewegt. Die sind auf dem Weg. Die sind hier, direkt an der Grenze. Siehst du die etwa nicht? Du musst dein Fernglas rausholen. Hast du schon von der Technologie gehört? Nee. Das ist quasi ein Glas, das hinter einem anderen Glas ist. Und wenn du da durchguckst, dann ist entweder etwas ganz nah oder ganz weit weg. Und ich glaub', du hast es gerade falsch rumgehalten. Deswegen siehst du die noch nicht. Wir sind noch weit weg. So, so. Also, irgendwie dieses Bemühtehrliche in deiner Stimme macht mir Sorgen. Das erinnert mich ein bisschen an die Ehrlichkeit, WB, die du damals an den Tag legtest, als du Steinwallen unterstützen wolltest. Irgendwie. Weißt du, was ich meine? Also, Steinwallen ist jederzeit bereit, Hanne-Stefan zu bestätigen, dass ich mir wirklich helfen wollte und dass er sich verguckt hat. Das war bloß ein perfides Spiel, weil er ein unglaubliches, doppeltes Schauspiel abgegeben hat, das ich nicht durchschaut habe. Ah. Dann war es schon auf eine gewisse Art und Weise perfide, aber noch perfider, als man denkt. Oh, verstehe. Gibt's die Möglichkeit zu pausieren oder soll man weiterspielen und parallel versuchen zu verhandeln? Pausieren kann man, glaub' ich, leider nicht. Okay. Dann wärst du bereit, Maurice, die Rolle des Mediators zwischen Mörb und mir anzunehmen? Betreten und schweigen? Denkpause? Ja, doch. Stammen? Ja, doch. Sehr gut. Ja, also, wir sehen uns ja ein bisschen auch als die Friedenspolizei der Welt, wir Karl Knappen, deswegen, es hat ignoriert, dass ich gerade die Forschung Freudenabsauger erforscht habe in diesem Moment, das hat nichts damit zu tun. Ja, ja, natürlich. Wunderbar, dann mach das doch. Also, es geht darum, Mörb, dass Ranger und ich könnten ja dich rausnehmen, aber du bist Gastgeber und vielleicht können wir auch einfach sagen, du gibst mir irgendetwas, was meinen Blutdurst stimmt. Ich find's mutig von euch, möchte ich kurz mal reingeschätzt, ihr glaubt, mich rausnehmen zu können, ich glaube, ihr könnt nicht mal zu mir runterkommen, ohne dass ich das erlaube. Okay, dann sind die Gespräche, das war's, wie du meinstest, bitte? Ich hab das erledigt. Alles gut, der kann drauf, das war's. Ich werfe gerade eben nur mal rein, dass ich schon finde, also, ja, du wohnst über mir, aber ich finde das schon sehr großspurig hier gerade eben. Gut, das war's, schön, dass wir miteinander geredet haben, alles ist klar. Ja, Ranger, wo bist du? Dann machen wir uns bereit. Ich geb zu, ich hatte mich jetzt ein bisschen gefreut auf die Rolle als Mediator, aber dann ist, glaube ich, umso spannender die Rolle als Popcorn-essender Zuschauer bei was auch immer jetzt als nächstes folgt. Kommen Sie rüber. So, wie gesagt, ich bin bereit dazu, eine Mediation anzunehmen, aber ich, also ich find's einfach frech von so von oben. Ja, also zu spät, zu spät, aus die Maus, aus der Maulwurf. Also alleine schon die Aggressivität des anderen Maulwurfs ist irritierend für mich. Ich habe überhaupt nicht diesem anderen Maulwurf getan. Das ist eine Frechheit, ist das. Ich habe nur etwas über seinen Tod angesagt, eine kulturelle Irritation und schon wird einem hier gemeinsam der Krieg erklärt und die Vernichtung, also quasi das Auslöschen eines ganzen Volkes angedroht. Ja, aber das hast du sehr schön zusammengefasst. Genauso war es, das hast du sehr schön zusammengefasst. Das klingt jetzt etwas, was ich war. Das ist schon, gebe ich zu, ja. Dann weiß die Welt ja jetzt Bescheid, sie geben es sogar zu. Als unabhängiger Mediator stimme ich zu, dass das ein bisschen eine Ansage ist, ja. Also um mal ein Wort der Entschuldigung zu sagen, das klang vielleicht gemein, aber es war auch gemein und das ist mir jetzt nicht so gut gelungen. In meinem Kopf formulierte sich das viel liebenswürdiger. Also es waren positive erste Verhandlungen in dieser Partie, muss ich sagen. Ne, eure Reiche haben eine große Zukunft vor sich. Ja, auf jeden Fall. Ranger, ich warte auf dich. Ich komme. Ich kann nicht mit allem kommen, aber ich komme. Ähm, hier, ich, Werther Strategie-Ecke, ich würde gerne einmal mit dir sprechen. Oh, ja. Sollen wir uns einmal in unser Separi zurückziehen? Wenn wir gezogen werden, könnten wir das super. Oh, ich glaube, ich habe gerade meine Späher verheizt. Naja gut, das Leben ist hart manchmal. Das kann passieren. Für die Betroffenen immer sehr unangenehm, ne? Ja, aber die Betroffenen, ne, also. Warum gibt es so wenig freie Städte hier? Ja, genau. Oh, genau. Oh, danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich kann da nicht hingucken, wenn der zurückkommt erst. Mit ihm habe ich echt ein Wörtchen zu reden hier. Okay, okay. Das scheint mir ja ein stabiles Bündnis zu sein. Ranger, echt? Was machst du denn da? Das Monsterlager, was da irgendwie vor deinem Hause kursiert. Ja, aber du hast deine Armee dabei verheizt. Die wollte ich mir doch zu Hilfe kommen. Ich hätte es gerne anders gehabt. Stattdessen hast du selbst noch begangen. Verehrter Baldassar-Klauenwurf, ich möchte gerade eben mal nur kurz mal erwähnen, wie dreckig diese Blutmutter gerade eben in eurer Abwesenheit wegen diesem Verheizen eurer Truppen über euch gesprochen hat. Ach komm, wie kannst du Ranger so offen ins Gesicht lügen? Du hast doch gerade gesagt, mit Ranger ist es schön, was zu veranstalten, aber es ist schön, auf sein Grab zu spucken. Wir haben es alle gehört. Fragt eure Communities. Fragt in den Chat rein. Genau, genau. Das habe ich bestimmt hier unten in der Defensive gesagt. Auf jeden Fall. Es ist lächerlich gerade so. Ich meine, dass du dazu stehst, dass du das ehrt dich ein bisschen. Also dann würde ich schon gerne jetzt den unabhängigen Mediator Maurice nochmal befragen. Ich meine, Maurice, den Ehrenhaften, den kann man ja immer vertrauen. Ja, natürlich. Also ich würde es so formulieren, dass WB jetzt nicht unbedingt abwertend über dich sprach, aber doch traurig und enttäuscht war. Ich sehe leider nicht, was passiert ist. Es klang wie ein eher trauriges Kapitel der militärstrategischen Annalen. Und WB war nicht erfreut, aber ich glaube, es war auch ein bisschen, so ein wenig, nicht abwertend, sondern er freute sich auf euren gemeinsamen Triumph und sah ihn durch die Finger rinnen. Darf ich den neutralen Mediator kurz mal fragen, haben wir nicht gemeinsam gehört, wie er sagte, mit dem habe ich ein Hühnchen zu rupfen? Naja, ob dieser taktische Doof hat... Ich habe den Mediator gefragt, nicht die verräterische Blutmutter. Also, meine Truppen, also die Truppen, die mir gegeben werden sollten, wurden verheizt für irgendeine Plage um mich. Ganz im Ernst, man muss doch strategisch denken, Ranger, du bist doch Soldat. Strategisch denken. Ja, also die Worte, die Maurice jetzt gesagt hat, sind jetzt auch keine neuen Worte. Also sagen viele, die mit mir in einem Bündnis sind, um ehrlich zu sein. Deswegen, nee, das kann ich schon nachvollziehen. Ja, damals, ich war ja schon sogar mit dir in einer Familie-Ranger, nicht nur in einem Bündnis. Du warst am schlimmsten gelitten von allen. Ja, ja, es war eine interessante Erfahrung. Ich werde zu leise, echt? Ich finde mich eigentlich völlig laut. Wie laut ich bei anderen Bünden kann ich nicht beeinflussen, das müssen die einstellen in ihren Streams. Nee, da ist jetzt noch kein Kroll gegen Riding Bull. Aber bei meiner Armee muss ich trotzdem erstmal wieder wegbewegen. Welche Armee? Die ist doch Fujikato. Das ist ja hier lachhaft, das ist ja eine Frechheit schon wieder. Aber auch dieser Frechheit werde ich erstmal freundlich nickend entgegentreten. Also immerhin, was man dir anerkennen muss, du warst so lieb und hast wenigstens versucht, eine Plage vor meiner Haustür zu beseitigen. Das weiß ich zu schätzen. Ich bin bereit, langsam einzulenken. So, hier oben versuchen wir eine weitere Stadt dazu zu bekommen. Das dauert nicht mehr ewig. Da hatten wir eine dritte, die ja unten erobern. Dafür müssen wir erst Frieden schließen mit Mörben. Mal gucken, ob er sich darauf einlässt. Ries, hättest du auch noch mal Interesse, separat zu gehen? Ja, also das klingt interessant. Ja, man muss sich ja auch mal austauschen. Da werden interessante Dinge besprochen. Ja, also gucken wir, wie das Leben so läuft und wie das Wetter so ist bei dir. Ja. Können wir einmal gezogen werden? Bitte? Mörb, du und ich. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Ranger als Verstärkung sich gerade so mäßig klug erweist. Hast du mir ein Angebot zu machen? Wer, ich? Nein, du. Möchtest du mal ein Angebot machen, Mörb? Ja, mein Angebot ist, komm doch runter und hol's dir. Das ist alles. Das ist alles, ja. Ich sehe in deinem ungerechtfertigten Krieg keinerlei Grund, jetzt hier Zurückhaltung zu walten zu lassen. Ja, schieben wir doch mal die Rhetorik beiseite. Wir werden einfach mit Interessensgebieten abstecken. Du kommst nicht rauf, ich komm nicht runter in diesem Teil der Karte. Ja, das Problem ist, das Vertrauen ist zerstört. Ich glaube nicht, dass du nicht runterkommst und deswegen ist das Gespräch für mich beendet. Wir fragen einen für einen neutralen Dritten, der mich gut kennt, ob ich vertrauenswürdig bin. Steinbein, deine Meinung bitte. Du bist vor allem verwirrend. Deswegen würde ich das eher verleihen. Also ich finde es interessant. Jemand, den du selber ins Spiel gebracht hast, hält dich für nicht vertrauenswürdig. Was sagt uns das? Ja, dass ich den Falschen gefragt habe. Aber ich frage mal Maurice stattdessen. Der ist gerade nicht da. Also du hast gerade keine Fürsprecher für deine These. Dann frage ich mal deinen Chat. Frag mal bitte deinen Chat, ob ich vertrauenswürdig bin. Und danach fragen wir meinen Chat. Dann gucken wir, was die gemeinsam sagen. Also, ja, du gehört Chat, ne? Ja. Ist diese Blutmutter vertrauenswürdig? Oder wir fragen einfach mal Neutrale Dritte. Liebe Chatmods, bei mir bitte meine Abstimmung machen. Ist WB, AK, AK, Hekate, Blutmutter, vertrauenswürdig? Folgende Abstimmung ist an der Tiefen. Ja, jawohl, auf jeden Fall. Bitte jetzt mal kurz an. Also, ich sag's mal so, es sind viele Worte in vielen Sprachen, aber sie fangen alle mit N an und enden meistens auf ein. Oder mit N fangen sie an und enden mit O. Es ist, es ist, es ist, es ist, ich müsste nicht einmal eine Abstimmung machen. Es wäre ein kommunistischer Sieg, wäre das ja eine Parteiwahl, ich sag's dir. Und zwar gegen dich. Also, du schlägst meine ausgestreckte Hand und das Angebot, Interessensgebiete abzustecken, ab, ohne lange drüber nachzudenken. Definitiv ja, nach diesem Start. Ja, auf jeden Fall. Weil du mir nicht vertraust oder weil du sagst, besser, ich will mal sehen, wie er kommt und mir die Stadt abnimmt. Welche der beiden Einstellungen ist das? Weil ich dieser Blutmutter dir jetzt nach diesem Anfang und auch deiner bösen Gesinnung, die sehr, sehr offensichtlich ist übrigens, kein Stück vertrauen kann. Deswegen. Deswegen sage ich. Ganz liebe Grüße an die Zuschauer von Mörp, die gerade bei mir reingekommen sind und schreiben, ich zitiere, WB ist ehrlich und respektvoll, danke, voll vertrauensvoll, sehr freundlich. Ich gehe ab jetzt nur noch hier hin, Mörp ist doof, ganz liebe Grüße, sehr, sehr wunderbar. Das ist definitiv Hardcore-Propaganda und alle wissen das. Sehr dubios hier. Das ist das erste wahre Wort, das du sprichst, sehr dubios hier, ja. Ja, hast du einen Zuschauer, der Paul-Quappe heißt? Falls ja, ich will nicht betzen, aber der schreibt bei mir, Mörp ist doof und ich bleib ab jetzt hier. Ganz liebe Grüße. Jetzt sag ruhig, du kennst Paul-Quappe nicht. Das wäre noch bitter, aber dann kennst du deine andere Community nicht. Wenn der wirklich von mir kommt, ist er keiner, der im Chat besonders aktiv wäre. Ach Mensch, Mörp, du kannst dich doch nicht mal an die Namen deiner Zuschauer erinnern. Ich kann mich an jeden Einzelnen erinnern, an jeden Einzelnen. Also ganz im Ernst, so verlierst du deine Community an mich. Das wird immer grausamer für dich, Jan, das wird ein ganz, ganz bitteres Ende. Das wird garantiert passieren bei dem, was ich hier erleben musste, ja. Ich sehe das auf jeden Fall auch kommen. Im Chat bei mir wird gefragt, wer ist Mörp? Das wird immer krasser. Also ich bin doch höflich im Vergleich zu diesen Leuten hier. Liebe Grüße an euch, das macht ihr genau richtig? Eigentlich kann ich voll mit leben. Also weißt du, es gibt ja zwei verschiedene Arten von Leuten. Ich gehöre zu der Sorte, die in solchen Situationen einfach schweigen und genießen im Zweifelsfall oder einfach nur schweigen und es gibt welche, die müssen ihre eigene Unsicherheit, weil sie jetzt nicht wissen, wie sie sich selber in diese Situation gebracht haben, permanent durch endloses Gelaber und Trashtalk zu irgendwie kompensieren. Und ich glaube, zu dieser Sorte gehörst du. Hast du deine Zuschauer gerade als voll bezeichnet? Ja. Voller Blut, wohlgemerkt. Voller Blut, Blutmutter. Ja. Wie ist das eigentlich, wenn ich, kann ich niemals mehr als zwei freie Städte als Basallen haben? Wenn du genug Flüstersteine hast. Aber wie kriege ich mehr? Ich habe schon diese Diplomatie-Affinität. Oben in der Forschung. Also bei den Reichsverbesserungen, da gibt es drei Forschungen, eine Forschung, also zwei Forschungen für jeweils einen Flüsterstein und eine Forschung für Basallentum gegenüber Hekate-Blutmutter. Die klingt super. Ich habe schon diese Diplomatie-Fokus-Geschichte. Ah, da kommt da nochmal einer irgendwann. Du hast im neutralen Bereich ein und im Ordnungsbereich ein. Ah. Und ich glaube, bei denen auch noch einen, bin ich nicht ganz sicher. Es gibt zwei. Und was auch bei vielen unserem Radar gelaufen ist, ist, dass die Blut-Ors, also die Höhlen-Orks ihren ersten Krieg begonnen haben. Oh, gegen wen denn? Die Gunst der Stunde wurde genutzt und dem Ranger in den Rücken gefallen. Oh nein. Dem Ranger, der gerade eben versprochen hatte, mir Truppen zu schicken, dann kam sie nie an. Dem Ranger, dem ich jetzt geholfen hätte, hätte er mir eben Truppen geschickt. Der Ranger, reden wir über den? Also nochmal eine kleine Anmerkung, lieber Writing Bull. Deine Paul-Quappe hat gerade eben seine erste Nachricht in meinem Chat verfasst. Deswegen ist das jetzt nicht unbedingt so die Argumentation, die ich gelten lasse. Ganz liebe Grüße an Paul-Quappe. Es war ein netter Versuch, aber die Zahlung bleibt aus. Also das Eintausendstel-Bittle-Coin, das du dir gewünscht hast, das geht eindeutig nicht dir. Hör mal, Ranger, sollen wir nochmal zu zweit reden? Das war mir nicht spontan genug. Ich verzichte drauf. Na okay, dann ist es nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Na vielleicht könnten Max und ich, Strategie Eck und ich, ein Wörtchen miteinander reden. Einfach nur so. Ich wäre bereit. Weil wir noch nie miteinander geredet haben. Einfach so ein kleines Schwätzchen. Einfach so, ja. So zwanglos. Sollen wir runtergehen? Ja, du weißt ja, ich stehe immer treu zu meinen Bündnispartnern. Ich habe ein gutes, enges Verhältnis zu Ranger, der wir eben gelost hat. Und was bietest du mir an? Also ich sehe jetzt aktuell noch nicht das Bedürfnis, mich irgendwas anbieten zu müssen. Also bist du geneigt, diesen Krieg beizutreten? Ja, wie gesagt, was bietest du mir an? Krieg, Verheerung. Ja, das ungefähr so. Was? Das muss die Ranger auch geben. Nee, eigentlich nicht. Gar nichts. Wir können nicht so viel anbieten, leider. Ja, also was man machen kann. Es gibt ja die Möglichkeit auf Koop-Siege. Also falls du bereit wärst, eine langfristige Partnerschaft mit einer so ehrenvollen Gestalt wie Hekate-Blutmutter einzugehen, dann wäre das eine Option. Also Höllen-Orks und Blutmutter, also der Tod und Blutmutter, das hört sich, also da könnte eine Ehe raus werden. Also meine Zuschauer haben sich von Beginn an gewünscht, als sie gehört haben, die Orks sind mit dabei und das Chaos. Ich sollte unbedingt mit ihr zusammenspielen. Haben die sich von Beginn an gewünscht. Das hört sich nach einer fulminanten Idee an. Es ist natürlich die Frage, in welcher Situation, also ich hab dich noch nicht gefunden. Ah, das ist doof. Wo steckst du denn von der Hauptstadt von Ranger aus? Ganz unten, ganz unten. Ganz unten. Es ist doof, dann können wir keinen gemeinsamen Krieg machen. Ich könnte mal versuchen, mich bei Merp einzuschleimen, Ranger zu verraten, aber dann sollten wir beim ersten Kontakt einen heiligen Eid, einen Blutseid schwören. Beim ersten Kontakt jede Art von Vertrage, der möglich ist, machen wir, bis hin zum Koop-Siege. Ich hab dich getroffen. Ja, das hört sich doch wunderbar an. Du bist getarnt. Hast du so einen Karl-Kopf und zwei Hauer? Ja, das bin ich. Wir haben uns kennengelernt. Perfekt. Ah, wunderbar. Ich mach sofort Verhandlungen. Ich schicke dir rüber eine Zaubererverbindung. Angebot ist unterwegs. Nimm mal an. Ich muss mal. So. Jo, die können wir machen. Wunderbar. Ja, hab ich dich doch. Und dann schicke ich dir rüber. Tja. Kontaktinformationen zum Merp könnte ich dir schicken, aber das ist ja Quatsch. Ich schicke dir mal eine offene Grenzen. Sag mal, was braucht man für eine Allianz an Voraussetzungen? Irgendwie ein super gutes Verhältnis oder sowas, ne? Oh ja, das ist bei mir das Problem. Ich bin wegen dir sehr, sehr böse Spezies. Ja, ich ja auch. Vielleicht gibt's das ja. Ich auch. Vielleicht kriegt das ja auf Gegendiebe dann. Ich schicke dir erstmal offene Grenzen rüber. Wir müssen eine Freundschaft. Wollen wir die auch schicken? Es kann sein, dass wir eine Freundschaft. Guck mal, kann ich annehmen? Guck mal, ich gehe mal unter Erklärungen und wir versuchen, ich mache mal eine Freundschaftserklärung. Das steigert unser Verhältnis. Kostet 10 Gold Unterhalt pro Runde. Und wenn du das jetzt auch machst, dann stackt das. Wenn man einen Freundschafts-Pakt, wo kriege ich das denn hin? Auf Verhandeln klicken. Und dann auch Freundschaft. Und die stacken sich, dann haben wir bald ein so gutes Verhältnis, dass wir den Koop-Seekenn machen. Weil Ranger hat mich eben schwer enttäuscht. Und ich weiß, Orks können mich nicht enttäuschen. Okay, mein Chat darf mir gleich helfen. Falls ich das diese Runde nicht schaffe, dann nächste Runde. Ich gehe mal schnell zurück ins Spiel. Bleiben bitte hier am Audio-Kanal. Und du musst mal ein bisschen weiter hier klicken. Wie sieht's aus? Ah, bei mir im Chat heißt es, man braucht erst einen Verteidigungspakt als Voraussetzung. Ja, das kriegen wir doch hin. Verhandeln. Verteidigungspakt. Angebot senden. Und dann unter Erklärungen Freundschaft. Genau. Zack. Den habe ich jetzt auch gemacht. Prima. Das kriegen, glaube ich, alle anderen auch mit, wenn wir Freundschaft schließen. Ach ja, komm. Was soll's? Dann ist das halt so. Ja, das ist auch... Dann hat man Farbe bekennt. Kann ich auch endlich aufhören, so zu tun, als wäre ich verschlagen und meine wahre Seite zeigen. Nämlich das Ehrenvolle. Im Ernst, wenn wir erstmal so ein Deal haben. Zu zweit. Wahrscheinlich haben wir am Ende des Matches sowieso drei Zweierteams. Gehe ich sowieso von aus. Wenn die anderen klug sind, machen die das auch. Ja, gehe ich auch von aus. Also ich muss jetzt eh noch drei Runden warten, tatsächlich. Leider sogar vier Runden warten. Dein Angebot kommt rein. Verteidigungspakt. Einmal angenommen. Sehr schön. Freundschaftserklärung ist beidseitig. Zauberhaft. Bündnis vorschlagen. Sollen wir jetzt machen? Können wir machen, ne? Schlag dir eins vor. Ich hab's auch gemacht. Mal gucken, ob das dann automatisch angenommen wird. Ja, Bündnis kann ich sogar annehmen. Wunderbar. Zauberhaft. Dann hat's geklappt? Warte mal. Ich hab hier ein paar Meldungen. Ein Halsabkommen wurde akzeptiert. Bei mir steht drin Bündnis, ja. Wir haben eins. Ist ein Bündnis geschmiedet. Ja, tatsächlich. Ja, wunderbar. Würde es dich sehr stören, dass ich dann, wenn ich jetzt raufgehe, Ranger, nochmal ein bisschen was von ewiger Freundschaft vollsülze. Ich glaub, er hat das mitgekriegt, dass wir ein Bündnis haben, aber das kannst du probieren, ja. Obwohl, ich bin direkt vor seiner Grenze. Ich schiebe, hast du, weißt du, wo seine Truppen stehen? Ich hab eine seiner Armeen ausradiert. Also, wenn er noch eine Armee unten hatte, also sein Held war Stufe 3. Ich weiß nicht, ob das sein Hauptheld war, aber die Armee ist tot. Da ist nichts übergeblieben. Hör mal, wir machen Koopsieg. Das heißt, es ist egal, wer welche Städte bekommt. Würde es dich stören, wenn ich die Stadt nehme und die nächste, die wir gemeinsam erobern, bekommst du, weil die ist direkt, ich bin eingezwängter, ist sonst nichts. Hat der schon drei Städte? Hat der schon drei? Spitze des Trosts und bei mir im Norden hat er auch noch eine. Okay. Dann rede ich jetzt erstmal mit Mörb und versuche, einen Frieden zu schließen. Dann gehe ich mit seinen Truppen rauf zu Ranger. Und bitte an die Chats, bei dir und bei mir, geht nicht rüber und tratscht das weiter. Wir können das auch so gemeinsam. Das zerstört einfach alle Intrigen, ja. Genau, genau. Auf einen gemeinsamen Erfolg. Bis bald. Wir schaffen das. Ja. Wir machen das. Doch, jetzt habe ich ihn. Ah ja, ihr hattet recht. Lieber Steinwallen, lieber Sarafina, ihr bekommt ein Angebot von mir. Wenn euch das recht ist. Achso, mal sehen, was es für ein Angebot ist. Nichts Verpflichtendes. Nur eine Höflichkeit. Ein Riesendankeschön an Twitchett, an Matze und an die anderen. Abo-Verschenker, an Nico, an Matze, an Silver S. Ganz liebe Grüße von euch. Ich hoffe, ihr kommt auf eure Kosten und es macht euch Spaß hier. Irgendwelche KI-Einheiten, die wahrscheinlich irgendwas angegriffen haben. Das kann sein. Ich muss mich jetzt mal kurz von meinem eigenen Chat distanzieren, öffentlich. Oh, okay. Ich werde als verschlagen bezeichnet. Ich weiß nicht, warum. Einigen schreibt man dazu, auch ich liebe es. Was habe ich eigentlich jetzt nur Interesse halber? Wie nimmt mich denn euer Chat wahr? Wahrscheinlich als die ehrenhafte Karte Blutmutter, die ich bin, oder? Das ist bislang tatsächlich noch... Also bei mir leckt alles gerade. Nur positiv. Also bei mir ist ein riesiger schwarzer Balken zensiert drauf. Im gesamten Chat seit dem Vorfall. Ich bin bereit. Es war eben ein bisschen gemeiner, stimmt. Hör mal, komm. Soll wir mal kurz zu zweit reden? Ich habe gerade einen kleinen Moralflash. Sag mal, könnt ihr spielen oder so? Ich kann nicht spielen. Bei mir ist noch Gegner bewegen sich. Ja, bei mir auch. Also ich mache nichts. Ich schwöre. Bei mir ruckelt es auch ziemlich gerade, aber ich mache nichts mehr. Es ist auf 0,4 Sekunden. Bei mir ist es bei 0,6. Oh, oh. Bei mir ist es bei 0,0. Haben wir einen Autospeicher drin? Ja. Bei mir ist auch 0,0. Oh, ja. Aber ich sah noch Einheiten bewegen gerade eben. Also es waren wirklich Einheiten, die sie wohl bewegt haben. Na. Kleine Bitte vielleicht, dass wir alle darauf verzichten, Einheiten oder Armeen über mehr Runden zu schicken. Das wäre, glaube ich, ganz klug, wenn wir das nicht machen. Das kann sein, dass das ein Problem ist, ja. Das meinst du? Das soll man nicht machen? Keine Bewegungsbefehle über eine Runde hinaus machen. Das mache ich sowieso die ganze Zeit nicht. Okay. Weil das kann wirklich zu Problemen führen. Bei anderen Spielen ja auch und vielleicht auch hier. Nee, also ich bewege die alle immer nur genauso weit, wie sie sich bewegen können bis jetzt. Also mein Chat, WB, hält dich für verschlagen und opportunistisch. Oh nein, das ist so liebevoll. Danke. Danke. Ich würde auch bei mir das durchaus als Kompliment werten. Ja. Das wusste ich. Ja, absolut. Da muss man sich endlich mal gewürdigt werden. Das ist auch... Ja, ja. Muss man sich endlich mal nicht dafür schämen, was man ist. Ja, genau. Man kann einfach mal... Es ist ja so schön, wenn jemand einfach er selbst ist, ne? Ja. Ranger, beziehungsweise Balthasar, ihr habt eine diplomatische Nachricht von mir. Ach, wie schön. Das freut mich. Mörb, ich mache dir einen Vorschlag. Du und ich haben uns lang genug bekriegt. Mich und ich will nicht runtergehen. Ich will nicht im Untergrund. Ich will oben leben. Oben kann ich Sehnen der Stablichen ernten. Was würdest du davon halten, wenn wir unseren kleinen, schmutzigen Krieg einfach beendern und ich das mit einem Wort der aufrichtigen Entschuldigung und des Bedauerns verbinde, dass ich deine Schwäche ausgenutzt habe, dass ich mich auch explizit entschuldige für die respektlosen Bemerkungen, die ich dir gegenüber gemacht habe. Es tut mir echt leid. Ich sage das ja auch öffentlich. Alle hören mit, alle Chats, alle mit, die Streamer, alle Communities hören mit. Ich entschuldige mich respektvoll davor, dass ich dich attackiert habe. Ja, also ich weiß ja nicht, wie die Kollegen das jetzt hier gerade eben sehen. Aber ich habe immer noch dieses Vertrauensproblem. Und deswegen, also ich sehe einfach nicht, warum das jetzt ehrlich sein soll. Ich schicke dir mal ein Angebot rüber. Er sammelt aber auch gerade Armeen bei dir, wie ich sehe, am Übergang. Also, wie gesagt, ich bin bereit, wenn diese Untoten hier runterkommen wollen. Also ich bin, ich stehe bereit. Das ist schon seltsam. Ich biete dir mal Frieden an. Und ich biete dir sogar als Ausdruck der Entschuldigung noch an irgendwas, irgendwas, was du dringend brauchst. Zum Beispiel irgendeine Goldprämie hier. 50 Gold sind jetzt unterwegs. 5, ach Quatsch, das war zu geizig. Kommen wir mal, ich biete dir 100 Gold an. Das ist zu wenig. Es ist alles so peinlich hier. Ich biete dir 100 Gold an. Ja? Wenn dir das recht ist. Wenn du dagegen sagst, nee, brauche ich nicht. Ich habe genug Gold. Wir haben Maulwürfe stehen auf was anderes. Angebot ist rüber. Waffenstillstand für 10 Runden. 100 Gold von WB. Und nochmal ein Ausdruck der Entschuldigung und einen respektvollen Diener und Knicks von Hekater. Blutmutter. Also ich habe einfach... Ich vertraue euch schlicht und ergreifend nicht. Tut mir leid. Und der Verlust meines Außenpostens, wisst ihr, das war mein erster Außenposten. Das hat mich schwer getroffen. Ich bin... Oh, es ist nicht... Oh, es ist nicht... Oh, nein. Alle mal auf Neuladen klicken, ne? Einmal auf Neuladen klicken, ja. Im Chat bei mir hieß das, dass ein Ladenproblem sei dadurch entstanden, dass Mörb mein Angebot nicht angenommen hätte. Mörb, kannst du mal auf Annehmen klicken? Dann sollte... Im Interesse aller. Dann sollte alles okay sein. So, Runde 20 müsste jetzt sein bei allen. Also ich bin Runde 25. Ich habe zwei Städte mehr. Danke an Mörb, deine Hauptstadt. Ich stehe direkt davor. Letzte Möglichkeit, das Angebot anzunehmen, ansonsten nutze ich meinen Sprung in Zeit und Raum, um dich zu exekutieren. Ja, ich bin gespannt. Also ich bin ja immer bereit, vom Meister zu lernen. Zeig mir, wie es geht. Go. Oh, jetzt noch nicht. Ich wurde zurückgesetzt. Die Maulwurfe haben das Lahn-Knabel angekabbert. Aber ich hänge jetzt hier in der Spielentscheidung irgendwie. Ja, bei mir auch. Ja, bei mir ist auch auf Spielentscheidung warten irgendwie. Ich wette, das ist das Angebot, das Mörb in der Schleife hat und wo er nicht drauf klickt. Ich habe eigentlich schon geklickt gehabt, dass ich es ablehne tatsächlich. Jetzt mal auch ohne Quatsch. Das war der Fehler, ne? Auch ganz ohne Quatsch hier, ne? Sonst zur Not mal speichern. Warte mal, Angebot zeigen. Warte mal, ablehnen. So. Echt? Ja, es hat nichts bewirkt, so wie es aussieht. Ja, siehst du. Wer hätte es auf Annehmen klicken müssen? Anders geht es nicht. Das ist eine Spezialeigenschaft meines Volkes, der Gothelins. Diplomatieangebote, die alle zehn Runden kann ich ein Angebot nehmen, das man nur annehmen kann. Ansonsten bekommt man einen Pferdekopf aufs Bettlaken gelegt und einen Multiplayer-Absturz. Also, ihr seid jetzt noch nicht im Spiel drin? Doch. Doch, doch. Ihr könnt eben rechts dann auf Spielerentscheidungen warten. Ich bin da immer belegen, ob ich ganz, ganz kurz mal rausgehe. Bei mir ist Gegner bewegen sich. Ja, da stimmt irgendwas. Ach, dann liegt es vielleicht daran, dass sich irgendetwas bewegt, aber wir bekommen das nicht richtig angezeigt, möglicherweise. Ich würde mal sagen, entweder wir gehen alle mal raus und wieder rein oder wir rehosten einfach. Ja, komm, wir gehen mal raus. Ich verlasse mein Spiel und versuche mal wieder reinzukommen. Mal gucken, ob sich dadurch was ändert. Verlasse nicht aufgeben, Leute. Ich klicke vorher noch schnell darauf, dass Mörb das Angebot annimmt. Habe ich gemacht. Und jetzt einmal abspeichern? Oder direkt raus? Die Lobby bleibt bestehen. Das heißt, ich klicke auf. Ich höre von da oben, von so Untoten. Spiel verlassen. Ladet ihr ein? So. Spiel verlassen oder was? Ihr müsst ja wieder reinkommen können einfach. Genau. Also auf Mehrspieler gehen und dann werdet ihr bei aktive Sessions, wird das angezeigt. Ah, okay, alles klar. Sehr cool. Das ist ja einfach. Bei mir wird übrigens im Chat Writing Bull als der Mann bezeichnet, dem ich mein Krypto-Portfolio anvertrauen würde, so vertrauenswürdig erhalten würde. Ja, völlig zu Recht. Ganz liebe Grüße an deine Leute. Ganz liebe Grüße. Mein Versprechen gilt weiterhin. Jeder Zehnte, der mich unterstützt im Chat, kann auch entsprechend gelost werden, bekommt von mir ein Ticket für die nächste Hekate-Blutmutter-Cosplay-Fest. Auf der Gamescom 2030, auf der ich höchstpersönlich auftreten werde. In einem blutverschmierten Kleid mit großem Ausschnitt. Ich bin jetzt drin übrigens, die Zeit steht und es steht immer noch dran, warte auf Spielentscheidung. Ja, hier steht, Gegner bewegen sich. Okay, da müssen wir hier rehausen. Hast du das Spiel abgespeichert? Ich hab das noch nicht ganz kapiert, also wenn wir jetzt nicht weiterkommen... Ah, nee, jetzt ist die Zeit weg, jetzt dreht sich was. Bei mir nicht. Jetzt ist die Zeit auf 0-0-0 jetzt. Genau, jetzt ist sie auf 0-0-0 und aber ohne dreht sich. Aber Gegner bewegen sich. Aber es steht auf Spielerentscheidung. 2,45. Es wird gewünscht, dass das geklippt wird, was du gerade gesagt hast, WB, dieses Versprechen. Ich finde auch, dass das jemand tun sollte. Man kann ja auch nicht speichern. Du kannst nicht speichern. Nee, es gibt kein Speichern. Es gibt nur beteiligtes Session, weil das auf dem Server gespeichert wird. Deswegen können wir auch einfach so wieder reinkommen. Genau, ja. Ja, gut, aber das ist jetzt ein Problem, weil wir sind ja schon einfach so reingekommen. Spielen wir starten? Jetzt warten wir einmal ganz, ganz kurz. Das hat ja gerade eben auch schon mal kurz eine Minute oder zwei gedauert. Seht ihr Punkte oben bei den anderen Spielern? Ich sehe nur bei DMR, dass ihr blinkt. Bei Ranger. Ranger, bei Ranger blinkt. Ja, okay, das ist bei mir auch. Ranger blinkt und der Rest blinkt nicht. Also ist Ranger das Problem. Ja, genau. Ja, also wenn du das so siehst, sollen wir mal in den Diplomatie-Kanal gehen? Ja, aber das kann tatsächlich sein. Einen Moment! Ja, also ohne Witz jetzt kurz mal. Das kann tatsächlich sein, dass es eventuell an irgendeiner Entscheidung bei Ranger gerade eben hängt oder dass es ein Fehler ist, den wir nicht kennen. Ich hatte ein Angebot von Ranger noch offen. Ich habe das jetzt mal angenommen. Mal schauen, ob das... Aber es hat nichts geändert anscheinend. Nee, nee, das ist nicht... Das blinkt bei mir, weil ich der Host vom Spiel bin, von der Partie bin. Ah, okay. Ich finde das auch sehr unfair. Ich finde das auch sehr unfair. Ich sage gerade, man sollte die Entscheidung mal durchklickern, wenn ihr irgendwas noch offen habt oder sowas, dass da irgendwie... Ich habe keine... Bei mir ist es halt... Ich kann... Da ist jetzt nicht Angst, halt auf Spielentscheidung warten. Da ist die Sandbrille. Ja, bei mir auch. Ich kann auch sonst nichts machen tatsächlich. Also ich kann gar nicht mal Helden irgendwie Items ausrüsten. Bei mir im Chat wird gesagt, Steinbein, ob du vielleicht mal deine Speer checkst, falls möglich, ob da durch eine Autoerkundung was passiert. Und der andere Speer steht da rum. Ja, was soll ich jetzt checken? Ich kann die Autoerkundung deaktivieren. Aber da passiert nichts. Bei mir im Chat heißt es, wenn sich die Runde aufgehangen hat, kann man den letzten Zug zurücksetzen. Danach muss Mörb allerdings aufgeben. Punkt. Dann gehen wir nur noch mal zurück. Dann gehen wir noch mal raus aus dem Spiel. Online-Meerspiel, da gibt es eine Schaltfläche für. Sag mal Bescheid, wenn ihr alle raus seid. Ja, ich bin draußen. Ich bin auch draußen. Ich bin auch draußen. Dann gehe ich auch raus. Ich bin im Hauptmenü. So. So, ich bin auch raus. Dann gehe ich nämlich auf Einstellung bei mir. Das ist aber nicht böse. Dann gibt es hier die Schaltfläche zurücksetzen. Ich bin in der halben Minute wieder da. Entschuldigt bitte, aber ja gab es gerade irgendwas im Hintergrund, auf das ich reagieren muss. Ich bin sofort wieder da. Soll ich jetzt dann auf Zurücksetzen drücken, wenn das gesagt wird? Ja, mach mal. Selbst wenn er so was sagt, klingt das irgendwie nicht richtig. Du bist dabei, die Session auf den Beginn der Runde zurückzusetzen. Danach werden alle Aktionen rückgängig gemacht, die in der letzten Runde vorgenommen wurden. Ja. Die Session wurde zurückgesetzt und jetzt wieder reingehen. Jetzt wieder reingehen? Gut. Auf einmal ist dieses Piepen im Ohr weg. Merkt ihr das auch? 古ische Musik Die Session wurde zurückgesuration. Manyak Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hinweis an meine Leute bei uns im Stream, schreibt meine Chat rein, Ausrufzeichen Miasma oder schaut euch mal an, was die Chatmods zu schreiben haben dazu. Wir machen morgen einen Deutschland-exklusiven Preview-Stream zu Miasma Chronicles, dem neuen Rundenspiel der Mutant Zero Route to Eden-Macher. Wir sind die Einzigen, das wir erstmal im deutschen Raum überhaupt zeigen können. Tolles Rundentaktik-Spiel. Morgen hier ab 19 Uhr und ab 16 Uhr Age of One Sphere im Singleplayer. So, wenn alle wieder da sind, dann können wir jetzt wieder reinleuen. Ja, mein guter Freund Rundentaktik-Spieler. Dann gehen wir rein, oder? Achso, auf Maurice haben wir noch gewartet, ne? Achso, stimmt. Ist Maurice jetzt auch da? Nee, nee. Dann noch nicht reingehen, Leute. Dann noch nicht, genau. I have returned. Ah, okay. Dann können wir jetzt alle reingehen. Jawohl. Let's play. Das heißt, wir gehen wieder auf Online-Mehrspieler? Genau. Genau. Und dann einfach die Session anklicken und spielen drücken. Das schaffe ich. Ich bin sehr optimistisch. Sehr schön. So, nun. Direkt auf Kampf warten. Wer ist denn da direkt so kampfgeil? Jetzt geht's. Zauberhaft. Sehr schön. Wir sind wieder am Anfang der Runde. Also, man muss gewisse Dinge... Dann war das vorhin vielleicht ein Kampfleute. Möglicherweise, den irgendjemand nicht gesehen hat oder nicht gemeldet bekommen hat. Nee, ich glaube, es hat sich einfach aufgehangen. Ich glaube auch. Kann natürlich auch sein, ja. So, wir sind jetzt zu Beginn von Runde 20. Nur damit ihr das normal im Kopf habt. Ja, nicht schon so viel passiert. Ein paar Sachen sind schon anders. Die Lösung ist also immer, WB muss raus, dann geht's wieder, wird bei mir geschrieben. WB, dein Statement. Och, was kratzt mich das, was die Sterblichen sagen. Das ist genau, was die Frösche auch sagen würden. Ich finde das sympathisch. Ich brauche noch eine Unit. Warte mal, ich wollte doch den Wasserspeier, glaube ich, basteln hier. Dass ich irgendwann mal Versorgung hier von Mana habe, ja. Wir holen uns dann ein paar. So, ich muss hier noch einmal was schicken, weil wir in der letzten Runde, das ist ja schon wieder vorbei, ja. Ja, stimmt. Sehr schön. Oh. Okay. Was war denn hier noch? Oh. Bei mir wird übrigens gerade in dem Chat geschrieben, Maurice, wenn du die Katzen genommen hättest, hättest du dich Miau-Ries nennen können. Boah. Ja, das stimmt. Damit übergebe ich den, ich übergebe den Pokal. Ja, oh. Oh, ja, der Pokal. Absolut richtig. Aber das ist jetzt in meinem Chat. Ja, du nimmst den stellvertretend dafür. Oh, ja, stimmt. Hm, das ist ja nicht dein, hm. Ja, okay, dann verwahre ich ihn einfach so lange. Nimmst du ihn stellvertretend für deinen Chat, das ist null. Ich schreibe aber direkt drauf, es ist nicht meiner, er gehört meinem Chat. Ja. Dem Zauberer bei mir im Chat, genau. Er wurde Schlacht gewonnen, er wurde Schlacht gewonnen. So, wir beraten uns für den Angriff auf Ranger vor. Gruftklinge brauchen wir nicht. Stadt erobert, Mana und Wissen geschenkt bekommen. Das bringt auch nicht so viel. Mehr Zauberpunkte brauchen wir ebenfalls nicht. Mehr Wissen werden wir einen Held besiegen. Keine Sachen, die wir hier sofort brauchen. Ein Flüsterstein mehr brauchen wir nicht. Können wir auf alles erstmal verzichten. Naja, bei mir steht auch noch auf andere Spielerwahn. Mhm. Aber jetzt ist irgendwas vorbei, glaube ich. Jetzt ist was vorbei. Gegner bewegen sich. Bewegen sich doch mal. Wir haben, wir haben die, die, äh... Den Fluch gebrochen. Ja, den Fluch gebrochen. Sehr schön. I want to believe. Oh, yes. Möglichst viele Seelen sammeln. Deshalb zaubern wir alle Leute zu Seelenbindern. Das ist die weitere Ressource hier im Spiel. Und jetzt können wir hier auch so langsam obendrauf marschieren hier. Die Runden werden ein wenig etwas länger. Ihr seht es. Ja, sie denn haben wir eigentlich genug. Wir könnten nachher, können wir... Haben wir einen Held in der Gruft, den wir eventuell rekrutieren können. Ich glaube nicht. Nee. Wir könnten einen normalen Held in uns für viel Geld kaufen. Der würde dann mitkämpfen. Kostet wie viel? Mit 350, das könnten wir uns leisten. Einen dritten Helden mitmachen. Dauert so 10 Runden, bis wir den haben. Spricht eigentlich nichts gegen. Von unserem eigenen Volke hier. Nee. Der ist nicht von unserem Volk. Welcher Volk ist das? Das ist... Das sind andere, ne? Hier, das sind die Gothlins. Gerissen. Ogerfreunde hätte man Oger-Einheiten noch dabei. Und gerissen bedeutet, löst keinen Gelegenheitsangriff auf. Wir nehmen mal die Oger mit dazu. Spizieren holen wir uns da einmal. Kostet 30 Gold pro Runde, bis wir das Limit erhöhen. Das ist sehr viel. Das ist auch sehr stark. Aber das lassen wir mal sein. Ein Skelett hier. Hier können wir noch ein bisschen weiter bauen. Glaub ich, Sonderbauten. Das sind eher so diese Sonderdinger, ne? Die man... Also nicht die Standardgebäude. Genau. Also ich glaube, dass auch beim Zaubererturm irgendwo was dabei stand. Irgendwann mal... Ah ja, das kann auch sein. Stimmt. Vielleicht auf der höheren Stufe oder sowas. Aber ich weiß es auch nicht auswendig gerade. Okay. Ah ja, und es gibt besondere Materialien noch. Stimmt. Dann soll ich mal den Zauberturm ausbauen. Das ist ein guter Punkt. Oh, Gegner bewegen sich. Spielerentscheidung. Da ist der Zug vorbei. Ups. Also, ähm... Liebe Orks, was ist denn das da drüben? Ich hab das Gefühl, ihr bringt Unfrieden in diese wunderschönen Lande. Äh, waren die Orks gemeint? Ich hab das vernommen. Ja, ja. Also wir Frösche sind Wesen des Friedens und der Einheit. Ich nicht. Und ich hab das Gefühl, ihr nicht, ja. Ihr schmeckt auch nicht. Ihr seid auch sehr schmackhaft, ihr Frösche. Das muss man euch lassen. Das, ähm... Das ist ein Kompliment, das ich nicht vielen mache. Aber habt ihr, als ihr diesen Krieg erklärt habt, gesehen, dass das unsere Verbündeten sind, gegen die ihr kämpft? Das war mir eigentlich reichlich egal in der Situation. Okay. Oh, guck mal. Nun denn. Dann sei es so. Das ist gut. Da noch mehr Fleisch für den Fleischwolf. Auf das ihr... Dass meine Skalden von eurer Niederlage singen werden. Auf das ihr Froschfutter werdet. Okay, Maurice. Dann sagt mir einfach Bescheid, wenn wir die beiden Armeen nach vorne bringen. Da ist sogar im Norden einer Armee steht. Ich fasse es ja nicht. Habe ich gerade meinen Namen vernommen? Naja. Also es ist echt nicht böse gemeint, aber du spielst mir ein bisschen zu passiv. Ich kann es nicht anders sagen. Von wem sprichst du? Von Ranger. Ich bin menschlich ein bisschen enttäuscht. Also ich bin ja einer... Also ich wechsle nicht gerne die Seiten, aber wenn es sein muss, das ist dann schon... Okay, das passt natürlich jetzt ganz gut, weil Mörb, dann kannst du jetzt das Bündnis nämlich ausnutzen, weil die Armeen bei mir an der Seite versammelt sind. Ich rufe dich kurz in den Krieg, ja? Weil wir haben ja unser Verteidigungsbündnis. Ja, mach ruhig. Das wird ja immer spannender hier. Okay. Ich sehe gar nicht durch, was ihr alles an Intrigen treibt. Intrigen ist ein so hässliches Wort für etwas so Schönes wie Krieg. Mord und Blutdurst. Ja, etwas zu schönes. Das stimmt, das stimmt. Etwas so Schönes wie Krieg ist, ja. Du stimmst mir heute verblüffend oft zu, Maurice. Ich scheine irgendeine Seite bei dir heute anzusprechen, die du ansprechend findest an Mia wiederum. Haben wir jetzt hier direkt schon Weltkrieg? Warum, WB, greifst du jetzt auch Ranger an? Der war mir zu passiv. Ich wollte die ganze Zeit seine Hilfe haben. Irgendjemand muss moralische Instanz sein. Irgendjemand muss ohne kleinliche Gründe und nur auf den eigenen Profit bedarf zu sein. Die karte Blutmutter schwingt sich jetzt zur moralischen Instanz auf. Ja, genau. Das hast du gut zusammengefasst. Danke dir. Okay, okay. Genau, das ist es ja, ja. Okay, Mörb, dann musst du jetzt quasi nur nach oben, weil Maurice rückt schon gegen Ecke vor. Dann haben wir das doch gleich. Ja, ich habe ein Angebot geschickt. Ich habe ein Angebot geschickt. Das will ich die ganze Zeit schon sagen. Dann weißt du, dann ist alles gut. Ach, Gott, Gott. Maurice rückt gegen Ecke vor. Der braucht noch zehn Runden, bis er da ist. Falls davon überhaupt was übrig bleibt. Wenn du das annimmst, dann bin ich auf der sicheren Seite. Ranger, Ranger. Ich habe nichts, was ich annehmen kann. Ich habe ein Angebot geschickt. Moment. So, ich schicke es nochmal. So, jetzt. Bei mir wird nichts angezeigt. Hä? Gucken wir mal, ob die Runde weitergeht. Warte mal, ich... Ach so, wir sind auch zwischen den Runden gerade eben, ne? Mir steht drin, auf andere Spieler warten. Ja, bei mir im Chat steht... Ähm, die Maulwürfe sehen nix. Die brauchen ewig. Bei mir steht, Hochmut ist des Teufels Lieblingssünde. Manchmal muss man auch einfach ein paar Sachen vorbereiten. Also ein Leben ohne Sinn. Aber wer soll denn nicht hochmütig sein, wenn nicht die Höllen-Orks, ne? So, Ranger, ich probiere es nochmal, jetzt direkt am Anfang der Runde, ne? Warte, gerade ist noch auf Kampf war. Und Steinwallen lacht sich, wie ich gesagt habe, im Vorfeld ins Fäustchen. Ja, immer. Das ist also... Das ist ein klassischer Steinwallen, ja, ja. Ich finde es ganz traurig, was hier passiert. Die Augen um Augen zahlen alle. Das war so durchsichtig. Wer glaubt dir denn sowas? Ach, schade. Ja, ihr könnt ja zu mir kommen. Ich meinte, wenn ihr auch noch den Krieg in die friedlichen Katzenlande tragen wollt... Oh, was für eine nette Einladung. Wer weiß, wo Steini ist? Ich weiß es tatsächlich, aber warum soll ich es dir sagen? Okay, wo denn? Wenn du doch ein Erzschuft bist. Ach komm, jetzt hör mit den Komplimenten auf. Ich bin gleich ganz gerührt hier. Das sehe ich nicht ein, nein, nein, nein. Jetzt hast du das Angebot. Da war irgendwie ein Bug. Ja, irgendwie. Das hätte aber schon eigentlich die letzte, vorletzte Runde sein müssen. Das ist aber seltsam. Naja, das ist seltsam, ja. Das ist jetzt so. Aber hast du jetzt auch meins bekommen? Ja, das sollte jetzt passen. Okay, dann rück mal nach oben vor. Da muss er sich entscheiden. Ja, ja, sobald ich halt was sehe, ne? Also noch sehe ich nichts. Das ist aus dem Auge eines Maulwurf-Herrschers wirklich eine sehr witzige Bemerkung, ne? Ja, natürlich. Kann ich mich auch gar nicht rausnehmen. Hier, jetzt. Jetzt. Ja, auch wirklich kompliziert hier. Jetzt müsste es aber gehen. Wenn es jetzt nicht geht... Nee, ich sehe immer noch nichts. Vielleicht dauert es eine Runde. Ich habe dir noch mal was geschickt. Jetzt. Okay, jetzt funktioniert es. Ja. Jetzt. Ich habe jetzt die Magma-Moles getroffen zum ersten Mal. Ja, und ich sehe jetzt Maurice mit seiner lustigen, also wirklich schönen Krone. Also... Das sind die Orks von... Okay. Von Ecke. Ja. Genau. Die Schmächtigen da oben. Ja, ja. Von denen ihr erzittert. Was? Hast du was gesagt? Erzittert. Ich höre dich gerade nicht vor lauter Blindheit, die ich habe. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, Ranger. Wenn du eine Stadt baust, die mir direkt vor die Nase setzt und dann keine Mauer baust, dann verleiht... Also eigentlich bin ich gar nicht schuld an diesem Intermetz. Ich höre gerade nicht. Was? Eigentlich ist das ja eigentlich dein Wille gewesen. Moment. Ja, finde ich auch. Kann man nicht anders sagen. Was für moralische... Keine Moral. Wir sprechen hier nicht über Moral. Die ist gedient. Passieren hier gerade... Ich weiß es auch nicht. Ich glaube... Jetzt holen wir uns mal extra Einheiten dazu. Ein Bevölkerungspunkt in jeder unserer beiden Städte, aber drei Einheiten kommen dazu. Kostet 150 Imperium. Dann holen wir uns den Rassenbrommer, glaube ich, nicht. Nee. Geht... Kann man über Chaos noch irgendwas machen? Im Augenblick noch nicht. Und hier oben... Muss im Augenblick noch nicht sein. Nee. Jetzt gehen wir mal rausgucken. Da haben wir vorne eine Dreierarmee. Die läuft bis hier oben hin. Da ist eine Sechserarmee. Die können hier runterziehen. Da sind ein Stückchen zu weit weg. Und wie stark ist der? Oh, der ist stark. Wenn der ist stark, dann muss ich gleich noch einen Helden kaufen oder zurückziehen und versuchen, ihn erst mal zu vernichten und hier oben verschonen. Anders geht's nicht. Ich weiß nicht, ob das ankam. Ich schließe mich dem an, was du gesagt hast. Das freut mich. Das freut mich. Wenigstens gibt's noch ein paar ehrenvolle Personen hier. Neben Mörb und, äh, Maurice. Ja, so sind wir. Es ist wirklich ehrlich. Ehrenvoll bis ins Grab. Definitiv. Gut, nicht unbedingt bis ins Grab. Aber zumindest bis an den Rand. Bis zur nächsten Ecke. Das reicht ja auch vollkommen aus. Bis zur nächsten Ecke. Weil dann haben wir ihn vernichtet. Genau. Die nächste Ecke ist ja auch die einzige Ecke im Spiel. Also... Genau. Ah, der erste Speer ist schon dahingerafft worden, wie ich sehe. Das sind doch mal schöne Neuigkeiten. Ja, Speer sind immer die ersten Verluste des Krieges. Das ist eine Tragödie. Ja, finde ich auch. Also, wer Speer tötet, ist meiner Meinung nach echt ein Schuft. Kann man nicht anders sagen. Also ein Mörb, wie man bei uns in der Community sagt. Ähm, also ich möchte daran erinnern, der erste Speer-Mörder, das war ja wohl die Blutmutter. Also du. Oh, tatsächlich. Da siehst du mal, wie ehrenvoll es sein kann, einem Speer einen Heldentod zu gewähren. Ja, absolut. 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 Ach, das ist die gesamte Armee schon. Ui, 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 ui. Da hat die Hauptstadt jetzt gleich aber, glaube ich, nicht mehr viel zu lachen. Pass auf. Der liebe Writing Bull kommt schon zurück. Ich guck mal, ob ich ihn, ob ich ihn mal für dich abfangen kann. Das wäre, glaube ich, super, wenn ich das noch schaffen würde. Ja, so bin ich voll dabei. Guck mal, das kriegen wir doch bestimmt noch hin. Warte mal. Warte mal. Ich, äh, ich nutze dann schon mal hier. Warte mal. Guck mal nochmal mit dem hier. Ich weiß jetzt nicht, ob der den Blitz... Das ist manchmal das Problem bei Simultanwohnern. Hast du den Blitzschlag jetzt abbekommen oder nicht? Oder hab ich den jetzt in den Wald rein gepfeffert? Ich weiß nicht, worüber Sie reden. Wer sind Sie? Wie viele? Viele bin ich auf jeden Fall. Zumindest sehe ich doppelt, also. Meine Armee scheint zu wachsen, wenn ich danach gehe. Da herumseh... Ich bin, ich weiß nicht. Ich bin, ich weiß nicht. wenn alle schweigen wird es langsam spannend ja das stimmt das stimmt so warte mal ich werde zum krieg aufgerufen naja dann werde ich das mal machen müssen dann ist die ersten armee auf sind es meine brüder und schwestern sind es die ja na ja ich kann dich wirklich gut leiden deswegen gebe ich dir jetzt den tipp es steht nicht gut um strategie ecke also wirklich an allen fronten sammelt sich bei ihnen maurice steht vor seinen toren ich habe jetzt gerade die erste armee vernichtet die zweite folgt jetzt gleich das spiel ist gecrasht gerade komplett wieder reinkommen einfach nur wieder reinkommen muss ich nur beeilen also wir haben jetzt ja schau mal ob du einfach wieder reinkommen kannst müsste eigentlich so einfach gehen hoffentlich was denn jetzt los hier neuer versuch ich versuche mal mit fortsetzen so waren wir in runde 19 das ist was ganz das ist irgendwie eine geschichte ja geh mal auf online auf auf den online mehrspieler die spielserien auswählen bin noch nicht im hauptmenü am weg einmal online start ja da seid ihr einmal rein sehr schön foxhund schreibt mir im twitch hat das waren bestimmt diese maulwürfe mit ihren hinterhältigen löchern in die wb geplumpst ist nein das also wir können gar nicht graben gut wir können schon graben aber damit haben wir nichts zu tun wir lassen uns auch nicht alles anhängen so jetzt bin ich ja noch im krieg mit einem gewissen mauritius was ich die kunden eigentlich war ein krieg ist einer der ehrenvollsten handwerker in den man nachgehen kann hier wow ok wenn du das so sagst lass dich nicht um den finger wickeln er hat nichts was er dir bieten kann ach krass wie schnell das geht ey genau wir warten jetzt noch auf einen spieler ich glaub ich bin drin aber ich mir sind irgendwie alle entscheidungen die ich eben getroffen habe gelöscht worden die muss ich noch mal schnell machen aber ich beeile mich ich gebe ganz viel gas hier alles gut ich will nur sicher gehen dass das noch zum kronen ist ja alles klar wenn sie weiter ach guck mal an ich kann mich nie schneller bewegen als du weil ich einfach eine zu beschissene leitung habe ist natürlich jetzt ärgerlich aber da wäre es ja trotzdem nicht davon gekommen doch über die straße denke ich schon guck mal dir sogar ein verlust zugefügt ist schon besser als ich gedacht habe bei mir im chat ist dort tatsächlich ein steinwein zuschauer rein also ich kann es kann nur einer von stefan seine schreibt krieg finde ich nicht gut könnte das nicht ausdiskutieren das klingt nach einem noblen steinwein zuschauer also nach einem fake noblen steinwein zuschauer genau wie steinwein selbst der tut halt jetzt so aber wir wissen ja was was das was das ist hast du nett formuliert das sind wir hier auch noch also ich meine das ist ja da wirst du noch gewiss zustimmen oder wir kennen doch die nummer von der steinwein community und ihm selbst auch keine widerspruch ja ich bin so konzentriert weil er da unten gerade den sieg für sich sichert und ihr seid blind auf dem auge das ist schon wieder so eine geschichte ist das bist du so verzweifelt oder was nein ich bin grundsätzlich immer verzweifelt das ist eine eigenschaft die ich mit meinem herrscher rumtrage das ist wahr das so so kennen wir ihn ihr nehmt es nicht wahr ihr müsst diplomatisch agieren gerade hier strategie ecke gibt mir einfach die provinz wieder und wir können mit allen frieden finden mach es nicht mach es nicht strategie ecke lass dich nicht auf einen so ehrlosen lumpen ein ganz im ernst ranger du hast mich im stich gelassen ich wollte ja mörb du hattest gesagt greife mörb an ich habe es gemacht als wir zu zweit waren ich sollte mörb in den rücken fallen du hattest mir gesagt er wäre die auf den senkel gewesen gegangen bei der gemeinsamen orga vom multiplayer event wie gesagt okay mache ich ich okay ich es ist auch mein fehler dass ich öffentlich jetzt darüber rede ich hatte hier stillschweigen versprochen gehabt dass ich presche vor greife wie du diese wünschst mörb an dann siehst du mit deiner armee nicht hinterher aber das problem ist lieber writing bull dass du gerade eben deine lüge durch eine falschaussage leider untermaut hast ecke hatte mit der orga überhaupt nichts zu tun ecke ne ranger das aber gerade ecke gesagt da habe ich mir versprochen ich würde über ecke niemals was schlimmes sagen ecke ist ecke aus ecke verlassen sich anders das also letztens hast du noch gesagt gegen die orks gehen wir als nächstes vor als wir unten im separier waren dass wir den mörb ein drüber und danach gehen wir richtung strategie ecke weil rot ist eine farbe die du nicht magst ich muss es nicht glauben aber er hat es ordentlich gesagt wurde sie haben die der ausschnitt von der karte blut mutter getränkt ist unser wappen ist voller blut ich liebe rot hörst du den unterton dabei er fühlt sich als was besseres während er das sagt dass das darf nicht sein ecke lass dich nicht verwirren als ich auch so die er das trifft vor arroganz und hybris aber ich glaube solche hohen konzepte sind auch den blut orks relativ fremd oder also ich weiß nicht ob es gerade so viel was es gibt ja eben also ich glaube da redet ihr gerade mit der falschen fraktion gegen die rote wand reden das ist absolut ich dachte immer ox können lesen ich habe so viel erwartet nein 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 das froh die besten von uns können denken so jetzt wollen sie bei mir jetzt bereut der chat gerade bei mir dass sie einen wie oft und verweigert moris das wo wir suchen den mal den rückzug abzuschneiden wie stark sind die beiden in summe 12 1250 etwa wir haben viele schwache einheiten aber wir haben auch ein paar helden ich halte als letzter aber darf in aller ruhe und sie wo die leute sind habe ich schon wieder die forschung vergessen das ja unfassbar das ist ist ja unglaublich jedes andere und klebte spiel fest weil irgendjemand irgendwas tut und alle anderen ein paar gedächtnisse kunden einlegen müssen das stimmt ja das ist ideal gemacht finde ich tatsächlich aber gegner bewegt euch habt ja auch alle das ist wie vorhin kurz bevor es dann mal dieses problem gab bei mir bewegen sich auch tatsächlich jetzt hier gerade eben juni jetzt ja ich sehe sie hier aber ich finde so wie wir es jetzt gerade machen das ist schon ziemlich stabil im gegensatz zu dem was ich erwartet hätte absolut also zu sekt kann man das sehr gut spielen also ich habe in dieser runde nichts machen können ich habe keine armee ziehen können gerade nichts vorausgesetzt ist gerade eine runde vorbeigegangen jetzt ist eine neue runde dran ist weil du keine armee mehr hast deswegen also ich habe es gerade eben tatsächlich etwas recht ich kann auch nichts machen aber jetzt kann ich was machen okay das war gerade kurios ich würde gerne meine truppen bewegen können das wäre auch aber ich kann meine truppen nicht bewegen doch ist das krass man kann echt kaum irgendjemand bewegen hier moris wie sieht es denn bei dir an der front aus ich bin auf dem vormarsch gerade du müsstest glaube ich kurz vor dem außenposten stehen oder ja ja ist siehst du da irgendwas hat er da was ne er hat die restlichen armeen zu mir hoch bewegt und eine sechserarmee müsste jetzt irgendwo zwischen oberhülle und seerzinder sein aha warte mal ich schicke ich schicke dir mal kurz was dann siehst du das noch besser hier ja siehst du noch mehr das hätten wir schon früher machen sollen ja pass auf von oben kommt die armee vom writing bull ja ich sehe es ich sehe errascht wir es auf einmal das wäre furchtbar hast du denn gescoutet einmal sehe ich voll viel da offenbar nicht so gut gescoutet wie du und das obwohl ich blind bin ja wir sind etwas zu schwach drei armeen kämpfen immer mit versuchen mal der knochengolem der geht gerade nicht weil nicht mehr genug seelen auf vorrat sonst hätten wir zwei skelette zu einem zusammenfassen können die einheiten werden wahrscheinlich verheizt ja das ist krass ich bräuchte einen weiteren helden da irgendwie reinkommen die können wir uns nächste runde leisten er würde dann hier unten spornen könnte versuchen sich hier eine armee zu schnappen also so sind die leicht überlegen aber wenn er angreift gleich dann ist seine armee fast komplett weg der weiß nicht was ich noch in der hinterhand habe insofern würden wir uns beidseitig wie bei einem atomkrieg vernichten hier so und jetzt reden wir ein automatischer kampf ja ein paar überlebende immerhin ich glaube nicht dass du das kompensieren kannst ich finde es gut was ich da so mitkriege aus aus dem was da so gesagt wird das klingt sympathisch da bekommen wir silberzungen furcht dann passiert irgendein ach so da eine quest ist fehlgeschlagen und wir können immer noch diesen krieg einigermaßen gut für dich über die bühne bringen ich meine ich bin ja nicht der einzige der davor rückt gib mir einfach die provinz wieder und wir sind fein miteinander na gut dann warum habe ich genug zeit du musst dir auch erst mal einnehmen die stadt ohne belagerung läuft da auch nichts es ist eine idee ist gerade eine heldin gefallen nein die ist die holt sich gerade in ihrer thronstadt die hat zu viel blut gesoffen und muss ein nickerchen machen glaube ich es gibt unruhe in meiner heimatstadt ich weiß auch nicht genau warum und wieso ja weil die herrscherin gerade zu hause ist da muss man auch mal gucken das kann ich nachvollziehen ja eine gute gelegenheit um vielleicht doch mal ganz kurz miteinander zu reden ob man nicht vielleicht ist die welt wirklich eine bessere wenn wir uns gegenseitig umbringen so weiß ich sehe das von der seite du bist jetzt definitiv in keiner guten verhandlungsposition und du warst es ehrlich gesagt auch nie naja ich weiß nicht ob man das so sagen kann also wenn jemand kommt und sagt ich trage einen einen olivenzweig in meinem schnäbelchen ich bin eine weiße taube und höre auf den namen wb wer will denn eines einer so entzückenden kreatur dann die gnade eines friedens verweigern das könnte nur ein rohling sein und so schätze ich dich nicht ein was machst du mir von angebot ein angebot eines 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 friedens eines waffenstillstandes in einer kleinen bußzahlung und einer respektvoll vorgetragenen ehrlichen entschuldigung ohne hintergedanke bist du weißt du attraktiv oder also ich bin ja ein freund von details deswegen bin ich auf solche jetzt auch gespannt natürlich ja also wärst du bereit hier zu sagen der läuft da davon verstehe ich jetzt nicht okay wb wir machen jetzt einmal frieden würde ich sagen was wünschst du dir ich wünsche mir dass ich da meinen außenposten wieder hinsetzen da kommt dann setzen dahin das war sowieso ein verständnis alles wenn du möchtest setzen dahin alles gut so wie ich das sehe genau als ich jetzt sind jetzt schon mal hin und dann können wir darüber reden weil ich sehe das von der der seite du hast ja dieses land nie wirklich eingenommen an dieser stelle deswegen sehe ich das schon mit einer gewissen verwirrung warum das so weit kommen musste zwischen uns ist ein missverständnis ist war alles ein einziges großes missverständnis manche leute wollen die welt einfach brennen sehen aber du musst vorsichtig sein ihnen dann die hand zu reichen also musst du ja schon überlegen hat 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 diese person das denn verdient dass du gerade ihr gnade zeigst ist einfach ein missverständnis also moris hatte mir vorher gesagt du musst mob auf jeden fall angreifen meine kündige hat sich das gewünscht und ich habe gedacht dass wir er wird in einem satz es auf mich und seine community schiebt nein ist dann gar nichts heilig und rechtschaffen auf dieser welt also ich glaube morp und ich verstehen uns ich wäre sogar bereit mit ihren bündnisse einzugehen war ein 1 1 auf die ewigkeit geschmiedet ist eins wo du dich verlassen kannst nur mit dir mit nur mit dir mit keinem anderen das bis zum sommer zu zweit mal treffen sondern darüber mal reden wir waren die großmeister der rechtschaffenheit also ich weiß ja jetzt nicht wie man bei euch da bei den untoten solche sachen normalerweise angeht aber bei uns würde man es normalerweise nicht so schnell ein kling so vorgehen ist schon ungewöhnlich würde ich jetzt mal behaupten wir machen erst mal waffenstillstand und dann gucken wir weiter bei mir im chat heißt es nicht gnade ist ein akte der größe und ist ein ganz großer hat einer gar nicht das problem ist dein chat hat leider zu mir als ich weiß nicht ob dein chat das wirklich gesagt hat aber die worte die du deinem chat in den mund gelegt hast haben leider kein gutes licht auf deinen chat geworfen deswegen wird es auf mich jetzt gerade ein bisschen so wie eine sich im wind biegende weide verstehst du was ich meine eine trauerweide wohlgemerkt also weiden sind doch sehr edle und schöne und stolze tiere also bei mir genau bei mir sind es tiere weidentiere die weiden immer auf der weide ist damit das weiden tiere erzählt manchmal kannst du tiere und pflanzen nicht auseinander halt moris lassen wir mal über was ganz konkretes reden ab welches angebot wolltest du mir nochmal machen welches angebot ich dir machen wollte ja also momentan noch gar keins also ich habe mir das erstmal anhören wollen wenn ich ehrlich bin und das habe ich jetzt getan ja und 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 alles weitere hängt jetzt so ein bisschen vom schlüssigen handeln ab also du musst jetzt natürlich auch schon verstehen dass ich jetzt bereit bin daraus jetzt erstmal einen kalten krieg entstehen zu lassen das ist ja schon mal ein fortschritt wenn man nicht mehr aufeinander einschlägt ist doch schon mal ein fortschritt man muss ja nicht gleich eine ehe eingehen so wie du das wäre eine toxische ehe gewesen was du davor geschlagen hast deswegen bin ich der meinung du lässt jetzt meinen außenposten da erstmal existieren und dann bin ich vielleicht zu weiteren schritten bereit wenn ich vertraut habe und vergessen habe was zwischen uns vorgefallen ist ja vernünftig kann ich nichts gegen sagen die weisheit spricht aus deinen worten mach das ruhig so alles ist gut ich habe dich auch sehr lieb habe ich dir noch nie gesagt na also du bist ein ganz ganz netter sage ich ganz offen also tatsächlich stimmt das gar nicht das hast du mir schon mal gesagt dann noch mal du bist ein super netter ich hoffe kurz mein chat sei deiner meinung mörb und ich sollten gemeinsam uns besser verstehen kurz feedback aus dem chat rein schauen wir in den chat bitte jetzt bin ich gespannt glaube der chat gehört auch eher zur fraktion welt brennen sehen ehrlich gesagt also weiß nicht ob du da nicht gerade die falschen gefragt hast wenn du eine antwort bis minus 80 können wir gehen aber danach haben wir aufstand dann problem also mehr provinzen hinzufügen geht schlecht wenn wir kein event mit dem das ausgleichen können und wir haben glaube ich auch keine gebäude die für mit zufriedenheit sorgen als eine letzte provinz kann ich noch anschließend naja und das war es dann weiter nahrungsgebäude bauen ist also quatsch ja was sagt denn der chat mein chat ich eingeschätzt mein chat sagt dass wir uns besser verstehen soll mal ehrlich das überrascht mich jetzt tatsächlich möglicherweise habe ich deinem chat großes unrecht getan auch daher unabhängige beobachter glaube ich also das ist grundsätzlich eine gute idee ich unterstütze diese t das stimmt ja spiele entscheidung hier er hat dir nichts getan wirklich überhaupt nicht ich habe es einfach nur nach hause gegangen dem späher habe ich eine upgrade gegeben man darf jetzt im jenseits auf auf bessere zeiten einverwachten der hat nur geguckt nur besuch durchgeführt also wb macht hier immer noch weiter einfach blutvergießen und so während er versucht einen auf netz zu machen sehe ich das hier richtig aber die blut verschmiert er ist dass das muss ja irgendwo herkommen das stimmt so in sechs runden bekomme die dritte stadt hier dazu ist das wassalentum ein florieren lässt also wir frösche können das alles nicht gut heißen was was hier für 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 kriegstreiberei in diesen landen herrscht die unschuldigen leiden und sind uns nicht untertan zwei traurige zustände wir wissen gar nicht was von beiden schlimmer ist ich könnte mir durchaus vorstellen untertan zu werden ist gar nicht so schlimm ja als als maulwurf ist ja das leben unten sowieso eben absolut natürlich gegeben quasi aber bevor ich sowas machen könnte muss natürlich auch dafür gesorgt werden dass dass das frieden in den landen herrscht ich weiß schon ja ich meine mit dem lieben writing bull da werde ich mir bestimmt einig also ich glaube ich glaube wir beide sind gar nicht so sehr aufeinander aus dass wir kriegerisch gegeneinander intervenieren überhaupt nicht nein also ich glaube wenn ich jetzt den writing bull noch mal frage ob wir uns vielleicht auch einfach die hand geben wollen dann würde ich sagen ich habe die ganze zeit einen geraden kurs gefahren ich habe nie irgendjemand verraten ich habe strategie ecke mein eid geleistet hat er mich dazu aufgerufen ihm beizustehen gegen deine aggression ranger aber also ich würde das nur mal auf die rote farbe zurückgehen ja max so hast du mir das in einem vertrauen gesagt als ich verstehe das alles max wie sieht es aus bis zum ende aller zeiten hat man doch gesagt oder untergang bis zum untergang gehen unter oder wie gehen unter ich frage mal kurz meinen chat der einzige der mich nicht doof zu schwallt heute ist eindeutig strategie ecke seht ihr das auch so sollten wb und strategie ecke weiterhin gemeinsam richtung sonnenuntergang reiten feedback aus dem chat mittern wo ist der unabhängige beobachter ich möchte ich möchte da bin ich ganz kurz vor dem unabhängigen beobachter noch eine nicht neutrale aussage tätigen darf also wenn es ein jenseits für writing bulls hekate blutmusch gibt dann würde das ding schwallhalla heißen findest du ja definitiv ja ja ich bin auch dafür dass diese religion gegründet wird von dir absolut also immer wenn wb spricht tropft irgendwas aus meinen boxen wird bei mir im chat geschrieben es ist blut morris deine boxen bluten kann sein liebe leute legt euch nicht mit mir an sonst schicke ich euch nach schwallhalla das ist halt echt gar nicht schlecht gebe ich zu dass ich glaube aber mörb du hattest die trophäe schon oder nicht oder was ich habe zu recht wie oder ja aber jetzt hat er so spätestens in irgendjemandes chat gelegen ja jetzt hat er so auf jeden fall war nicht mehr sicher ehrlich gesagt und so worum geht es jetzt eine kreaturen wollen dies wollen jenes nahrung sammeln für drei runden wachstum blockiert im monster versteckt blablabla wird vernichtet ruhe zustand ja dann haben wir die plage von der backe das machen wir mal für drei runden wachstum blocken das ist nicht schlimm die stadt darf ich kaum noch wachsen so manchmal einfach halt sachen nicht klicken kannst das ist schon echt nervig so jetzt wieder lass mich meine gebäude bauen du spiel du ja vor allem man hat manchmal so ein bisschen angst das ist halt plötzlich hängt ja ja genau nicht optimal jetzt kann ich endlich mal was bauen ein bisschen mehr kanalisierungspunkte zu bekommen das ist doch auch was hätte ich mal eine starke einheit das war das problem eben dass wir zahlenmäßig total überlegen waren gegenüber map aber kein zugriff auf hochläufige einheiten haben und das hilft hier sehr drei armeen können können immer nur mitmachen innerhalb eines kampfes hier unterhalts zwölf mal eine pro runde schaffen wir ein ganz entzug einer außenposten ganz nett ich nehme mir vor den zu beschützen map ganz ganz nett das ist äußerst freundlich von der blutmutter absolut darf ich den vorschlag machen ich frage mal kurz in deinen und in meinen chat rein ob die das aussehen was würdest du davon halten wenn du deine neue stadt die du gleich haben was nennen wirst möb und wb haben sich lieb für immer und ewig ausrufezeichen ich frage mal kurz in deinen chat und in meinem wäre das okay für euch wenn die stadt diesen kurzen knackigen namen an bekommt und wb haben sich lieb für immer und ewig ausrufezeichen ganz wichtig ja ausrufezeichen also die reaktion bei mir ist jetzt wahrscheinlich im gegensatz zu dir im chat ihr durch wachsen ich verstehe ich gar nicht war das ist glaube ich auch einfach nur weil auch mein chat sich immer noch an die neue situation gewöhnen muss glaube ich also das ist auch sicherlich nicht wirklich böse gemeint sondern wir alle müssen uns erstmal daran gewöhnen dass wir uns in diesem moment nicht aktiv prügeln und ich finde das ist immer noch ein riesen fortschritt wb klingt nicht überzeugt ich war immer schon der meinung von beginn an mörb auch als organisator des mp events ist ein vorbild für uns alle was ja was einfach ein konstruktives soziales auftreten also manchmal werde ich meinen chats während des streams darauf angesprochen auf mörb und dann heißt es wb sei doch ein bisschen mehr wie mörb und dann denke ich immer und sagt ja von dessen weisheit hätte ich gerne etwas das ist ganz einfach du musst einfach nur ein hut aufsetzen so wie ich dann bist du schon mehr wie ich ja siehst du weißt du ich habe auch nicht viel also bei mir ist es ja auch tatsächlich so bei mir ist der hut ja der 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 streamt der kontrolliert nicht wie bei ratatouille die ratte nur dass in dem fall der hut nicht kontrolliert dass keine ratte drunter und ich bin eigentlich gar nicht die person die hier im fokus steht da könnt ihr auch jeden bei mir im chat fragen es ist der hut den die leute sehen wollen wenn ich aufs klo gehe packe ich auch den hut auf den stuhl damit die leute den hut sehen können weil den wollen die sehen ja kann ich gut nachvollziehen sag mal ecken sollen wir beide zum mal kurz unter zwei augen sprechen ob wir nicht endlich diesen vor diese furchtmalen kriege gegen die anderen einstellen sollten wir uns mal kurz treffen frieden ist kein wort in meinem vokabular tatsächlich aber wir können uns darüber unterhalten kann es gerne mal drüber unterhalten kommen einmal kurz runter ja ja so da bin ich da bist du einmal das also dass selbst du darauf reinfällst wenn ich frieden vorschlage das überzeugt mich ein bisschen vor allem wenn er verdorben hat natürlich will ich keinen frieden das ist quatsch also ich bin der erste der auf solche sachen reinfällt also ich bin du bist viel zu nett ich wollte ich eigentlich nur fragen wie es bei ranger aussieht ob ich ihm jetzt in den rücken fahren kann die ja absolut er sehr zehn truppen hat er jetzt oben er versucht jetzt mit moris zu verbinden aber von moris kommt irgendwie nicht ich glaube das war nur ein blöf wenn wer kommt jetzt aus dem norden aber ich sehe sie weil ich meine türme hier eingesetzt habe also ich habe die watchtür deswegen heißt also ich werde versuchen gleich zu aufnehmen dass er nicht fliegen kann und dann welchen verrichten das kann dann komme ich gleich hoch aber ich hoffe dass das merkt mich nicht angereift weil dann habe ich nichts mehr wo das könnte der schon die ganze zeit machen mich schützen nur meine meine belagerungsfähigkeiten dass ich morgen und kuh habe aber der könnte mich jederzeit platt machen ja ich hoffe mal dass jetzt keine verluste bei dem kampf jahre ich habe verluste das war doch lass uns mal ganz schnell wieder hoch gehen bevor die denken würden was und wir widersprechen uns leicht aber nicht übertrieben ist gleich für das also für die gesamtsituation und ich habe den noch nicht mal kennengelernt ich weiß gar nicht ja schätzt dich glücklich ja die frösche sind der puffer zwischen dir und diesen barbarischen horden ist eine rolle die wir gerne erfüllen macht das auch ganz gut dieses passive nicht auftauchen an meiner grenze das ist schon förderlich aber aber nicht auftauchen ja aber auch auch du wagst dich ja nicht also ich höre immer viel geredet ich habe den zwei fronten krieg ja ich keine angst keine vorricht kein frieden und und was ist also ja spottet über die orks spottet ja machen wir dass mir bitte niemand über die orks spottet die orks sind die einzigen heldenhaften kreaturen abgesehen von mörb mörb und sein volk das sind total ehrenwerte kreaturen wie wie heißen die normalen mörblinge sind es die mörblinge die community wurde mal tatsächlich von der mina die kennst du glaube ich auch als mörblinge betitelt und seitdem haben die den namen macht das fällt mir eigentlich ich soll dich grüßen auf den alten sack von julius dann grüß mal den guten jules zurück den du nicht gut es es war waren genau diese worte die er gebrauchte ja genau diesen gruß sollte ich dir so und nicht anders überbringen das ist völlig in ordnung jules darf das ja aber du natürlich auch bist ja auch jünger als ich aber aber ich glaube trotzdem nicht jung also vor allem im geiste nicht weiß ich nicht kommt drauf an was ist im geiste jung für dich also nicht was ich bin weiß nicht wie ich im geiste jung definieren würde dass du bist im geiste ein weiser alter mann soweit würde ich gar nicht unbedingt gehen aber ja nee also muss man muss ja auch ehrlich sein so ein bisschen zu tief gegraben und also geistig ihr so in rente schon sein was damit sagen willst ja vielleicht auch hier ständig an so neutralen trupps vorbei ich entscheide mich jetzt mal die zu ignorieren ausnahmsweise mal weil die mich nerven ach welch eine interessante situation hier auf diesem globus ja ein bisschen fühlt sich auch an wie so ein klopus ganz liebe grüße an der gerade direkt neben mir steht und sich an seinen schwur hält dass wir uns ab jetzt wie bei einem waffenstillstand begegnen in meinem chat wurde ich eben gewarnt achtung wird führt was im schilde aber ich weiß er meint das nicht so wird ist ein ganz netter habe ich immer schon gesagt ich führe immer was im schilde aber es ist ja nicht immer böse neben bitte bei mir im chat derjenige das bitte mal versucht einmal das schönste kompliment im chat zu schreiben das euch für mörp einfällt die drei schönsten lese ich vor und der der das aller schönste kompliment macht für den verlose ich am ende des streams ein steam key meiner wahl ja vielleicht für civilization 7 und die alpha version vielleicht man weiß es nicht möglicherweise wow das ist ein bisschen schamlos das ist wirklich also bitte die drei schönsten komplimente für mörp jetzt in den chat ich wertschätze ja sehr was du gerade eben hier tust aber bei meinem chat kam das jetzt echt nicht gut an dass es offensichtlich chat verräter gibt das kann ich ganz nette kommentare wie mörp hat einen schönen hut mörp hat sehr mörp ist phantomas mörp atmet super das ist wichtig dass das schätze ich hoch an steinwein ist abgeschmiert was was stein design angeblich nicht mehr da auch stimmt nachdem schnell gejoint da solche lapalien mache ich ja keine aufheben solche kleinigkeiten ja man kann ja ganz schnell wieder rein ist es wäre so sicher im sieg entgegen tritt der kann auch ruhig mal zwei runden fehlen wir würden ja etwas dagegen tun aber die orks sind ja blind auf diesen augen ich glaube das sind er die blinden sehr einfach mal bitte ins rank ach so ja guck mal nicht ins ranking bitte keine bitte keine bösen worte hier äußern an an die orks und das ranking das muss ich ganz offen sagen also wer auf punkte spielt in dieser welt von ehre von grausamkeit von leidenschaft von moral hat meiner meinung nach nicht verdient nachher als sieger gefeiert zu sein das geht nicht gegen die steine weil ich weiß du machst das nicht du würdest das nie machen auch das ranking ist doch ganz okay eigentlich wo finde ich das ranking noch mal in der diplomatie siehst du deins immer und das der anderen oben bei diplomatie übersichten es sind fünf tabs ja natürlich ist steinwallen auf eins weil er friedlich in der ecke hockt das ist natürlich ein klassiker du warst eigentlich auf eins deswegen habe ich jetzt darauf so ich glaube wir 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 wechseln uns bisschen ab ich dachte eigentlich auch ich bin ganz gut dabei das darf stein ja auch die frage ist es ist natürlich nicht auf sieg spielen weil wir ja zu ich hoffe stefan hat es auch auf discord in der vorbesprechung gelesen das habe ich auch gemacht am ganz am ende machen wir ja eine abstimmung in allen chats und es geht darum dass dann ein sieger per abstimmung gekürt wird und der grausamste und verschlagenste aller charaktere wird dann zum sieger gekürt und da in der tabelle liegt steini glaube ich auf platz ja hatten wir gepostet strategie ecke bestätigt das kurze durch ein orkisches nicken danke an dich hat alle sein nicken gehört insofern genau das knacken der nackenknochen hat sich wundert ja da sollen wir jetzt schon meinen sieg festlegen ich meine wir sollten hinterher erst mal warten man wie sie immer ihr das feld des bären also der ist noch nicht mal geboren dieser bär und ihr verteilt dieses feld schon nette komplimente bei bm chat zitat marmor stein unter eisen bricht nur der nette mr murp nicht das ist wohl wahr aber ich habe auch stahl im rücken das ist mein vorteil besser als wenn man den rücken stahl genau also ich will dir keine angst machen aber du bekämpfst ja ein cyborg writing bull und das in einem fantasy spiel ich würde mir sorgen machen also wenn ich dich an meiner seite aber als guten freund und nachbarn mache ich mir nie sorgen wie sieht es aus hatten hattest du schon so und immer frieden versuchen wir zwei beiden mr murp schade dass du meinen stream nicht verfolgt ich gebe dir jetzt mal ostentativen küsschen achtung küsschen richtung mr murp erlauben alaf blümchen strüsschen kamelle alles gut kamelle ja das klingt für mich nach alten kamellen ich habe steini kennengelernt und seine hat schieß ich bin königin sarafina von hat sie hoffen wir dass dieses reich groß genug für uns alle ist ja das ist ein klasse steinwallen der gewinnt also ich will jetzt nicht alle auf einen hetzen aber wenn steini vorne liegt sollten wir alle ja was machst du denn da nein nein das sieht jetzt nicht das ist ja gegen alle alle absprachen ja du versuchst die stadt einzunehmen obwohl wir hier total lieb und netten gruppen kuscheln machen die ganze zeit ich versuche die stadt einzunehmen ja weiß wie wir magma mauls haben so das problem weiß wir sind so die platten tektonik es dauert alles verdammt lange und diese information dass wir jetzt nicht gegeneinander krieg führen noch die ist die ist noch nicht so richtig kommt kommt komplett weißt du so ja sorry dauert noch ein bisschen aber so in 10 15 runden wird das da da tun sich moralische abgründe auf wenn ich das erste mal heute nee nee wird glaube ich auch nicht das letzte mal bleiben ich bin total geschockt also alle immer im chat haben mir gesagt auf mörb kannst du dich verlassen mörb blinkt dich nicht mörb ist schwer in ordnung das ist echt das tut weh das tut echt weh jetzt das ist echt das ist das schmerz nur am anfang das ist nicht so schlimm das ist echt sehr sehr traurig hier wenn man sich mal daran gewöhnt hat ranger dann ist das schon in ordnung genau ich habe mal die anderen ausgemacht das natürlich blöd weil mörb hätte die ganze zeit schon zuschlagen können er kann seit einer stunde mich von der karte radieren das weiß er auch ich habe mich zu sehr eingeschleimt bei ihm ich weiß es nicht und dann springt das spiel hin und her wir könnten wir haben ja so viel geld noch schnell einen helden rekrutieren hier immer in stufe 5 mittlerweile schauen was sich da anbietet ein gothlin natürlich gerissen ein ogerfreund kann man das wir rekrutieren in der hauptstadt teurer spaß aber da ist er und jetzt kommen seine truppen wieder zurückgezogen das ist die mini geschichte hier oben jetzt putzt er mich ja weg was haben die hier vor das was war denn das für ein unentschlossener angriff wir ziehen wieder ein stückchen weg hier belagerung aufheben ich weiß nicht was er hier vor hat es ist mir gerade ein ein rätsel ja ich habe keine ahnung können wir ihn irgendwie verzaubern wir können auch einen knochengolem erschaffen aus zwei skeletten geht es in einer der armeen das geht hier vorne jetzt ist der ticker weg irgendwie ein bisschen angst dass deine katzen meine maulwürfe fressen fressen katzen maulwürfe weiß ich nicht ja absolut es ist auch die beste strategie aber das machen wir natürlich nicht nur wenn sie hochkommen ich bin oben oh gott jetzt ist es vorbei keine angst die orks scheinen schon irgendwas gegen mein glänzendes feld zu haben was war ein fehler das gibt es doch gar nicht hier schade das ist durch die unruhe die hier in der welt herrscht wäre die nicht da ich glaube auch ja ich muss mal ich muss man ein kurzes wort einmal an mein chat hört mal hört mal auf den armen ist zu verwünschen ich weiß er hat sich hinterlistig benommen und gemein und hat damit seine ehre verloren aber äußert euch also ich möchte muss ihn echt in schutz nehmen er hat einen guten kern er zeigte nicht er ist aber da leute ich möchte mich vor mörp stellen trete bitte zivilisiert auf ja bitte nicht so was wie mörp hat sich vor mörpselt und so sachen das wirklich ja nicht lesen ja sonst jetzt muss ich mal ganz jetzt entmute ich mich wieder jetzt können die anderen auch wieder mithören ja weiß doch nicht was einfach mörpseln ist aber es klingt lustig du hast du mitgehört ich nehme drei so lass dich nicht mörpen lieber mörp bitte was was soll sich nicht mörpen lassen da saß ich nicht keine sorge das ist ja ja aber auch wirklich alles wild ich glaube tatsächlich ich glaube tatsächlich das soll so nicht sein entschuldigung ich habe ja wieder gemutet wir haben hier einen helden jetzt hier dabei könnte mal kurz gucken ob wir dem helden noch irgendwelche gegenstände geben können lieber in der schublade haben die ist messer und ein sehr und ein fantastisches reittier hier wir schauen jetzt einfach mal was hier so geht habe ich das eigentlich auch dass ständig der bildausschnitt irgendwo hinspringt das hatte ich schon drei vier mal haben schon gewundert wo woran das liegt also bei mir ist manchmal wenn steinwallen zaubert dann geht es zu ihm aus irgendeinem ja bei terraforming weil er dann denkt das muss muss irgendwie gesagt da müssen die leute informiert werden auch ziemlich lästig kann natürlich ein guter grund sein ja so ach das stimmt nicht bei mir schreibt ein zuschauer mörp wirkt in seiner freizeit welpen das stimmt nicht oder machst du das doch murphy schreibt wirklich ich bin ehrlich gesagt empört über solche aussagen also ich bin bereit im zuge eines waffenstillstands diesen zuschauer es ist ein gewisser north bullman ich will ihn jetzt nicht namentlich an pranger stellen aber den werde ich bereit dir auszuliefern mach mit ihm was du willst auch ich brauch das nicht nee das ist unnötig du lieferst du lieferst deine zuschauer aus ich frage mal kurz aber bereit wer north bullman wärst du bereit ich ausliefern zu lassen an mr mörpel bitte kurz was in chat reinschreiben ja er schreibt war kreisch das interpretiere ich als ein ja wb ich bin bereit mich freiwillig von dir melden zu lassen eindeutig das ist einer meiner liebsten einer meiner bekanntesten zuschauer du kannst ihn noch um nennen er muss dann sein nickname um nennen in north mörpel man zum beispiel oder unter mir ist alles nicht notwendig danke 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 für das angebot aber ich werde das einfach wie ein gentleman nur auf dem feld der ehre klären und wie du weißt im krieg und in der liebe ist alles erlaubt ich glaube gern meinen jetzt gerade bei der stadt die katzenklo heißt steinwein und zwar verdächtig nah an writing bull jetzt mal ganz im ernst entweder also wir müssen jetzt steinwein es geht darum gewinnt steinwein oder gewinnt einer von uns ich bin bereit entweder gehen jetzt alle gemeinsam in den raum runter oder wir sagen steinwein gehen mal bitte kurz weg wenn wir wollen über die herz wir wollen über dich reden über dich reden wollen wir weißt du kannst auch ein ehrenvolles opfer bringen und ich einfach jetzt quasi mir unterwerfen als meinen basal und dann ist die chance und dann ist die chance dass steinwein gewinnt geringer also ich wäre bereit mit dir gemeinsam mich gegen steinwein zu zu stellen nein ich habe dir ein angebot gemacht was denn fein also sie ist dass du dich von mir basalisieren lässt das geht ich habe kein angebot wo ist das denn nein nein das mache ich jetzt erst mal verbal und die die einzelnen bedingungen worin besteht das ja danach bist du halt mein basal also dann das heißt muss ich dann so etwas tragen zum beispiel also über der modischen dingen bin ich mir nicht so sicher man kommt beleidigt leute er hat den hut beleidigt du bekommst gerade eine abo bei mir geschenkt von atlan 74 ja mal danke an atlan das ist sogar etwas was ich überprüfen können dass es sogar stimmt ja meine zuschauer wünschen das nachweisbar wahre aussage von wb ja du und ich gegen steini wie sieht es aus mal willst du gewinnen oder gewinnen also weißt du das problem ist ich sehe jetzt nicht dass ich jetzt aktiv gegen steinwein kämpfe ich habe so gut die beziehung mit dieser friedlichen hat geschlossen habe genau wollte ich gerade sagen also ich habe einfach eine gute beziehung zu dieser katze aber du kannst den sieg verhindern von ihm indem du einfach dich von mir basalisieren lassen würde wenn das was bedeutet dass du keine eigene diplomatie mehr führen kannst dass du mir geld zahlen musst dass du aus dieser nummer nicht mehr raus kommst wenn du einmal mein basal ist versuchen wir noch mal noch mal in positiv formuliert zweiter versuch von dir das war die positivste formulierung die ich anbieten kann also diese formulierung dass du aus dieser nummer nicht mehr raus kommst das ist eine sache also wenn ich da jetzt zustimme da würde meine frau wahrscheinlich die im nebenraum sitzt ihre augenraum sehr weit hochziehen und dann eventuell auch weil das klingt vielleicht anders als es gemeint war das war schon so gemeint also ich akzeptiere deine basalisierung wenn du sie also das angebot von mir quasi jetzt annimmst dass du mein basal dass dann dann haben wir frieden was erwartest du dann konkret dass sein treuer basal bist ja das bin ich ja sowieso ich will also ich bin treu wie gold wenn ich eines heute bewiesen habe dann dann das okay ich stehe treu an deiner seite und wir beide gegen steini schlage ein inwiefern schlag ein hast du mir ein angebot naja ich habe gerade meine hand gespuckt und habt ihr die hand gegen richtung kamera gehalten das musst du auch in der hand spucken und dann wird schwierig und dann schlagen wie gesagt also wir können dieses spucken und einschlagen auch wenn es unhygienisches machen wenn du mein angebot ja ich nehme ich weiß nicht mehr was du mir vorgeschlagen hast ich nehme es an alles gut was soll ich machen das da sollte machen wie du lässt sich jetzt war salisieren bb ja das mache es auf jeden fall überleben ist alles überleben ist alles mache ich mir alles gut dann soll es ihr verziehen also ich bin hier mit fünf armen ist unterwegs ich und er hat drei ja und dann willst du gegen mich ziehen okay aber nein ich sag nicht dass sie gegen dich sie ich sag bloß dass dann die chance steigt dass nicht du gewinnst also ich bin bereit wir beide wir beide die all die städte kann sowieso nicht unterhalten und ist ein stadtlimit gesprengt wird also ich bin bereit als dein stadthalter treu und ohne hintergedanken bis zum ende aller meiner tage an deiner seite zu stehen zwischendurch alle sagen wir mal fünf minuten lauthals bei den unpassendsten gelegenheiten zu sagen ja mörb hat recht und steinwaren ist doof bis zum ende dieses streams bis mitternacht der zweite teil ist freiwillig aber der erste ist auf jeden fall schon eher so richtung verpflichtend wir machen das haben wir machen das wir beide seite an tut mir sehr leid strategie ecke ich hatte ja geschworen dass du als mein treuer diener bis zum ende aller zeiten mit mir gemeinsam hier siegen wirst aber das geht ja nicht mehr es sei denn mörb stimmt da auch zu mörb ist ja mein dienstherr ich mache die diplomatie sowie mörb es mir genehmigt dein wunsch dein wunsch werter mörb ist mein befehl was wünschst du dir o herr mörb von mir ja dass ihr jetzt mal in die diplomatie schaut und das angebot annehmen handelsangebot ein abkommen ist abgelaufen verhandlungen bla 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 fanden zauber verbindung offene grenzen geteilte sicht immer wieder sagen dass steinwallen doof ist und sich gegen ihn stellen einmal annehmen gerne habe ich gemacht wir beide seite an seite wir haben ein bündnis wir beide gewinnen und verlieren seite an seite es ist nicht wirklich ein bündnis du bist mein wasser ja das ist auch okay naja das ist auch okay wie du sagen willst ist es eigentlich eine offene beziehung wie sieht das aus mit strategie ecke mit dem bin ich ja auch verbündet das ist tatsächlich eher so eine von oben nach unten beziehung also obwohl ich unten bin bin ich jetzt der über dir das ist so eine metaphysische nummer aber dann immer strategie ecke auch als basal direkt sagen wir so freundlich vielleicht die belagerung deines bündnispartners aufzuheben das ist gerade ein bisschen mehr schmiert das spiel noch ab das wäre irgendwie doof was für eine belagerung denn ich werde belagert von irgendjemandem in der hauptstadt eine plage sind irgendwelche piechern npc armee die dich da lagert ja da musst du dich drum kümmern mache ich sofort ich meine du hast doch noch drei armeen die ich nicht ausgelöscht habe ich sehe das total tiefen entspannt hier wie wir beide seite an seite ja wir beide seite klingt wie echte kameraden ja mauritius weiberlich weinerlich das passiert relativ oft muris habe ich deinen nickname gerade richtig ausgesprochen im spiel mauritius weinerlich war das so richtig das kannst du handhaben wie du magst wenn dir das befriedigung gibt dann du ahnst gar nicht was mir alles befriedigung gibt okay jetzt geht es hier ab das wird jetzt ein wildes bildes gefecht ja und wir sollen da manuell ausgefochten werden ich würde ganz gerne die regel besteht ja ziehen aber kannst du ja eh nicht das wird man kann ja nur mit dreien kämpfen ja aber ich würde ganz gerne andere armee hinziehen ach so tja das ist natürlich blöd für dich jetzt ich denke die synchro der hat mir da müssen die schnippe geschlagen jetzt tja tja entschuldige mein wecker klingelt gerade fünf minuten vorbei bis der große größte und steini ist ganz doof fünf minuten vorbei warte mal ich hänge jetzt gerade in so einem event bild was passiert hier schlacht ist ich sehe es leider nicht deswegen kann ich nicht sagen welche truppen jetzt dabei sind es steht gut für mich 25 zu 19 wie viele truppen sind wir bei mir dann dabei ich habe noch mal gemütet das jetzt ganz ernsthaft wenn wir gewinnt im bündnis mit mir dann haben wir auch gewonnen das kann er so nennen wie er will ob wassal lehnsherr oder was auch immer gewinnen wir haben wir gewonnen ja ist so kann man nicht verhindern wenn er das andere kann also hätte ich nichts gegen einzuwenden ich gewinne gerne gucken wir uns gleich mal an gemacht dass wir alle gefechte automatisch machen außer ein einziges gefecht im gesamten spiel können wir beantragen manuell auszufechten das muss pvp sein und alle müssen zustimmen stimmen sich alle zu und das gefecht wird nicht manuell durchgeführt dann ist die chance vertan also um keine neue stimme dazu dann gucken uns das an ganz genau wer will ein manuelles gefecht und was ist der letzte preis für meine stimme so an der stelle bist du jetzt erst mal mein vasall du bist jetzt mit deinem leben war ja natürlich wie soll ich abstimmen du erlaubst es ihnen natürlich einfach damit wenn der antrag bestellt ich habe auch ja also das ist ja keine ahnung ich aktuell habe okay dann aber ich hatte das eventbild raus und ich kann die schlacht mit anschauen ich denke es wäre ja doof wenn wir die ganze zeit die frage müssen jetzt vier leute einfach zuschauen da können die gg dazu schon auf immer also ihr kommt rein und also ich habe das zumindest so eingestellt dass es immer beitreten ist oder immer anschauen also ich fände es auch ganz witzig jetzt mal einmal gesehen zu haben dass ich niedergerungen werde weil nicht drei meiner besten armen da steht eine pleb amel der da aber ist okay jetzt hast du eine ahnung was deine truppen können ja tatsächlich so bisschen ich vermute es zumindest ich habe mich nicht das ist tatsächlich ein ding ich habe nicht wirklich das habe ich gelesen wb martin lukaschenko nettes kompliment viele grüße viele grüße an lukas in den ollen kumpanen ok also strategie ecke ja maurice ja sagt ja ich habe mir aus auch ja das ist ja scheiße wird gibt zwei stimmen ab hat meine stimme genau du stimmst du nicht steinwein ja ich hoffe nur ich komme aus dem event bild raus ok dann habe ich würde mir gerne ein glas wasser nehmen darf ich das ja selbstverständlich du darfst ja auch zwei nehmen tausende zuschauer schauen euch dazu ein strennen großzügig ins herr writing ja mal gucken was ich hier habe ja ich auch aber hier habt ihr auch ein zeit limit oder wie ist das ja ja genau die roten da das ist glaube ich ecke und ich gehe mir überhaupt nicht klar weil ich meine einheit überhaupt nicht kenne auch nicht das ist wirklich ein problem gerade ja es ist es fühlt sich ein bisschen weird an das erste mal seine truppen in der schlacht zu sehen vor allem normalerweise im spiel hast du das ja nicht erst zu diesem zeitpunkt also du hast dich ja schon mit deinen einheiten vertraut gemacht ich habe ja lauter stufe drei und viele einheiten die ich noch nie benutzt habe ich bin die goldenen frösche er ist rot und umgekehrt auch entschuldigung ich habe nicht kapiert wer gegen wen kämpft und wer welche farbe hat moris gegen wen wir sehen die anderen also wir sehen die farben anders ich habe ich habe grün für mich und rot für ihn aber er ist die orks und ich bin die frösche ich habe goldene soldaten er hat rote soldaten also nicht die spielfarbe sondern einfach wie die aussehen es ist eine stadt belagerung also nicht ganz ich habe eine stadt belagert er ist zu hilfe geeilt zur entsatzung ich weiß nicht ob es die hauptstadt ist aber es ist eine große stadt also wenn ich jetzt mal eine kleine vorhersage abgeben dürfte ich habe die einheiten angeguckt also ecke hat nicht nur ein kleines problem er hat ein großes ich muss mir die einen angucken die er hat ja dann muss ich sag mal so die werte die moris in seine einheiten rein klabastert hat sind schon wolken kratzer mäßig die eisengrohle sind natürlich ganz schön der brecher also der hat deutlich mehr resistenzen als deine ja ja also das hier vorne sind die orks von unserem guten freund strategie ecke und das hier unten wenn ich das riecher stellen habe sind moris und seine fröschlinge und angeblich soll er unterlegen sein dabei wobei wie ihr wisst ja ich habe ein bündnis für die ewigkeit abgeschlossen mit mit strategie ecke das muss ich jetzt auch bewähren da ich ihm nicht zu hilfe eilen kann und das auch nicht möchte müsstet ihr natürlich an meine seite einspringen dem einfach bei uns in den chat reinschreibt strategie ecke vor noch ein tor oder strategie ecke du schaffst das irgendwas in der art damit habe ich quasi meine pflicht als sein bündnispartner dann auch erfüllt also bitte alle die orks und strategie ecke jetzt unterstützen spontan also die die haben dann es gibt je nach einheitentyp sind unterschiedliche buffs tatsächlich es sei genau umgekehrt moris ist gelb sind das die frösche das sind frösche das ist moris und das hier ist strategie ecke stimmt tatsächlich nicht lacht mit viel truppen bewegung da entschuldige ich mich ein wenig dafür die ich alle auch nicht kenne ihr könnt auch theoretisch einfach da oben die wiedergabegeschwindigkeit auf mal zwei machen dann bewegen die sich wenigstens schneller ich glaube es ist schon relativ schnell ich bin es auch ziemlich schnell ja bei mir sind die auch schnell okay ja sie meinen bloß man kann es einstellen da könnt ihr auch schneller theoretisch klicken und müsst nicht warten bei mir im chat wird irgendwie lassen und rechtsklick rufen sie dann schnell vor bei mir im chat wird um strategie ecke begeistert angefeuert zitat strategie ecke gibt ihm warum ich weiß auch nicht schuft ist ein kriegstreiber richtig deswegen ja das erzählt das ist so als ob der märchenonkel irgendwas erzählt ja ich habe auch das gefühl ja eigentlich in dem chat mit den schweinen ich weiß schon die fünf minuten klingeling wecker klingelt fünf minuten ist der beste und lassen steini fertig machen nächsten fünf minuten war ich werde mich sicherlich irgendwann daran gewöhnen wie einer geht voran in dieser gefecht das ist hier auf der angegriffen information das stimmt einen der größten anfangs rufe die man kennt kommen jetzt rein strategie ecke zitat macht den bullen er soll sich was analysieren lassen was ist das jetzt hier finden also leute euch schauen tausende zuschauer zu und hier ich bin der verzeidigende hier ich dachte ich bin die schildwahl fraktion er hier ist der aggressiv die aggressive ohrkorde jetzt ich finde aus rollenspiel sicht macht er gerade alles falsch ich muss auch erst mal meine truppen zusammenziehen hier kann ich in solche truppen von dir reinrennen zusammenziehen das ist loser talk also das nächste mal wenn mich jemand fragt dürfen wir unseren kampf manuell ausfechten das ist meine gegenfrage sein ja aber werdet ihr lame spielen oder so dass wir was zu sehen bekommen ja es ist eine berechtigte frage ja also da muss ich meinem vasallen zustimmen ja was habe ich denn für kampfzauber überhaupt ich weiß es auch nicht jetzt recherchiert er erstmal seine einheiten hier lang ich habe nicht so viel auf kampfzauber geforscht bin ich ehrlich weil hölle voll kampfzauber okay dann bin ich gespannt bei mir ist es wirklich eher die baff zauber gewesen mal gucken was jetzt dann besser ist so man kurz den ton weg ich weiß noch mal ganz kurz darauf hin schön dass ihr da seid wir spielen morgen am feiertag christi himmelfahrt ab 16 uhr hier edge of wonders 4 mit blinzel kerzenschein und seinen bullwürfen das ist eher friedlich nicht kriegerisch ist sehr cool auf einer sehr schwierigen karte und ab 19 uhr morgen preview stream mit miasma chronicles das ist neue runden taktik adventure von the barded ladies in den entwicklern von das ist noch mal mutant sowieso zero road to eden also so ein ganz tolles spiel das sie gemacht hatten vom publisher 505 games da habe ich deutschland exklusiv als einziger deutschsprachiger stream im Augenblick zeigen euch ab morgen ab 19 uhr freue ich mich sehr drauf der stream morgen wird vom publisher finanziell unterstützt deshalb werbung 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 freitag hier preview stream mit well bei empire 2 samstag hier dann noch mal an uhr als 100 und sonntag noch mal age of wonders 4 und empire 2 und die chat mods haben allerdings für euch ja und gleich zum schluss mal hier noch eine kleine nachbesprechung am ende des streams ja ich lasse euch da nicht hängen ja man kann ja auch einheiten übernehmen das ist unglaublich spaßig wenn man das hinbekommt ja vor allem wenn so eine mega starke truppe ist wo man sich normalerweise darauf verlassen hat oder auf einmal wechseln die seiten wer ist denn gerade dran also ich sehe gar keine einheit bewegung mehr ich überlege gerade was ich mache tatsächlich weil da halt rein zu rennen ist halt so mittelschlau also ich muss euch ein großes kompliment machen dieser dieser stehtanz hier ist eine großartige werbung für dieses spiel leute mal schlachtet euch da mal ab da kann man ja nicht zugucken das ist ja das ist ja furchtbar nein das sind taktische finessen das ist so wie man so einem taktischen fußballspiel zuschaut gern ganz im ernst genau wo beide mannschaften sich im strafraum verdrücken also ihr spielt so euer age of wonders 4 wie irgendwelche italienischen klubs die sich in cantenaccio gegenseitig aufreiben bei irgendwelchen abweg aber das ist das ist schrecklich ich kann nicht mehr hingucken aber das bedeutet wb das bedeutet dass demnächst einfach einer hin sich hinwirft und schreit aua faul lass uns die beiden doch mal ein bisschen motivieren wir sagen einfach du als mein lehnsherr und ich wir motivieren die beiden derjenigen der verlieren wird dem werden wir den krieg erklären du und ich einverstanden nein das wird nicht passieren wenn solche entscheidungen trefft trifft immer noch der lehnsherr und nicht der wasser habt ihr gehört droht euch habt ihr gehört das sollte euch motivieren hier ich habe es vorhin schon gesagt ich glaube ich habe einen schwierigen wassalen ich habe das glaube ich auch den eindruck habe ich tatsächlich auch also ich habe ich sehe da keine probleme momentan ich habe in meinem wasser vertrag ich habe so diesen komischen onkel in mein haus gelassen den die ganze familie nicht ins haus lassen will also jetzt ist er halt da und sitzt auf meinem sofa wisst ihr was ich meine kennt ihr das gefühl in meinem wassalenvertrag habe ich schwarz auf weiß mit blut tinte unterschrieben ich lese vor wb du gelobst Murp hatte es mir so diktiert du gelobst Maurice alle 30 sekunden einen guten und wertvollen ratschlag zu geben denn den braucht er dringend da steht da drin habe ich unterschrieben ist meine pflicht als wassal ja aber sollte dieser ratschlag der gut ist nicht auch gut sein also ich meine das muss ja schließlich irgendwie noch von einem neutralen richter oder einer vertrauensperson abgesegnet werden ob das jetzt ein guter vorschlag ist oder auch nicht kleiner moment die fünf minuten sind um der wecker schrillt Murp du bist der beste und wir machen steini fertig steini ist doof Murp vor fünf minuten wieder ja das ist recht so ich wie gesagt ich genieße es wenn auch nur ein bisschen das ist also der tanz der toten über den immer gesprochen wird ja ja ich verstehe ich verstehe das ist so ein ding tatsächlich dass so große schlachten wenn sie einigermaßen schlau geführt würden tatsächlich relativ undynamisch sind weil der der rein rennt hat ja einen riesigen nachteil gerade gegen so eine große armee weil er dann viele bewegungspunkte verbraucht um wenig schaden zu machen und dann können die ganzen einheiten in focusen ich muss mal leider kurz für eine für für eine minute weg weg vom mikro müssen beide füße eingeschlafen ich kriege mal schnell rüber zum erste hilfe kasten jawohl ich traue mich kaum die frage laut zu stellen aber habe ich was verpasst eben weil du dich da unten im katzenklo versteckt und keiner nimmt das wahr doch ich habe das schon wahrgenommen definitiv und ich bin auch tatsächlich der meinung dass mein wassal an diesem punkt nicht unrecht hat dass man sich vielleicht um diese einbunkerei kümmern muss aber vielleicht kann ich mich ja auch noch gütlich einigen mit der katze wer weiß ich habe die anderen wieder kurz weggeblendet wird gefragt weiß jemand was das spiel technische bedeutet wenn man wassal ist die frage kann ich gerne beantworten gar nichts es gibt kein was sein status in diesem spiel ja wir haben jetzt formal ein bündnis abgeschlossen es gibt nichts anderes das heißt falls mir gewinnt gewinne ich auch das heißt mit anderen worten ich bin als sein diener letztlich falls wir gemeinsam gewinnen würden herr an seiner seite und wir haben einen koopsiegerung sind super wenn ich gerne wassal und sargan die unterwürfigsten und schleimigsten geschichten wenn wir am ende gewinnen sollten hätte ich keine probleme mit aber wir sind wassalen hier wir sind seine wassalen und hoch lebe mr map ja alles klar straßenlaterne in der hand das war aber ein guter gegenschlag von ecke das stimmt sehr ungünstig was hier passiert also riech ich vertraue jetzt nicht du musst jetzt gewinnen sonst das gute ist ja wenn ich die schlacht gewinnt steht da schon noch mal zwei sechser armeen aber also dass sie mich verunsichern ein gut eine sechser und eine vierer die ist du er hat schon zu viel bei seinem bündnispartner writing bull abgeguckt mit dem lustige ist wenn ich eine armee von dir besiege besteht der 50 prozent chance dass ich eine einheit geschenkt krieg es kann das tatsächlich nach dieser schlacht wirklich 26 deswegen dazu so viele ich habe mich immer gewundert dass du vorgehst eine armee besiegst doch mal zack hier ist eine einheit ja ja es gibt sowas dass du einheiten bekommst vor allem wenn du plagen vielen dank vielen dank für die vielen abos mit danke dir man bin ich schön dass da russ vielen dank auch für die erste abos hier atlan danke fürs aber verschenken noch mal grabit rabaddon matz hatte eben verschenkt pater nikowedia nikowega vielen dank an euch alle nochmal danke an silber es fürs verschenken tera wolf lieben dank hier ebenfalls fürs abos zu full ski war auch hier unterwegs mike leyen danke fürs abo danke an king louis wenn es war das sind die die ich im augenblick einsehen kann dann kann euch alle ja ans wenn stelle ich gerade auch fest imperators zorn an skardison an eros und all die anderen ja nie begrüßt an euch ja ich habe jetzt einen ganzen zug gemacht habe eine einheit getötet naja jetzt ist ja der nahkampf ist ausgebrochen das stimmt das stimmt also ich glaube jetzt fängt die messerarbeit an hier jetzt fängt die messerarbeit an ja dafür ist er gleich jetzt umzingelt aber mir ist eine sache aufgefallen so wie du in defensive gespeckt hast moris hat offensichtlich strategie ecke in offensiv schaden gespeckt wird jetzt interessant also er macht auch gut schaden denke ich wie man sieht und brennen mit dots sind natürlich auch immer eine gute sache auf dauerne schöner brand ungünstig lecker vier drei zwei eins mal bist der große und der allergrößte beste schönste hut träger aller zeiten und steini ist ganz doof und wir machen ihn fertig fünf minuten wieder ja das kannst du sagen aber das ist ein heiliges gelübde das ich dir gegeben habe dass das geht nicht es sei denn du würdest mir gelte dafür geben dass ich es nicht alle fünf minuten mache weil ich zu peinlich hätte wie viel schaden machen die denn sind auch nur die t1 einheiten ja ich bin etwas überrascht das war ja achte gut das war der schwache eisengohle ja gut chat wird gefragt ob die anderen mitspieler den kampf aussehen können ja ja deshalb machen wir in der regel nur automatische kämpfe jeder darf einmal pro partie einen antrag stellen ich will gerne den nächsten kampf manuell machen und falls alle anderen dem zustimmen und keiner widerspricht wird das gemacht dann ist dieses eine recht verwirkt stimmt auch nur lebt an nur einer das ab dann ist das abgewiesen und hat man das auch verwirkt dann kann man sich kein zweites mal wünschen so sind die hausregeln die wir uns vor beginn gegeben haben die sind jetzt gerade etwas lame umgesetzt weil wir alle freundlich genickt haben aber beim nächsten mal sollte ich noch mal gefragt werden werde ich einen richtigen aufstand dann will ich was dafür sehen darüber keine gedanken zu machen wie ich am besten vorgehe hier muss man ja einfach klicken 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 ohne sinn und verstand oder aber man kennt seine einheiten in und auswendig aber das können beide nicht wissen ja ja so eine riesen schlachten sind halt glaubt du hast gerade deine eigenen leute und zwar zweimal ja ich habe ein eigener held auch noch ja das war jetzt nicht so das ding was ich sehen wollte eigentlich ja verstehe ich ist das knapp mensch also wenn es automatisch gemacht hättest morisa hätte es wahrscheinlich deutlich besser gewonnen aber ich bin ich das jetzt zu beurteilen schwer zu sagen ja ich glaube der autoresolve hat schon bock auf einheiten die viel aushalten definitiv deswegen habe ich auch keine einheiten bis jetzt verloren ja oder kaum einheiten verloren ich muss ja zugeben dass writing bull mit hat sich schon zwei drei einheiten weggeklatscht hatte dieser schuft ach ja ab jetzt werde ich nichts mehr machen ohne dass es mir genehmigt du darfst atmen danke endlich wieder und aufs klo gehen keine sorge ist auch eine dauer erlaubnis jeweils hat es ist ganz ganz inzüglich kämpfen können der kann da auch noch rein das ist das hast du echt noch gekriegt wenn du kalte füße hast kann ich dir gerne ein paar pantoffeln bringen ne du ich habe keine kalte füße ich sitze hier zwischen zwei pcs die wärmen wir ganz schön also eigentlich ist man sogar zu heiß aber du darfst gerne mit luft zu fächeln ja sehr gerne ich dachte erst mal muss man dann die füße von seinem lebensherrn nehmen und zum wärmen in die eigene kniekehle packen aber ich mache das wirklich also meine zuschauer können das bestätigen ich habe ja ein total war free kingdoms fächer und dann fächer ich dir gerade luft zu könnte sein dass es auch auf dem mikro ankommt dann bitte ich um verzeihung wie lange muss ich das machen irgendwo auch noch rumliegen haben ich sehe ihn gerade bloß nicht ne 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 den free kingdoms den habe ich in der gamescom moment ich hatte gerade auto gut ach nee das war mein typ der ist dein held bekehrt nee der ist der ist voll wütig das ist was anderes nochmal der hält ist tollwütig gerade das kann man zum glück entfernen da in gottes willen das ist ja gemein ist das ist ja richtig gemein welcher hält ist voll wütig meine chance dafür strategie 100 prozent ist ein zauber man kann dem schon widerstehen aber man muss nicht sagen wir so ja schon ja ich mache mich schon mal bereit war salz zu werden einfach ist einfach ich habe ja schon ein bisschen gelernt bei weitem wohl das tut man auch zwei drei einheiten dieser vom tod stehen also so lange nichts naschen können sind die halt auch bald tot du willst dich jetzt von ecke farb basalisieren lassen range oder wie ich habe nur erstmal den raum geworfen dass ich was alle bereit bin basal zu werden wäre im endeffekt mein dc ist es auch egal was mit euch los erklären in aus welcher richtung eigentlich tatsächlich strategie ecke dich immer angreift ich meine wir haben ja nur sie beide im norden dann links also hat im norden ist ecke gewesen von westen aus kamen die ganze zeit eine ki die mir von anfang an den krieg erklärt hat und von süden aus kam writing bull und im osten hat mich keiner angegriffen lassen berg verstehe also ich kann dir natürlich jetzt gerne jetzt wo ich so ein bisschen luft zum atmen habe natürlich auch gegen diese brutalen orks helfen keine frage da würde ich mich aber freuen und ich helfe auch also wenn man sagt hilf ranger dann mache ich das ich mache alles ganz klar egal wie diese schlacht jetzt hier endet wir helfen jetzt ranger das ist auf jeden fall klar hast du ich habe das gerade nicht nicht gut für mich endet bin ich ehrlich was bekommen wir dafür mehr schaden als ich gedacht hätte also erstmal bekommen gutes wohliges gefühl in der magengrube ernst die frage war ernsthaft gemeint es ist eine sehr lustige antwort aber ganz ernsthaft bitte so nett wie ich dir geholfen habe writing bull müsstest du eigentlich sagen ja bitte lass uns auf jeden fall dem ranger helfen das stimmt betretenes schweigen auf deiner seite habe ich nicht darauf eingehe ich moris hat zugestimmt ja also nach also ich sag mal so du darfst aufhören mit luft zu zu fächeln ist das eine gute bezahlung ja dann höre ich jetzt auf ganz im ersten rechter arm war schon total lahm ich habe das jetzt ohne ohne pause und lang gemacht hier das wollen wir natürlich nicht dass dein arm mit deswegen aber so im gegenzug schicken wird unsere truppengegenecke in die schlacht wie ihr möchtet mal links her was ist denn hier schon wieder los was soll das also wäre ja einfach den wahren sieger der runde den steinwallen hier bevor der uns davon zieht wer einfach fremde helden besitzt von den ergreift den gehört einfach der proversohlt ist einfach so ja das ist auch ehrenlos also absolut das stimmt jetzt hat sich gesagt und ich moris jetzt habe ich mache die doch nur tollwutig aber tollwut ist ja auch jetzt nicht unbedingt etwas was man toll finden muss auch wenn toll im namen drin steckt das stimmt ja ich habe mich sowieso warum das als tollwut bezeichnet wird ich sehe immer nur jetzt schaden bei deinem ja es ist der ist nicht so geil das ist absolut korrekt die zweite einheit ist gefallen jetzt kommt der wendepunkt wie man gerne auf französisch sagt das toll das das tolle als was positives gilt jede wetter dass das irgendwie so eine moderne sache ist sowie geil mittlerweile was 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 positives ist aber die urbezeichnung als toll das ist sicher die dass jemand toll ist also von der vernunft nicht gesteuert und verrückte dinge macht und er später dass man das als etwas positives angesehen hat umgang sprach nicht ich glaube dass geschrieben tollwut und wahrscheinlich auch von der umdeutung dass halt letzten endes irgendwann mal etwas einfach so wild war genau aber in dem sinne positiv als jemand der tollen zombies beschworen was denn ursprünglichen sinnig wäre das kann gar nicht sein da muss ich vor allem im chat heißt es auch bei mir ist toll ja mittelhoch deutsch für nicht bei sinn das ist toll ja also da kann ich nicht mehr widersprechen ich weiß ja ich wie gesagt ich werde hier von diesem hut kontrolliert ich kann nicht bei sinn sein vielleicht war ja dann wiederum gut irgendwann mal was positives oh ich bin heute wütend das freut für dich kriegt sie alle wieder ihre moral erhöht haben weil sie einen einheit gekillt haben ja ach ist ausgestorben liebe grüßen alle die ein bisschen später gekommen sind das ist der wahrscheinlich einzige manuelle kampf hier überhaupt der ausgetragen wird im rahmen des streams der läuft bis um 24 uhr es sei denn einer von uns hat vorher eine sieg variante erreicht dann ist der kampf vorbei der regelmann war alle kämpfe halt automatisch hier die ausnahme habe ich eben schon mal kurz erklärt und spiel macht super viel spaß ist auf einer zufahrtskarte wir spielen zu sechst mit steinwahlen mit moris weber mit mr murp mit strategie ecke und mit ranger area und mit mir halt und ihr seid ja in einem kampf in dem augenblick moris das ist bei uns hier die blaue fraktion und strategie ecke die gelbe gegeneinander auftragen austragen nee genau umgekehrt strategie ecke hat die roten das sind die orks unten und oben ist mr murp und seine pardon ist moris und sind seiner eine frösche oder kröten oder was auch immer das da ist der kampf zieht sich echt sehr ich weiß ja ja also im nachhinein bin ich sehr froh und dass wir gesagt haben wir schränken das ein weil auch wenn das jetzt so eine nette abwechslung ist zwischendurch die spieler kapieren selber ja nur ansatzweise was gerade passiert klicken auch nur hektisch kennen ihre truppen kaum weil das der einzige manuelle kampf ist den die überhaupt austragen ja das ganze ist so ein bisschen so ein bisschen zerstreuung mal ein anderes element zwischendurch aber das natürlich kann für für uns die wir zugucken eigentlich kein taktisches spektakel das ist so ich wenn ihr zum beispiel die regeln für american football nicht kennt und dann zappt ihr rein in eine super bowl übertragung der kapitel glaube ich auch nur höchstens höchstens ein viertel von dem was geschieht bei dem kampf ja wissen wahrscheinlich die spieler selber ihre einheiten das erstmal taktisch einsetzen gar nicht genau was hier gerade passiert halt aber das heißt nicht dass es doof ist es ist nur eine sache die machen wir mal kurz zwischendurch und ein deckel drauf und dann geht es oben wieder rhetorisch und diplomatisch und strategisch wieder weiter zur sache nicht wirklich ich habe tatsächlich so ein bisschen geskillt auf moral reduzieren das macht aber gerade weniger als ich erhofft hatte also es kann schon mächtig sein aber da muss man halt permanent auf die einheiten einknüppeln sie dürfen nicht ihre moral wieder erhöhen ja ja was er halt schafft genau weil seine einheiten sehr gut schaden machen ja krass nee dass das verlier ich glaube ich das sehe ich sehe ich gerade keinen sieg mehr gucken so viel schaden anzurichten wie ich kann aber etwas überrascht wie krass viel schaden ich tatsächlich nehmen obwohl ich sehr auf tankiness geskillt habe eigentlich auch ich frage mich gerade eben auch wo das herkommt weil es ist nicht ja ich habe eigentlich gerade noch stahlhaut bin ich am erforschen aber sie sehr zum beispiel das in den normalen augs machen hat zehn physischen schaden fünf feuer schaden fünf gift schaden aber das müsste ja eigentlich auch prozentual von deinen ganzen resistenzen abgefangen werden es sei denn er hat irgendetwas was das durchbrechen kann also seine widerstände das sehe ich glaube nicht wenn überhaupt da nur ganz vereinzelt ich würde gerne einmal mit ihrem separier sprechen in der zeit ja doch ja aber nur mit mir pläne glaube ich gerade ändern ich bin mir schoß und ich muss mitkommen ich muss auf mal aufpassen der hund der hund muss draußen warten da steht ja ein vertrag drin das steht nicht drin das haben wir ein herzliches ich bin ein ganz treuer und damit kann ich leben nein ich weine gleich bitte mal du willst du keinen alten mann zum weinen bringen ich werde gar nicht da sein um das mit zu bekommen das echt mitte lasst euch von mir nicht stören hier ja ich bin ein bisschen traurig heul bitte leise aber sag mal was ist mit den fünf minuten ich vermisse er direkt was ja ich hatte ich hatte ich mache das mir zu freude er freut sich jedes mal so aufrichtig und er ist ja gerade nicht da aber sobald er zurückkommt danke dass du mich daran erinnerst sage ich das sofort wieder also ich hatte die letzten male stefan irgendwie den eindruck dass seine aufrichtige freude von mal zu mal etwas kleiner wurde war das auch dein eindruck um ehrlich zu sein ich hatte eher den eindruck dass er tatsächlich dass da dieser blöde trick bei ihm zündet und der mehr der meinung ist wer das recht vielleicht aber nur weil er so genervt ist dass er das durchziehen ich werde auf jeden fall immer treu an seiner seite stehen wenn er es zulässt ja der priester machen schon richtig schaden gegen die untoten das sieht man schon immerhin ich hoffe es nervt euch nicht wenn ich mal ganz kurz das thema drauf auf die nachricht des tages lenker release heute verkündet von jacket aligns 3 mitte juli stimmt mitte juli auch cool das schön im sommerloch ja mutige entscheidung sind wir mal ehrlich ich freue mich ehrlich gesagt so ein bisschen aufs sommerloch weil es ein bisschen entspannter ich glaube es gibt gar kein sommerloch ich habe auch das gefühl dass die letzten zwei jahre werden jetzt alle nachgeholt in diesem sommer ich denke lamplighters league kommt auch noch im sommer genau das ist nochmal ein Backpackspiel und jetzt jacket aligns schon krass naja ey diese scheiß berserker halt ne dass die auch noch weniger dass die nicht sterben können jetzt für eine runde das ist natürlich super ungünstig du meinst diese standhaft? ja das ist auch eine nervigeren fähigkeiten im spiel ich habe sogar schon festgestellt es gibt sogar ein standhaft das sogar zwei runden dauern kann ach Gott das fand ich auch mal glaube ich ja im chat wird gerade noch mal das nachgefragt 14 juli 14 juli erscheint jacket aligns 3 wurde heute angekündigt ok aber irgendwie ist das auch ein bisschen spannend aber der kampf hier aber ich sag mal ehrlich gesagt mehr als eine Schlacht ne auf gar also ganz im ernst jeder der ab jetzt eine Schlacht haben möchte ich lege veto ein ich habe es ja gesagt ich bin jetzt sehr leidtragend ich verliere jetzt diese Schlacht wegen der erkenntnis die wie steinwallen und ich von anfang an gesagt ja ich war ja auch dafür ne ich kann ja nicht selbst das veto einlegen das ist ja quatsch ich war ja beteiligt also ich hatte natürlich totales interesse ja veto einzulegen einfach aus gewinnsucht also ich möchte an dieser stelle einfach mal betonen wie ehrenhaft das von moris ist und da hast du recht ja dass er in einer solchen befangenen situationen nicht das veto einlegt ne also das wäre ja quatsch weil ich hätte autoresolve hätte ich ja easy gewonnen glaube ich ähm mit 600 mehr und tank einheiten absolut aber das wäre dann äh wäre dann quatsch gewesen ich hätte ja nicht veto eingelegt weil ich der meinung war es wäre eine schlechtere show jetzt sondern weil ich gewinnen will und das ist ja nicht das kriterium moris wir alle würden es nicht mitzählen wenn du einmal bei dieser gelegenheit sagen würdest ich bin ein mann von ehre das darfst du zählt nicht mit ja also ein frosch von ehre die frösche sind ehrbar sie werden ja man sieht ja keine keine gute tat bleibt ungestraft genau die gesamte froscharmee wird jetzt vernichtet also wenn weil wir ehrbar waren sie werden von den orcs gefressen wir werden ja wir werden ja alle ich fand es übrigens schön wie du wie du in dem Moment nicht zweimal nicht dreimal nicht viermal einmal das wort ehre einmal das wollte ich gerade sagen Daniel er hat es er hat es in dem moment ist es richtig aus ihm rausgeplatzt er hat sich gleich noch ein zweites ehre mit rausgerollt ja natürlich natürlich genau wir bringen ja alle wahrscheinlich aufzeichnen unser streams auf youtube ich werde meinen mit dem satz des tages drüber schreiben in die youtube überschrift da steht drin Maurice Doppelpunkt ich bin ein frosch von ehre ja ja ich glaube ich habe mich tatsächlich ein bisschen verskillt diese diese moral debuffs klangen auf dem papier irgendwie lustiger als sie jetzt in der praxis hier sind die machen kaum was äh weil ich gleichzeitig nicht wirklich den schaden habe um halt in kombination damit die moral wirklich runter zu treiben weil du musst trotzdem halt noch sachen töten ähm oder zumindest treffen welche welche moral debuff hast du es gibt einen wo du nur treffen musst ich habe verschiedenste ich habe den wo man treffen muss glaube ich ich habe auch den äh äh ich habe ich habe ich habe treffen genau und ich habe auch noch glaube ich irgendwas mit waffen dass wenn der gegner wenig moral hat und ich habe halt noch die reittiere aber da habe ich noch nicht so viele einheiten die auch diese aura geben ob es verskillung ist vielleicht einfach nur von der einheiten komposition ja kann auch sein kann auch sein einfach schock und schaden zu halten ja das hast du ja mit ähm licht nicht so viel also du fängst ja einfach wirklich sehr viel an mit schildeinheiten und so zeugs ähm aber ja jetzt ist das ist glaube ich gegessen tatsächlich ja jetzt bin ich ja massiv unterlegen äh kann man mal gucken ob ich hier noch diesen komischen berserker ne das sind die zombies oder ist das der berserker egal ich töte den jetzt komm ist dein held eigentlich immer noch von tollbuch besessen ne der ist schon noch da äh der hat nicht viel gerissen er wurde halt wirklich komplett rausgenommen äh weil er mehrere züge lang nicht agieren konnte so ich habe mal eine frage an euch weil es mir gerade eben so in den sinn kommt ähm wenn ihr eure jetzige spielsituation mit einer tv-serie vergleichen müsstet wie würde der name dieser tv-serie lauten bei mir wäre es wer ist hier der boss ne das wäre es bei mir nicht das wäre es bei mir nicht so ein bisschen schaden richten wir jetzt schon noch an immerhin ja ich glaube das ist noch nicht ganz so vergessen ja doch du hast jetzt halt eine runde wo du mich richtig weghauen kannst äh die sind alle wie gesagt immer haben alle ihre moral wieder hoch gesetzt dadurch äh passiert hier sehr wenig ist der in seiner kontrollzone hier im chat wird bei mir vorgeschlagen käfig voller leben ne voller helden ja bei mir nicht ganz so unrecht dschungel camp auch ich persönlich würde gerne vorschlagen mr bull und die kleinen sträuche wow wow bei mir wird vorgeschlagen die du magst in der armee liebling ich habe meine armee geschrumpft das finde ich noch besser ja das ist sehr witzig ja wenn ich jetzt zu dir hochkomme ranger nein wenn ich jetzt zu dir hochkommen soll äh dann könnt ihr auch das ein filmtitel heißen saving private ranger ne ja den privaten ranger muss man retten weißt es doch ne ja aber so ist jetzt diese situation so dass wenn jetzt ecke gewinnt jetzt plötzlich äh alles da fällt auf der ecke oder was auf der ecke ich bin in seiner stadt er müsste dann schon noch er müsste dann schon noch zu mir eben ja ähm da ist noch nichts verloren also das aber tatsächlich ist es natürlich so dass er gerade zeigt dass seine armee komposition einfach besser ist als meine also mal schauen also ich habe natürlich nur information aus zweiterhand steinwallen aber mir wurde zugetragen von meinem bündnispartner dass äh ich sag es mal so die lunte kurz ist von mir nie zu einem zusammenfallen führen kann da oben im Norden ok ok und ecke ist der mit dem Streichholz und kurz deswegen ist ranger so nervös ich bin nicht nervös ich bin negativ optimistisch mein edler held er konnte nichts machen war tollwütig ja es hat sich ausgequarkt also ich nehme positive erfahrungen mit daraus ich meine durch diesen kampf hat ecke jetzt bestimmt zwei einheiten verloren also also wissen was habe ich ihm schon gekillt so ist nicht aber zu wenig tatsächlich also für mich ist die überschrift dieses videos wäre sei kein frosch was soll das jetzt was soll das jetzt ihr schweine der pokal ist grad immer noch zurecht bei dir steinwallen ja ja aber man sollte sagen wenn ecke jetzt diesen kampf gewinnt dann könnte man demnächst zumindest das filmzitat bei mir anwenden äh ihr habt ranger getötet ihr schweine ja so das müssen wir aber das problem ist ich weiß doch jetzt schon bei der natur dieser orks dass ich dann der nächste bin beziehungsweise es ist eher dann natürlich writing bull der der nächste ist weil der noch zwischen mir und ihm steht aber das heißt ich muss ja sowieso kämpfen ja das blöde ist die eine person die sich ja nicht nächster ist ist steinwallen ähm der weit weg von den marodierenden orks einfach seinen punktesieg aufbaut oh vielen dank für das stichwort klingeling klingeling mr murp ist der größte und wir schnappen und steini jetzt gleich ne oh man was geht es jetzt richtung steinwallen du und ich und ranger auch habe ich das richtig verstanden ja ich komm mit guter unterstützung und gedanken wir haben einen masterplan wir sammeln uns jetzt und dann rennen wir in alle vier windrichtungen das damit rechnen sie nicht das hat meine armee schon gemacht bin ich damit jetzt weiter voran also ich das ist nicht gut was hier passiert lasst es uns sagen wie es ist groß ihr golems tötet mal noch was kriegen wir noch irgendwas getötet den hast du gut getroffen mach doch mal zauber hast du nicht mal irgendwas gezaubert ich habe ich habe moralreduktion gezaubert aber auch das noch mal den größeren chat es wird alle erneut die frage gestellt wie ist das wenn murp einen bündnispartner hat und wb nur wasal ist liebe größeren randleister den wasalen status gibt es nicht bei age of wonders 4 das ist quasi eine mündliche vereinbarung mit anderen worten wir haben ein bündnis geschlossen das heißt wenn einer von uns gewinnt mit anderen worten wenn murp gewinnt haben wir einen bündnis sieg und ich habe auch gewonnen ich bin mir nicht sicher ob murp das so auch interpretieren wird aber es wird spieltechnisch so sein davon bin ich gerne bereit meinen lehensherrn mich ihm anzudienen und an seiner seite zu kämpfen hauptsache wir haben am ende wir spielen die bösen wir spielen eine dunkle schattenfraktion die mit luk und trug operiert das heißt wenn murp gewinnt haben wir gewonnen und wir haben roleplay mäßig alles richtig gemacht vorausgesetzt er löst das bündnis nicht auf dann wäre er allerdings mit er links aus seiner rolle rausspringen weil er nicht die dunklen spielt sondern eine gute fraktion spielt würde er also auf dem in der letzten runde das bündnis auflösen und dann hätte er das roleplay kaputt gemacht hier ja doch eine halbe stunde locker ja damit habe ich auch gerechnet wenn man so eine große schlacht schlägt ja bei großen schlachten ist es halt wirklich ne dann machen wir doch bei lesen einfach alle im chat wird es gesagt es geben den vasallenstatus ja bei freien städten da gibt es den die können vasall werden aber hier im spiel ich habe das ja auch nicht zugestimmt ne es wird nur ein bündnis vorgeschlagen also wenn ich vasall wäre dann hätte ich das ja angeklickt ich habe es nicht angeklickt das war auch mörbs problem er konnte nur einen bündnisstatus vorschlagen war selber auch unsicher als ich ihn gefragt habe was bedeutet das vasall sein also als normale spieler die um den sieg wette eifern gibt es nur bündnis alles klar aber hätte ich eigentlich machen sollen von meinem spielstil her vermutlich mit der mit der fraktion ich habe chat heißt es gäbe das auch bei großen reichen ich habe aber nicht zugestimmt da stand was sal werden bei mir auf der linken seite jetzt verarscht mich nicht im ernst ich habe es angeklickt aber nicht vorgelesen mach mich nicht fertig wirklich ernsthaft scheiße im ernst wirklich kann ich den wieder auflösen oh backe muss ich mir gleich mal angucken was war jetzt der grund warum ecke so dermaßen schaden bei moris machen kann weil die werte sprechen auf den ersten blick ja eigentlich gegen ecke ich denke ich habe teilweise krasse on hit damage dabei also jeder zauber von mir gibt mir nochmal vier schaden von allen möglichen sorten drauf weiß ich auch nicht dann können wir es im chat ne resea schreibt ich kann unabhängig werden du musst allerdings den krieg erklären aber dann habe ich ja nicht gewonnen ich will ja ein bündnis sieg haben es gibt ein achievement zum wieder auflösen ein achievement achso ins team achievement alles klar die sind absolute Pest ey das ist so ekelhaft gegen die zu kämpfen da bin ich mal ganz ehrlich ja schau kein brennen nix ja ja ist wie gesagt ich hätte ich hätte wahrscheinlich noch noch lamer spielen sollen äh lass die mit G5 müssen uns holen dann brüllt der alex utopia dann ist ja alles schön treffe ich meine eigenen leute zwei schaden muh also man sieht jetzt hier auch gerade eben mal na wie tough so ein golem sein kann das stimmt der ist umzingelt hauen alle drauf der steht immer noch die 1er frösche haben halt echt nicht viel gerissen tatsächlich ich habe gedacht ich hätte die gut gebufft dass die bisschen mehr machen würden aber die haben halt gar nichts bewirkt irgendwie äh wirklich nur die golems also die 1er sind ziemlich stark wenn du äh diesen Schwarmzauber hast dass die 20% mehr schaden machen und mehr Figuren ja ich hab halt wie gesagt ich hab eigentlich mehr so auf auf elite und moral debuffs war der Plan aber es ist einfach nicht wirklich aufgegangen äh oh ich hab ne Frage an Ecke hast du bei deinen generälen eher auf Buff auf Einheiten geskillt also ich kann jetzt nicht mehr viel machen der macht guck mal noch bisschen Schaden hier hin der macht richtig viel Schaden diese Bogenschützin die ist fies aber deine anderen Bogenschützen waren auch frech die haben richtig Schaden gemacht ja ja da müsste noch irgendwas mit mehr Schaden rein ich hätte mir da irgendein Buch holen sollen wahrscheinlich das ein bisschen irgendeine krasse Schadenseinheit noch gibt ähm dann kam es gleich vorbei dann können wir weiterspielen kurz noch der Hinweis seit heute haben wir Mittwoch seit gestern online schaut mal worauf ich sitze neuer Stuhl von Asus wurde mir gegeben von ROG ein ROG Destria so heißt der Stuhl ein ergonomischer Spezialstuhl Link bitte einmal kurz posten hier drauf und wir haben einen 15% Einkaufsgutschein auf diesem Stuhl diesen Stuhl auf der Asus Seite ist der auch beschrieben ich sitze selber drauf finde den mega cool weil tausende Einstellmöglichkeiten da sind kann wirklich alles machen allerdings da steht nicht auf der Seite deshalb kurz der Hinweis nur für Leute empfohlen von der Größe 1,65 bis 1,85 ist ein sehr sehr teurer Stuhl aber wenn 15% runtergehen geht es eigentlich und das war es ja ne also Supporter waren die haben echt nicht so viel gerissen die können halt eine Einheit pro Runde irgendwie heilen aber damit weniger Schaden heilen als halt die gegnerischen Einheiten machen und dann bringt es halt nicht wirklich viel ähm ja das war das war sehr vernichtend damit bin ich als Bedrohung ziemlich neutralisiert der Marsch der Frösche hat sie in den Untergang geführt also bei mir ist es auch so wenn ich eine Einheit töte dann haben die halt Blutrausch ich weiß nicht ob alle meine Einheiten Blutrausch haben oder nur die Helden da bin ich jetzt etwas überfragt dann lass uns mal hier das war wirklich übel ein Leichenfeld wird im Chat geschrieben oh Gott hoffentlich erklärt Steinwein jetzt nicht den Krieg gegen Maurice eine Schande Steinwein würde es niemals der würde auch bestimmte Runde gewinnen ich hänge immer noch in meinem Eventfenster wir müssen auch noch auf Spielentscheidungen warten ja das wird wahrscheinlich da sein ja ne ich kann aber ich klick wie blöde ne ist glaube ich Maurice Spielentscheidung oder? ne ich habe nichts ich sehe meine drei Armeen hier noch das ist ein bisschen komisch also bei mir bei links raus gehen und wieder reingehen ja aber dann müsste es die Schlacht vorbei ne ich kann jetzt nein nein ich meine nicht nochmal die Schlacht schlagen ja ich bin auf der Weltkarte steinwein 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 kurz nochmal das wieder raus und wieder rein dann vielleicht gehts dann ich kann noch nicht mal escape drücken alte 4 was? ja das Spiel abschließen Spiel abschließen das ist ein bisschen komisch weil bei mir also meine Armee ist noch da und belagert jetzt immer noch ich kann auf die Belagerung klicken und die Belagerung aufheben ok ich soll jetzt mein Spiel runter bringen aber dann tickt er die Uhr und sowas alles ne? ne du hast ja 3 3 Minuten 45 steht es hier gerade eben dran also wir haben genug Zeit also ehrlich gesagt bei mir scheint es so als hätte er die Schlacht nicht registriert äh Maurice es liegt daran dass er es nicht registriert hat weil wir immer noch in diesem Modus hier drin hängen wenn Steinwein jetzt wahrscheinlich raus geht und wieder rein geht dann wird das wahrscheinlich aktualisiert ach ihr seid noch in dem Schlachtbildschirm ah verstehe ne also wir sind noch davor sozusagen ach so ok ich glaube das wird sich jetzt wahrscheinlich aktualisieren wenn Steinwein seine Entscheidung treffen kann im Schlachtbildschirmseite? ne bitte Tja hat gefragt ob der Stuhl einen Anschnallgurt hat nein der hat nur ganz viele Gürte also man kann entweder einen Hebel ziehen oder einem Gurt ziehen der Gurt hängt am Hebel wahlweise und dann also die Einstellmöglichkeiten sind wirklich guckt euchs da mal selber an da geht es auch per Link kommt man auf die Produktseite drauf und auf der Produktseite wiederum da kann man so auf ein großes Foto drauf klicken da gibt es so GIFs die am angezeigt werden es gibt auch ein Video das haben vielleicht die Chatmods sogar für euch da kann man sich alle Einstellmöglichkeiten angucken Werbung, Werbung, Werbung alle mitbekommen? ja das geht ja nicht ich habe keine Ahnung ich meine es kann sogar sein dass du im Autoresolve auch gewinnen würdest weil ich bin wieder im Event und bei mir blinkt halt Maurice bei mir blinkt Maurice ihr könnt ja mal meinen Stream öffnen ich bin hier noch ich sehe meine Armeen noch ich kann die Belagerung aufheben wenn ich möchte äh kannst du die Armeen auswählen? äh ich kann ja ich kann die anklicken die können sich aber nicht bewegen die werden auch noch angezeigt als vollwertig kannst du mich nochmal angreifen? das wird derselbe Fehler sein wie vorhin Leute lasst uns einfach mal ganz ganz kurz nochmal raus alle rausgehen und nochmal alle wieder reingehen also wirklich alle wird gemacht ja wenn mein Lebensherr anders sagt dann mache ich das dann füge ich mit dem Schicksal ja ich meine es wurde ja vorher gesagt dass Autoresolve die Hauptquelle von Asynx ist nicht Autoresolve sondern manuelle Schlachten kann sein dass das jetzt genau gerade passiert ist spielen neu starten oder so direkt nur laden und mehr spielen die Runde der KI ist noch nicht zu Ende wird bei mir gesagt so spielen ja das Spiel hat sich ordentlich verschluckt das steht bei uns unten rechts also seien wir ehrlich wenn es im schlimmsten Fall ist dann wird die zurückgesetzt machen wir Autoresolve und ich beug mich dem Schicksal ich will jetzt hier nicht auf meinem Sieg beharren oder sowas um die Runde dann zu blockieren ist ja Quatsch krass ich finde du solltest auf deinen Sieg irgendwie beharren ich auch ja machen wir einfach nochmal dann haben wir anderthalb Stunden lang manuellen Kampf gesehen da soll mal jemand sagen hier sieht man nix und immer denselben vor allem ne ja ja genau Maurice könnte hier eine Armee wegziehen einfach und dann wir machen jetzt einen Subathon Leute wie oft wir diese eine Schlacht schlagen solange ihr weiter rein subbt wo wir alle hier und schlagen diese eine Schlacht immer und immer und immer wieder 48 Stunden lang und ihr müsst also solange ihr natürlich rein cached wenn ihr aufhört rein zu cachen dann haben wir keinen Grund mehr das zu tun ähm es kommen direkt Abos bei mir rein sind alle wieder da also ich komm nicht mal raus witzigerweise ich bin jetzt in einem beenden Ladebildschirm gefangen äh ich ich muss glaube ich raus tappen aus dem Spiel also fast Tastmanager weil bei mir ist gar nix bei dir wirklich aufgehängt gehabt ja die blinken mit schuld weil halt mein Spiel protestiert hat gegen diesen unrechtmäßigen Ausgang der Schlacht vollkommen zu recht ich sage das dieses Manöver von Ecke hat das Spiel so irritiert dass es sogar jetzt deinen Client mit abgeschossen hat ja genau das ist absolut nicht okay ähm also wenn du nicht schon Krieg mit ihm hättest ich würde ihn jetzt erklären ja wenn ich wäre jetzt erstmal vor allem auch ich wäre tatsächlich neugierig was der Autoresolve bringt aber ich würde dann eigentlich sonst sagen wenn wir jetzt wieder am Anfang der Schlacht sind dass ich halt abziehe weil das ist ja jetzt auch Quatsch wenn er jetzt eine Schlacht verliert die er fair ins Quill danke fürs Abo verschenken an den André Lange Loyola danke fürs Abo verschenken an dich liebe Gruße an euch beide ja wäre das ja ab damit wäre alles illegitim Colorado liebe Gruße Richtung Kiel danke dir für den fürs Mut machen hier müssen Einheiten sterben also jetzt wir können ja hier nicht beide Armeen jetzt in beide Richtungen wieder verteilen es müssen Armeen sterben ich glaube sterben dann schon welche weil er wird dann zu dir marschieren ja genau deswegen man könnte theoretisch einfach die Einheiten entlassen gut dann hat er keinen XP Vorteil aber zumindest Stimmt das wär was ja stimmt das würde gehen ah ne jetzt sind wir tatsächlich hier bei der Niederlage ok jetzt ist der Bildschirm da dann hat es sich eh geklärt das ist natürlich suboptimal aber da sind alle Frösche gefallen eine Tragödie da ist es jetzt kann ich mich auch bewegen ja ich bin nicht in der Partie drin falls euch das noch nicht aufgefallen ist soll ich reingehen ich warte darauf ja komm rein guck mal ich hab sogar man sieht gar nicht ob jemand drin ist oder nicht fällt mir jetzt gerade erstmal auf interessant ach und der weberleiching hat schon eine Saat der Ordnung naja da hat er nicht dass es mir viel gebracht hätte da hat er der richtige hat er den gefehlt warte man hat dieser Bell auch überhaupt nichts doch den hab ich gemacht ok keine Sorge mein Vasal diese Truppen ziehen nur vorbei ich mach mir gar keine Sorgen ich weiß du bist ein ein Mensch oder ein eine andere Kreatur von Ehre alles gut ein Maulwurf von Ehre bitte naja mindestens so ja damit äh bin ich tatsächlich extrem neutralisiert das hab ich nicht damit gerechnet dass diese Armee so viel schlechter sein wird ich ehrlich gesagt auch in keinster Weise ja du belast mich hier richtig vom Platz es bleibt spannend äh ja nicht mehr für mich also ich bin raus jetzt ist die Frage wer wer von euch äh gewinnt nun weil das kriege ich in zwei Stunden nicht mehr wirklich aufgebaut ja I feel you das alles begangen damit dass Ecke mir den Krieg erklärt weil er sagt ich hätte vor seiner vor seiner äh nein 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 das begangen damit dass du eine Stadt gebaut hast ohne Mauern das war also das ist eine Provokation im Ernst die Stadt war gerade erst fertig das grenzt seine Kriegserklärung das ist richtig einfach da waren aber auch schon fünf Pops drin also ich hab dir genug Zeit gegeben dass du eine Mauer warst naja und ein paar Holzstäbchen da hinlegen Eckart völlig recht ich hab gestern noch ne ähm ne alten Dame ähm über die Straße geholfen sie wollte bei grün über über die Ampel sie hatte Probleme hatte die Handtasche offen ich hab reingegriffen mir das Portemonnaie genommen also das das damit nicht auf dem Boden fällt Eckart recht ja ja absolut ich hab dir einfach geholfen das zu organisieren dann drauf und so weiter dir einfach ein bisschen ja 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 ich hab jetzt nur Auto Resolve da ist die Armee nicht so stark hehehe hehehe welch ein wildes Unterfangen hier wirklich Gott sei dank hab ich gleich die Atomraketen fertig ja ich brauch jetzt auch diese die ähm die Cyborg äh Krieger quasi ja die gehören doch standardmäßig dazu oder zu entflaschen ja eigentlich schon das stimmt ja quasi Froschborgs Leichen pflastern ihren Weg aber Leichen mit L-A-I mhm da ist ein Wortwitz geschehen ja das ist ja sehr erfreulich eben ein paar Jahre hätte man sich nicht weiter expandieren können jetzt geht's Problem war dass die Königin glaube ich bei uns die Karte Blutmutter die war abgebruxt und war in dieser Astrallehre drin deshalb hatten wir so niedriger Stabilität aber so geht das einfach wir dürfen nur nicht kommen unter 79 weil da gibt's eventuell Aufstand ansonsten gibt's keine prozentualen Ressourcen Abzüge bei uns das ist eine Sondereigenschaft von uns also Unruhe geht Aufstand geht nicht bis dahin ist noch okay die die Abzüge haben wir nicht war mich jetzt erstmal quasi unten eingemümbelt weil ich wusste wenn ich jetzt am Anfang meine meine Armeen verliere dann ist es vorbei deswegen habe ich mich erstmal aufgebaut ja also dann haben wir als Quintessenz quasi Riting Bulle schuld ja schon absolut ja dann dass wir uns darauf einigen das ist das ist ja gut er ist auch mein Basal er kann dagegen nichts tun Mr. Murp wer hat gerade gesagt ich sei doof du musst dich da immer schützend vor mich stellen ne Schuld Schuld hat's gehalten also ich glaube es ist die Pflicht eines Lehnsherren sich schützend vor einen Basalen zu stellen das ist eine Frage der Ehre oder Maurice Frage der Ehre Stichwort für dich ja ich muss leider zugeben dass meine Frösche inzwischen dem Fatalismus anheim gefallen sind also unsere noble Religion des Lichts ist zu einem Doomsday Kult geworden wir sind felsenfest jetzt überzeugt dass die Welt verdammt ist wir müssen neu laden anscheinend ja dass die Welt verdammt ist durch eine Flut rothäutiger Dämonen vernichtet zu werden und wir haben nicht mehr irgendwie die Kapazität glaube ich dem irgendwie Widerstand zu leisten also Ranger du hast ein Angebot von mir sonst kann ich dir nicht helfen Gebot offene Grenzen achso ich hab so verstehe ich das richtig wir können jederzeit das Versallentum beenden das Bündnis bleibt jedoch ohne Abzüge bestehen das heißt wir hätten dann doch ein Bündnis ja Gott da kommt da kommt Stefan zu uns rüber hier oben und er macht hier Ärger mhm hat hier eine Stadt vor unserer Nase gemacht das Chaos regiert ja ja also Maurice spätestens jetzt seitdem du mir jetzt gezeigt hast was depressive Kröten sind gibt es ist der Untergang kommt Leute auf ne gute Art hat irgendeine Relevanz hat irgendeine Relevanz it's coming home also ne wir hätten das Versallentum beenden können da war ein Link auf dem man also so ein Button auf den man hätte klicken können aber ich glaub das ist nicht das Entscheidende hier wirkt eine Stadt hat Stabilitätsprobleme und das ist die hier vorne und die hat auch Probleme mit dem Volke glaube ich dabei wir gehen denen mal einen Flüsterstein dann mal gleich einen sich langsam aufbauenden Vorteil hier ähm wurde das hier übernommen ja ist hier vorne kein Stadthalter drin ich dachte wir hätten die ganze Zeit eingehabt das gibt's doch gar nicht krass ob mein Ziel ist erstmal Versall zu gewinnen wir spielen die Bösen wir spielen die Dunklen wie wir gewinnen ist mir vollkommen egal es ist mir vollkommen Schnupfer also als Guter um in der Rolle zu bleiben oder als jemand der ehrenvoll und hoch spielt aber wenn wir durch Schleimerei und Intrigen egal wie auch immer denkt mal an Grima Schlangenzunge bei Herr der Ringe dem war auch vollkommen egal wie er in der öffentlichen Meinung dasteht Hauptsache hat er Erfolg das ist mir sowas von egal also als Versall zu gewinnen da hätte ich keine Probleme mit echt überhaupt gar nicht ohne Scheiß seht ihr nicht seht ihr nicht dass die Apokalypse naht ne wo denn? ihr Narren da ist er wieder der war sein weh denen die noch Hoffnung haben also mein Chat äh sieht einen Ausweg für dich für wen? die Unterwerfung und äh daraufhin die äh den Versuch deinen Saatsieg deinen Ordnungssieg noch durchzukriegen natürlich unter der Ordnung des Chaos es ist natürlich eine Option dass man sich in der Niederlage siegreich zu sein ist auch edel der Verdammnis ergibt ja ähm ähm Boris Brandschatzen mit den Orks über die Welt kaufen gerade keine Einheit und da könnten uns ein paar Skelette höchstens holen achso hier unten wollte ich nur angreifen ah ne Sekunde zu spät hier Forschung auch wieder nicht dran das darf nicht wahr sein Eich ergriffen ja ja absolut ich wär übrigens auch dafür dass Steinwallen jetzt die Weltpolizei spielt das stimmt wo ist so eine Entscheidung wir sind entmutigte Gold geben wir nicht aus wir greifen auf jeden Fall aus ein einmal zaubern erlauben haben wir überhaupt Verluste mal gucken keine Verluste alles gut Belohnung Seelen und anderes dann ist das Event noch vorbei können Produktion einsammeln oder Imperium wir müssen auch das Imperium mal ausgeben hier oh mein Gott wie brillant du musst dein Befehl nochmal wiederholen ich glaube der wurde vorhin nicht gehört die unbridlede Kraft der Herd über die Pläne Steinwallen hat also ich glaube Steinwallen will auch irgendeinen Magiesieg kann das sein ja auf jeden Fall er hat ja mehr Ressourcen als ich hat jetzt einer erkannt welches Buch es ist anhand des Textes ich wollte es gerade fragen ja habt ihr was gehört nur ein bisschen echt ich hab hä das kommt weil meine Katzenohren meine Kopfhörer nicht richtig dadurch sitzen die nicht ah es tut mir leid stimmt hast du dein modisches Accessoire noch äh noch auf ja natürlich ähm ich möchte an dieser Stelle meinen Vasallen nach Norden beordern wir wollen Orkse töten ja und das machst du auch öffentlich ne Ah natürlich Orkse töten Strategieäcker ich hab immer noch ein Bündnis mit ihm das darf ich nicht ohne Genehmigung meines Lehnzherrn auflösen aber hat nicht dein Lehnzherrn die ganze Zeit dir diesen Befehl erteilt ja also du machst mich völlig kirre sprich mal bitte in klaren eindeutigen Worten zu mir was soll ich machen ich befehlige Hekate Blutmutter das Bündnis mit den Orks Borg der verbrannten zu beenden und ihm stattdessen den Krieg zu erklären mache ich habe ich keine Probleme tut mir leid Strategieäcker aber ich bin eine höhere eine höhere Sache gerade eingegangen muss ich so machen tut mir auch total leid ist mir sehr unangenehm sage ich ganz offen ja das erste Mal dass ich hier irgendwie meine Meinung ändere und die Seiten wechsle und ich hoffe das passiert nie mehr ist mir echt peinlich nein nein so hätte ich dich auch nie gesehen das ist lieb das sagst da kommen die Tränchen dass du so lieb mit mir umgehst obwohl ich mich so böse aufführe ach ich bin doch auch böse ach so ja dann ist ja alles gut ich komme rüber und ziehe das Fell von deiner Aukaut oder deine Aukaut von deinen Knochen oder was auch immer ihr kommt rüber und das Essen kommt halt dann in dem Fall zum Hund das ist das Gute in meinem Lieferdienst ja in meinem Fall ist es schon ziemlich heiß und gekocht denn wir sind die Magma-Moles die Magma-Moles genau würde ich auch sagen wenn Kannibalen mich fressen würden würde ich auch vorher sagen es ist alles egal was ihr tut nichts hat einen Sinn ich brauche dafür keinen Sinn ich brauche dafür keinen Sinn es reicht mir einfach völlig dass mein Verbündeter sagt da sind Orks haut drauf und das ist einfach Fantasy wie soll ich sagen so natürlich helfen wir auch Murph ne aber also ich gehe rauf kann sein dass wir Momente abwarten müssen dass wir erst eine weitere Stadt einnehmen müssen und es könnte auch ein Krieg bedeuten gegen Maurice aber ich glaube dann hätte ich mich verklickt das kann schon mal passieren na man ist als Vassal ja auch nicht so ganz drin in den Feinheiten der internationalen Diplomatie aber wir gehen auf jeden Fall rauf und helfen Murph irgendwann ja auf jeden Fall machen wir garantiert kann Murph sich drauf verlassen Orks der Fantasy Klassiker also ich wäre dafür wir sollten uns so sechs zusammensetzen und ein Buch darüber schreiben oder am besten eine ganze Trilogie zwei Leute arbeiten immer in einem Buch eine Quadrilogie kannst du auch gleich draus machen warum bei drei Büchern bleiben das ist einfach viel zu Mainstream lass gleich mal vier, fünf draus machen am letzten Buch muss Maurice mitarbeiten damit er dann die Apokalypse als Prophet mit da reinbringen kann ja natürlich alles hat keinen Sinn oder er macht das in dem Bereich von Anfang an weißt du das ist der Aufhänger die Apokalypse die Orkische Apokalypse das ist dann die Apokaklüpse ja ne? ja genau nur einmal das Stadtlimit erhöht Vassalen andere Reiche Flüstersteine geben um deren Tribut Helden bekommen mehr Erfahrung 500 Wissen ich glaube am spannendsten ist das hier oben mit anderem einen Flüsterstein geben ja ich muss einen Moment abwarten wo wird gefetzt? ja an unserer zukünftigen Front du meinst die da oben im Norden da diese zwei Armeen? ja exakt Fabi Monster lieben Dank 14. Abo Grüße an dich nochmal ein Grüße an André fürs Abo verschenken eben halt wenn man natürlich im Sprachstatt dann raus die zwei Armeen da warte mal ich komm mit meinen fünfeinhalb Truppen gerade mal an dann hat man irgendwie diese taktische Element verspielt ja ich will damit nur also operieren wir mal damit wir holen uns die Fähigkeit hier hat Vassalen andere Reiche einen Flüsterscheinstein zu geben um Tribute abzulagen holen uns für ein bisschen Imperium hier unten noch einen weiteren Flüsterstein jetzt schauen wir mal ob wir irgendwo jemanden abgreifen können gucken uns mal in der Diplomatieübersicht die wen wir kennenlernen an die sind wo? die sind von niemandem Vassal oder? dunkle Orks, wo liegen die? hier unten? haben die einen Vassalen? ne keinen, ne? wer im Krieg? haben wir zwei Flüstersteine den können wir gerade keinen geben wir müssen erst Frieden schließen den können wir einen geben achso das sind die bei uns um die Ecke die wollte ich gerade erobern wir müssen mehr Stadtstaaten kennenlernen Leute jetzt zaubert der schon wieder es ist ein episches Element hier im Stream das stimmt, das stimmt ich werde jetzt mal gucken ob ich halt mit meinem nächsten Buch vielleicht noch irgendeine Einheit bekomme die bisschen Schaden macht und und Standard Schildträger werden jetzt nicht mehr gekauft die sind offensichtlich Nonsens und niemand braucht sie allgemein diese, diese zwei allgemein ist echt kein Fan von meinen beiden Support Einheiten also vielleicht habe ich sie auch schlecht benutzt aber für mich gibt es auch wenig Support Einheiten die wirklich richtig gut sind ich fand die echt nicht so geil also da haben wirklich diese Pyromantinnen zum Beispiel die ja Level 1 Einheit sind war mein Eindruck haben mehr zur Schlacht beigetragen ähm jetzt können wir uns eine coole Einheit holen eine Todesfee bitte das machen wir hier drauf und der ist noch Platz frei so wir uns noch einen anderen Zauber holen Magma-Geist kann auch ein Golem dann fasst man zwei Skelette zusammen noch eine Todesfee könnten wir uns nächste Runde dazu holen noch mehr Seelen sammeln gleich das ginge auch einmal eine Todesfee nochmal ja ja ich weiß gar nicht wie ihr das alle noch so verleugnen könnt ihren Randleister du bist echt ein Schatz 20 Abos das kann ich gar nicht alles vorlesen ganz liebe Grüße an dich ganz ganz liebe Grüße ganz liebe Grüße an Randleister hier ich habe leider einen Rundentimer ich kann dir das nicht vorlesen und ich bin sowieso schon leicht verschnarcht am ziehen hier ich guck mal kurz durch die Stadtliste durch habe aber überall Einheiten brauchen wir gerade nicht wir haben zu wenig Geld wir sammeln erst noch ein bisschen hier was ab wir könnten schon mal die nächsten Bauaufträge einstellen liebe Grüße an Randleister du bist der Größte danke dir da wir im Augenblick etwas Zeit haben mehr Gold mehr irgendwas immer wenn Steini zaubert wer dich heraus katapultiert und woanders hin pro Forsterei eine Forsterei, zwei Forstereien bekommt man noch mehr Mana wir ertrinken in Mana mehr Seelen drei Seelen in der Runde mehr drei Mana für jeden Forschungsturm zählt als Forschungsposten könnten eine Forsterei überschreiben ja mal zwei eher hier unten dann können wir an Randleister können wir hier unten sowas auch machen ja mehr Seelen wir ertrinken in Mana wir ertrinken in Mana ein Seelenquell auf wir haben hier fünf Steinbrüche so viel brauchen wir gar nicht einmal hier hat gerade nicht geklappt muss noch einen Moment abwarten vielleicht wird das zum Schluss drauf gerechnet sie müsste dir aber zumindest ne das hat sich eigentlich nicht also das ist der Witz an der Basalisierung du kommst da nicht mehr raus warum sollte man auch so einmal Basal kommst du nicht wieder raus also wenn ich wenn man einen so ehrenwerten Basal ich hab das auch gar nicht vor also ich weiß gar nicht worüber ihr da gerade redet würde ich nie und nimmer machen ich bin tatsächlich nicht mehr letzter bei militärischer Stärke möchte ich an der Stelle nochmal anmerken ich bin mir nicht sicher ob die ob die stimmt die Tabelle mit der Militärstärke ja ich bin jetzt natürlich letzter weil ich meine ganze Armee verloren habe so jetzt bauen wir in finsterspitz wie gesagt den was war das ja nochmal hier vorne die dunkle die Seelenquell für mehr Seelen in den Steinbruch hier oben rein den brauchen wir nicht unbedingt wird hier einmal gebaut dann bauen wir hier oben das nächste Gebäude ein Ritualmausoleum wir ertrinken in Mana das brauchen wir nicht noch mehr Mana noch mehr Nahrung ja so viel gibt es gar nicht mehr zum sich dazu holen hier gibt es gar nicht mehr so viele Provinzen das können wir uns auch knicken hier Grobschmied für mehr Einberufung wenn wir nachher Geld haben das können wir machen oder auch hier einen überflüssigen Ritual Schreiterhaufen irgendwo drauf der braucht zwei Steinbrüche wir könnten eine Farm überbauen damit für die Seelenquell eine Farm wegmachen die hier unten zum Beispiel hätte man noch eine dritte Stadt hier hinten bauen wir mal ein bisschen Verteidigung auf es ist einfach so ein vages Gefühl dass es nötig sein könnte jetzt sind wir hier unten und jetzt verklicke ich mich und erkläre es sind so kleine versehen die können passieren hier mal dem lehnt es an dieses Stadtstaates versehentlich den Krieg du meinst also z.B. Forschungszentrum Nexus ja der hat auch keine Stadtnamen alle quasi die gesamte UI ist weg außer die richtige UI aber alles was auf der Karte ist ich glaube ich muss nochmal raus es ist ein Wissenstest wir wollen jetzt schauen ob du dir alle Positionen gemerkt hast das soll ja auch schwierig werden kann man jetzt vom führenden Spieler auch mal erwarten finde ich absolut ich habe gerade einen Moment nicht zugehört wir müssen jetzt rausgehen abwarten oder was ne ne nur Steinwald muss kurz raus ja dann wachten wir ab das heißt wir dürfen jetzt auch nichts klicken und nichts machen oder nein alles gut ich bin wieder da und ich sehe wieder wir müssen aber eh neu laden wie gut dass keine wichtige Entscheidung anstand ich auch ja also das macht er aber um das wieder auf einen hin zu bringen da zu fixen ja das ist ja okay die blanke Ironie ist dich auf aufgeben zu klicken die blanke Ironie ist dass ich bei Steinwallens Katzenklo eine Quest hätte da kann ich aber nicht rein top man danke dir jetzt greifen wir an jetzt verkriegt sich WB irgendwo hier müssen die Armeen von denen sein versteckt ich sehe euch aber ihr mich nicht wow wie war das mit dem Wissen seit wann sind Orcs so subtil ich finde das nicht okay ist so also ich würde ja auch mal aufpassen ob ihr noch sag ich mal Ausgänge und Eingänge des Untergrunds unter euren Städten habt ich kann nicht den Krieg erklären weil ich wassal bin Scheibencluster das geht gar nicht ja da unten ist wirklich Platz zum Tanzen das ist wahr mal ganz kurz in den Zweierraum ganz ganz fix bitte ist wichtig die hat eine Front können wir machen ich komme ja gerade zu Hilfe auf dem Weg nach oben stehe ich gerade vor den Toren von Gnollmoch und könnte dir und mir die Stadt holen die gehört Maurice das ist quasi sein Versteck bei uns mit dem der uns jederzeit in den Rücken fallen kann mit der Stadt falls er die integriert ich würde mir die gerne schnell holen dafür musst du pro forma allerdings weil ich das nicht kann Maurice den Krieg erklären ganz im Ernst ich werde jetzt Maurice nicht in den Rücken fallen nein tut mir leid aber du hast auch eine Fürsorgepflicht uns gegenüber mir gegenüber ganz im Ernst Maurice ist schwach also der ist der der kommt gerade eben nicht mehr hoch also das würde ich jetzt äußerst unehrenhaft finden ja dann machen wir es nicht alles klar dann nicht ich bin noch nicht beleidigt alles gut machen wir es um alles klar bitte wie du möchtest nein dann ja genau so ja genau so will ich das bis dann danke ich bin froh dass du es verstehst jetzt guck ich mal ob ich nicht ähm den Krieg direkt Maurice ähm Maurice sag ich schon Mörbe erklären könnte ich hab echt die die Faxen dicke hier da kann er danach wieder anrollen mal gucken ob das geht ob das hier funktioniert wie wohl also die sind das ja Vielen Dank. Ich konnte nur ein Angebot machen. Ich konnte es nicht selber machen. Das ist doch doch frech da hinten. Ich warte schon wieder ewig auf andere Spieler. Was ist hier los? Ich warte auch, ja. Ich warte gerade nicht. Oh, bei mir kommt gerade ein diplomatisches Angebot rein. Ist es von dir, Mörp? Aber die Zeit läuft runter. Das ist doch normalerweise nicht so. Nee, wieso? Kannst du es mal kurz wegklicken? Oder annehmen einfach. Wer kann was annehmen? Ich glaube, ich habe dir gerade ein Angebot geschickt. Das müsstest du noch durchwinken kurz. Ist nur eine Formalie, nichts Wichtiges. Ich habe kein Angebot. Klingt total glaubwürdig. Keins bekommen? Danke, Steini. Dass du mich so unterstützt. Das ist total lieb von dir. Ich war eben ein bisschen böse zu dir. Das tut mir echt total leid. Hat das gerade nicht geklappt, Leute? Mit dem Angebot? Ein Abkommen wurde gebrochen. War ich das? Nein. Das waren die Orks. Meine Erklärung ist beendet. Ach, beim Rundenwechsel. Nee, das sind auch die Orks. Ein Abkommen wurde gebrochen. Das müssen auch die gewesen sein. Was? Plünderer? Wer? Das sind unsere lieben Nachbarn. Das ist mir gerade egal. Was ist denn jetzt los? Das ist alles irgendwas anderes. Ich muss es nochmal versuchen, Leute. Ich habe es nicht verschickt. Mal aber gleich nochmal. Das hat mich nicht gerettet. Ich dachte auch, ich wäre gewappnet. Ich dachte auch, ich wäre bereit. Am Ende sind wir alle nicht bereit. Niemand ist bereit. Nichts ist bereit. Wasser ist schon bereit. Warum kann ich schon wieder nicht kicken hier? Hä? Manchmal ist es, wenn irgendwer gerade ein Event hat. Ja, ja. Ja, das steht da nicht. Jetzt müsste die Anfrage bei dir aber angekommen sein. Einfach mal kurz draufklicken, wie Steinfallen gerade auch empfohlen hat. Ist nur eine Formalie. Ich habe eine Frage. Warum sollte ich das tun? In diesem Moment würde ich dir sofort leider wieder den Krieg erklären müssen, weil du absolut nicht vertrauenswürdig bist. Bis zu diesem Moment. Bei mir regnet es gerade in Köln. Es könnte auch ein Gewitter aufziehen. Sehr unangenehm. Ich bin kurz davor, die Verbindung zu verlieren. Kannst du das mal kurz durchklicken einfach, Mörb? Ich habe es durchgeklickt. Das ist sehr lieb. Die ganze Auberhaft. Dann hole ich mir schnell die Stadt und danach sind wir dann wieder beisammen. Aber ich habe es nicht so geklickt, wie du es möchtest. Gut. Ja, ich möchte es ungeall laut jetzt sagen, aber ich mache es mal trotzdem. Mörb ist mir gerade in den Rücken gefallen. Was? Ich muss pro forma an seiner Seite spielen. Aber falls irgendjemand bereit ist, Mörb anzugreifen, ihm den Krieg zu erklären, dann bin ich bereit, diese Person, wenn sie ihn auslöscht und ausrottet mit Stumpf und Stil, mit allen möglichen Ressourcen zu unterstützen, ich dann rüberschicke oder im Hintergrund Plagen wegmachen, auf Städte aufpassen, Quests erfüllen, im Chat schreiben, wie cool jemand ist. Also wenn Steinmann zum Beispiel. Wenn du zum Beispiel sagen würdest, WB... Wisst ihr nicht, dass die Rote Flut droht? Wenn du zum Beispiel... Also ich möchte an dieser Stelle kurz mal einwerfen, weil Maurice ja gerade eben gefragt hat, was ist hier passiert. Ich habe mich dagegen ausgesprochen, Maurice, der schon am Boden ist, jetzt den Krieg zu erklären. Weil das, was nämlich Writing wohl möchte, ist Knollmach einnehmen. Das hat er mir gerade im Separé gesagt. Und ich habe gesagt, ich fände es sehr ehrlos, jetzt Maurice noch da noch in den Rücken zu fallen. Also ich finde, es ist weitaus ehrloser Sachen, die möglicherweise im Separé ausgetauscht worden sind, danach im Nichte der Öffentlichkeit auszubreiten. Das finde ich also, das wirft ein zweifelhaftes Licht auf dich. Mich würde Maurice abjagern, aber das Entschuldigung, Mörg, nicht mehr trauen jetzt. Also weißt du, wir sind unterirdisch, Writing Bull, wir leben unterirdisch, wir sind mit jedem Licht zufrieden. Ah, WB, das ist aber auch wirklich... Wie mit der roten Farbe. Die rote Flut vernichtet die Welt und du guckst noch, welche Brotkrümel du aufklauben kannst. Im Chat wird Mörg als Petze bezeichnet, liebe Leute. Wenn überhaupt, dann bitte Mr. Petze mit Hut, aber nicht nur Petze. Das ist nicht fein. Nee, tatsächlich, ich betrachte mich inzwischen weniger als deinen Vasall, sondern mehr als deinen Gefängniswärter. Ich glaube, das trifft es eher zu. Jetzt scheißst du. Ja. Also, weißt du, ich bin deine Hölle und ich fange an, es zu genießen. Also, wenn du möchtest, dass ich Truppen raufschicke und dir bei irgendwas helfe und ich habe... Nee, ganz ernst, die brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. Zwietracht zwischen Vasall und Lehnsherrn. Ja, wirklich. Weißt du, ich sehe das immer noch von der positiven Seite. Wenn Ecke mich besiegt, habe ich genug Zeit, mich wieder aufzubauen, weil er muss sich erst durch dich durchschlachten. Nein, muss... Weil du bist auf dem Weg. Ey, da bin ich dazwischen. Ich bin irgendwie nicht so angetan von dieser Taktik. Äh, viele Wege. Ja, ich sage ja bloß, falls ich verliere, Ranger, ne, das ist das Ding. Fall, ja. Wir gucken mal, ob wir jemand anders angreifen können. Wir haben Krieg mit den Orks, die sind ganz oben. Ich könnte trotzdem durch sein Territorium hindurch und dann mal unter oben die Brosamen aufwischen. Mal gucken. Der braucht auf jeden Fall eine gute Panzerung im Rücken. Das stimmt. Wir haben doch noch nicht mal eine Grenze. Was soll ich im Vasallen, der sonst wo ist? Wir haben eine Grenze in unserem Herzen. Nein, da haben wir keine Grenze. Gut, da sind ja immer noch eine Plage. Immer springt meine Kamera irgendwo wild auf dieser Karte rum und ich sehe wieder, ach Steinwald hat schon wieder irgendwo was gezaubert. Genau. Der Steinbruch stellt jetzt Eisen her. Alles wild hier. Ach Gott, immerhin habe ich... Hey, guck mal, ich habe eine zweite Stadt. Ah, nee, doch nicht. Die zweite Stadt. Das ist traurig. Ja, Steinwald, es läuft nicht so im Westen. Ein Schöpfel gefragt, ob man keinen Befreiungskrieg führen kann. Anscheinend nicht. Damit hatte ich nicht gerechnet. Das ist jetzt echt doof, weil ich würde gerne weiterhin das machen, was mir die größte Freude bereitet, nämlich einfach nur Chaos stiften. Das kann ich im Augenblick nicht. Ich bin im Prinzip jetzt aufs Abstellgleis gelegt. Ich kann nur noch die KI angreifen. Mit den anderen allerdings nicht. Und das ist echt doof gerade. Ich würde am liebsten wieder irgendwelche verrückten Dinge machen. Und das geht gerade nicht. Also mit kurzen Ohren. Sag mal, was habt ihr denn für Hasen bei euch, dass du da Hasen drin siehst? Wo siehst du da keinen Hasen? Das ist ja... Ähm... Äh, Maurice? Ja? Ich hatte Interesse an einem Gespräch. So, so. Im Chat verheißen Sie was? Einzelne Einheiten als Armee hochschicken müssen die dann neben den Armeen von Merk. Wenn Ecke die angreift, ist es für ihn einfacher. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Ähm, ja. Ich darf ja, obwohl ich verraten worden bin... Oh, geht gar nicht. Die Leute, mit denen ich reden wollte, sind in einem Audio-Kanal woanders weg. Vergiss das. Vertrau dich ruhig mir an. Du kannst mir vertrauen. Wirklich. Na, ich vertraue dir auch sehr. Der Punkt ist der, mein geschätzter Vasall, der Lehnsherr kann den Vasallen nicht verraten. Nur der Vasall kann den Lehnsherren verraten. Das hast du vielleicht missverstanden. Aber ich kann das gerne auch nochmal ein paar Mal rauf und runter sagen. Ich bin da tiefenentspannt bei dem Thema. So, wenn ich mich recht entsinne, hatte ich gelobt, alle fünf Minuten, das habe ich lange nicht mehr gemacht, diesen Satz zu sagen, Merk ist ganz, ganz doof. Und selbst daran hältst du dich nicht. Ganz doof. Alle fünf Minuten sage ich das ab jetzt. Merk ist doof. Habe ich auch mit Leben. Das führt uns wieder zurück zu dem Zustand, bevor du mein Vasall wurdest. Daran habe ich mich aber auch schon gewöhnt. Und wie du gesehen hast, es hat dich nirgendwo hingebracht, außer ins Vasallentum. Jetzt musst du dir die Frage stellen, was passiert, wenn wir dieses Spiel weiterspielen? Die Abwärtsspirale, ich überlasse es deiner Fantasie. Was hättest du gerne im Austausch dagegen, dass wir das Vasallentum beenden? Und dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, als echtes Bündnis? Ich hatte nie das Gefühl, dass du mich auf Augenhöhe siehst, deswegen... Bitte, hat er recht. Also, diplomatisch... Weißt du, ich wollte ja am Anfang diplomatisch sein, aber ich sehe einfach nicht, wo diese Diplomatie hinführt, außer dass du mir im nächsten Moment, sobald ich das Vasallentum beende, mir in den Rücken fällst. Und es gibt gerade eben einfach weltpolitisch sehr, sehr wichtige Dinge, die ich tun muss, und deswegen bin ich ganz froh, dass du da in dieser kleinen Kiste, in der du jetzt drin bist, zumindest für mich, kein Problem darstellst. Nicht voll mit Leben. Tut mir leid. Wie alternativ wäre gewesen, ich hätte deine Stätte genommen, dann müsste ich aber diese Diskussion jetzt nicht führen. Vielleicht hätte ich das tun sollen. Das ist ja... Also, wie gesagt, Steinweilen, das Angebot steht immer noch, falls du einen treuen Vasallen benötigst. Denn, äh... Ich weiß überhaupt nicht, wo du bist, was... Also... Es ist ein nettes Angebot. Wo immer du mich haben möchtest. Ja, ich weiß, das zu schätzen, aber... Ich kann häkeln. Ich kann da in Truppen einen Pulli häkeln oder so. Nur ein Schal. Oder ein Wolkenäulich. Ich glaube, das passt am besten zu deiner Fraktion. Bist du so aufgegeben von den anderen jetzt, die rote Club kommt, oder was? Ich bin schon seit Beginn aufgegeben. Ich glaube, wir sind immer noch im Early-Game, oder? Zumindest, wenn ich meine Armee angucke. Es ist alles traurig. Naja, wenn man einige Einheiten halt verloren hat, ne, dann... Grüße an Voyager. Lieben Dank, 22. Abo hier. Grüße auch an Topman. Ja, es tut mir echt leid. Ich kann im Prinzip... Spiele ich formal noch mit, aber de facto nicht, weil... Als das Chaos stiftende Element bin ich gerade jetzt rausgenommen. Und kann, ja, einfach nur hin und her ziehen, KIs angreifen. Also, im Prinzip ist es gerade ein bisschen doof, ne? Ich habe nicht die Möglichkeit, Vasallentum zu brechen. Kriege anzufangen geht auch nicht. Finde ich ein bisschen... Partie steht still für mich, im Prinzip, ja. Masse schreibt auch, schade, dass man keinen Krieg gegen den Lehnsherren führen kann. Damit hatte ich auch nicht gerechnet. Ich hatte mir das vorher nicht genau angeschaut, aber dachte... Ja, also irgendwas kannst du sicher machen. Oder irgendwelche Möglichkeiten gibt es da schon. Es gibt anscheinend echt gar keine hier. Nee, Runde mit allen ansprechen. Es ist irgendwie zu... Also, wir haben auch schon Viertel vor elf. Also, ich will auch nicht weinerlich auftreten. Das geht irgendwie auch nicht. Also, wenn jemand anders auf die Idee kommt, ob es nicht vielleicht für die allgemeine Unterhaltung besser wäre, wenn man mich da von der Kette nehmen würde, dann sehr gerne. Aber selber möchte ich das nicht machen. Das finde ich ein bisschen unkull. Ich weiß gar nicht, warum ihr es so lange braucht. Pro Runde. Geht doch... Geht doch... Ich glaube, ich werde jetzt aus Rhinos Prinzip das Buch der Unterwerfung erforschen. Rhinos Prinzip. Das ist gut. Jede Menge Seelen kann man in Einheiten bauen. Können auch Dreisklette produzieren. Ja, aber die Seelen sind besser. Tutorial-Video, dreiviertelstunde lang darüber gemacht, wie man die Enzyklopädie öffnet. Wir sind zum Schluss nicht aufeinander gekommen, als das Video vorbei war. Ich habe die Enzyklopädie immer noch nicht gefunden, aber ich habe sehr viel über das I gesprochen oben rechts. Ecke ist ja niedlich, was du da machst. Das ist niedlich. Du weißt schon, was ich meine. Ja, ja, ne? Gar nicht so weit voneinander entfernt. Ja, ja, ich weiß. Das ist ja... Mensch. Ein Level-Up für unseren Helden hier. Seelen-Sammler geht immer. Mehr Treffer-Punkte hilft natürlich auch. Wir sammeln mal, oder erfahrene Anführer. Das können wir machen. Mehr XP für die Einheiten, die an unserer Seite kämpfen hier. Quasi, Hauptsache bin ich es nicht. Und dann bin ich am Ende sowieso bloß der Letzte in der Schlange, aber ich stehe immer noch in der Schlange. Versteht ihr, was ich meine? Sag sie, ich quasi. Ich bin im Zweifelsfall derjenige, der einfach versucht, diesen gordischen Knoten, dieser roten Gewalt zu durchschlagen. Wir haben so viel versucht. Also ich komme noch mal noch nicht mal vorne. Es gibt nur einen Kriegspartner, einen, gegen den ich Krieg machen könnte. Das ist Ecke. Ich kann noch nicht mal die Grenzen verletzen, wenn ich das richtig verstanden habe, ohne dass ich hier... Ich kann es mal versuchen, ohne dass es eine Abfrage gibt. Doch, ich kann eindringen. Und dann gibt es einen Kriegsgrund, ja, das kann ich machen. Ich kann oben raufziehen und dann irgendwie rund um Ecke Chaos stiften. Das ist so ein bisschen was, was ich machen kann. Schau nur an, schau nur an, Ecke, was du mit Maurice gemacht hast. Du hast ihn gebrochen. Gebrochen. Du hast ihn echt gebrochen. Schämst du dich nicht? Essen sollte nicht jammern, das macht... Oh, dann dauert mittlerweile ziemlich lange. So, eine Frage. Ich bin ja nur Vasal mittlerweile, aber ich darf ja reden, mit wem ich will. Ecke, noch mal ein Gespräch. Ja, können wir gerne. Hey, danke. Jetzt unter uns. Mein Problem ist das, ich kann im Augenblick nichts mehr machen. Also ich bin quasi... Ja. Ich kann aus Chaos-Elementen nicht mehr auftreten. Ich drehe gerade Däumchen. Ich kann durch fremdes Teretorium hindurchmarschieren. Ich kann keine anderen angreifen. Formal habe ich Krieg mit dir. Aber ich könnte jetzt irgendwie Einheiten hochziehen und dich angreifen, aber das finde ich irgendwie langweilig, weil ich habe das Bündnis mit Mörp auch nur aus Not gemacht. Erstmal, also wir haben ihn ja erst angegriffen. Mir wäre es am liebsten. Also Chaos und wir hatten ja eigentlich am besten gepasst. Ich mache dir vorhin einen Vorschlag, weil Mörp nervt mich gerade. Ich ziehe rauf, ziehe mit einzelnen Einheiten, nur eine Einheit pro Armee, war eine Idee bei mir aus dem Chat, neben dich. Und... Du sabotierst deine eigenen Leute. Genau, irgendwelche Verheizungseinheiten. Also Armeen mit einer Einheit irgendwie. Und du dirigierst mich irgendwo hin und dann stifte ich nur noch Chaos und dann am liebsten irgendwas, was Mörp aufregt, falls es möglich ist. Das hört sich fulminant an und wunderbar. Also wenn du das machen möchtest... Genau, mache ich. Dafür müssen wir allerdings viel im Kontakt sein. Also es kann sein, dass wir kurzfristig hier runterspringen müssen dann. Ja, kein Problem. Und vielleicht kriege ich es sogar hin, dass ich Mörp so sehr erpresse, dass er mich aus der Vasallenschaft rauslässt. Okay? Das wäre natürlich das Bestmögliche. So machen wir das. Alles klar. König wäre es nicht an, erst dann, wenn ich oben angekommen bin. Ja, genau. Bis gleich, ne? Ja, bis gleich. So, alles wieder gut. Nichts ist gut. Nichts wird je wieder gut sein. Fuck. Ich glaube, er hätte einen Punkt. Steini, hast du einen Zauber, mit dem du mir Provinz um Provinz klaust? Äh, der Zauber heißt Wachs, seid fruchtbar und mehrere. Ja, schön. Dann weiß ich wenigstens, was mir gerade hier geschieht. Und ich kann mich da nicht mehr zuversetzen, weil mein Lebensherr sagt, wir wollen nicht den angreifen, der gerade gewinnt und oben in der Punkteliste ist, sondern, nein, ich habe anderes zu tun. Ja. Ich glaube nicht, das war unbesetzte Provinzen. Ja, 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 ja. Mörp, bist du dir ganz sicher, Mörp, bist du dir ganz sicher, dass wir Steinwahlen nicht angreifen, sondern zulassen wollen, wie er gewinnt? Ich muss mich jetzt erstmal um diesen anderen Typen da kümmern, der sich der Ork nennt. Aber dir ist schon klar, in einer Stunde ist das Event vorbei und Steini hat gewonnen. Womit kümmerst du dich denn? Vielleicht hat er auch nicht gewonnen, vielleicht hat er auch gewonnen, aber, weißt du, vielleicht bin ich da altmodisch, ähm, als Stein, aber ich kümmere mich um die Sachen, die, ähm, zuerst auf der Agenda stehen. und das ist momentan jetzt halt einfach diese Ork. Oink, oink. Ja. Nee, Ork, Ork. Ja, nee. Wie, ja, nee. Doch. Ich bin ein zutist, misst verstandenes Wesen. Ja, das stimmt. Ja. Wo ich gerade Unterhölle und Oberhölle sehe, wusstet ihr, dass es, ich glaube, in der Nähe von Dresden ein Oberhässlich und Unterhässlich gibt? Oh Gott. Wohin mal rein, wenn ich... Die Arme, Leute. Krass. Nee, wusste ich nicht. Das war wirklich gut. Aber, ich bin dankbar, dass ich's weiß. Da war ich auch in der Situation, als ich da durchgefahren bin und dann dort angehalten hab und ne Woche da verbracht hab. Das war schon... Was? Extra eine Woche da verbracht? Genau. Mir hat der Name so gut gefallen. Ranger der Hässlichkeit. So, kann man da irgendwas Gescheites machen? Wir können irgendwo plündern. Na, ich... Der darf ja keinen angreifen. Eine Armee von, von Baditen rekrutieren. Das können wir jederzeit machen. Mehr Erfahrung sammeln. Städte erobern. Belagerungsprojekte. Das ist alles vollkommen, vollkommen Wumpe hier. Flustersteine brauchen wir nicht. Es gibt nix. Das hatten wir schon mal gemacht. Bevölkerung entweg machen und einleiten. Rekrutieren. Stadtlimiter hören. Brauchen wir alles nicht. Brauchen nichts davon. Ich könnte mir nochmal eine Armee holen. Das kann ich über jeder Zeit. Das ist quasi so. Hinten drin. Wir können mit dem Imperiumspunkt nichts mehr. Wir könnten unsere Städte boosten. Einfach nur. Das könnten wir machen. Aber hier klaut er mir eine Provinz nahe der anderen. Ich darf nicht zurückschlagen. Steini gewinnt, weil Mörb sagt, wir müssen irgendwo oben kämpfen. Also das ist echt der loseste, der losteste Lehnsherr, den man sich vorstellen kann. Der sagt mir quasi, mach nix, wir wollen hier unten verlieren. Ich habe oben einen kleinen Privatkrieg. Das ist echt unfassbar. Ich kriege nicht dazu, zu versuchen zu gewinnen. Was soll ich machen? Weil ein paar Truppen hier unten ein paar Nekromanten machen oder so. Können wir irgendwas erzaubern hier? Todesfee. Stufe 3 Beschwörungszauber. So, jetzt aber einmal. Einmal die Todesfee beschwören, weil oben brauchen wir gar keine starke Armee. Das hat funktioniert. Es kommt irgendein Event. Bla, bla, bla. Das ist eine unserer Städte, die wir uns geholt haben. Noch mehr Böse sein. Geld bekommen. Alle Städte bekommen mehr Stadtstabilität. Wir lassen uns mal Geld geben. Jetzt noch einmal eine Einheit uns holen. Die Todesfee auf Vorrat. Ich weiß nicht. Also, wir können noch mal etwas dazu holen, was man uns gleich wieder klaut. Noch eine Försterei hier. Hier läuft's. Hier läuft's auch. Wir brauchen nicht alle Einheiten um. Das ist irgendwie Quatsch. Also, wenn wir wirklich mit Ecke zusammen oben helfen wollen, dann brauchen wir im Prinzip nur ein paar weniger Einheiten hier. Ein paar einfacher, vielleicht 6 Stufe 1 oder eine 6er Armee mit 3, mit jeweils einer Person. Oder 2 Einer. Wenn wir zwei einfache Einer Armeen. Hier, die schicken wir rauf. Na. Und so. Was ist denn jetzt los? Und so. Die schicken wir nach oben hin. Dann noch ein paar Einer hier unten. Das sind alles 2er Einheiten. Da können wir noch zwei rüberschicken. Mit denen stiften wir gleich Gas. Ja. Mit den Helden geht's wieder retour hier. Ja. Wenn Steini zaubert, gibt's irgendwo Ärger. Randler ist der Dank für das Abo verschenken. An Jafre Koi. Denzet, danke für das Elfte. Ja. Mit ihnen ziehen wir rauf. Und hier können wir noch eine Plage mit den anderen angreifen. Bei Grafen ja aber erst ziehen wir erst die anderen gleich rauf. So. Einmal hier angreifen. Genau. Einmal ein Automatikkampf. So. Mit den anderen gehen wir wieder zurück. So. Und das ist ein einfacher Speer. Den können wir schon mal reinschicken zur Ecke. Ihr wisst warum. Hatten wir eben mit ihm besprochen. Im Ecke ist der Rote hier oben. Dem, der echt, dem echt übel mitgespielt wird. Fahne ich die besseren Entertainer. Aber, was soll man machen? Aber irgendwer muss ja auch gewinnen, ne? Statt nur einfach rumzuquaken. Nein. Ich meinte, wenn man mir schon so was Langweiliges wie Feudal zulost. Ja, das stimmt natürlich. Feudal ist mega mächtig. Also ohne Witz. Ich finde das fantastisch. Ja, aber als Fantasy Topos ist es irgendwie langweilig. Aber, außer man spielt Katzen. Weil Katzen sind grundsätzlich nie langweilig. Insofern bin ich sehr glücklich. Ja. Ja, aber irgendeiner muss der halt Feudal kriegen, ne? Alles gut. Beklage mich da nicht. Ansonsten, ich habe eine Klagemauer bei mir in der Stadt gebaut. Der Frosch ist auch schon da. Also. Ja, im Chat. Aragin sagt gerade, habe ja vorhin gesagt, laut Spiel geht es nicht, wie gesagt, dass ich das Vasalentum irgendwie auflöse oder irgendwas machen kann überhaupt. Beim nächsten Mal könnte ich es mal vereinbaren, dass man das durch Rollenspiel aushebeln kann. Ja, weil das finde ich gerade ein bisschen schnarchig hier. Tut mir so leid, weil es ist halt das, was ich am liebsten mache bei Multiplayer-Matches, egal zu welchem Spiel. Einfach wüst durch die Gegend fuhr, Werken für Chaos stiften und alle Leute irgendwie durcheinander bringen und ja, andere und verrückte Dinge machen. Und ich bin im Prinzip in dem, was ich so einem Event beisteuern kann, gerade komplett lahmgelegt. Das finde ich so schade, weil das würde ich gerne geben hier weiter. Und die, die gerade im Chat verschwimmen, tut mir sehr leid. Morgen spielen wir im Singleplayer-Modus Edge of Wonders 4 mit Blinzel, Kerzenschein und seinen Bullwürfen ab 16 Uhr, ab 19 Uhr hier im Jasma Chronicles. Ein neues Rundentaktik-Abenteuer, das ich deutschlandweit exklusiv streamen darf, als erster erstmal überhaupt im deutschen Raum. Morgen ab 19 Uhr dann ein zauberhaftes Spiel. Stream wird von Publisher unterstützt, deshalb Werbung. Und ich nehme mir mal vor, wenn euch das recht ist, dass wir hier mit unserer Hekate-Blutmutter vielleicht danach mal ein Singleplayer-Match machen gegen KI und irgendwie ein cooles Setting uns überlegen und dann mal schauen, was in ihr so drin ist und in ihren Möglichkeiten. Das könnte ich mir gut vorstellen, oder? Okay, wir müssen jetzt die Entstehung treffen. Gehen wir hier drauf oder gehen wir hier nicht drauf? Wir haben eh kein Geld, um Einheiten zu kaufen, dementsprechend können wir jetzt auch hier fighten, ne? Hast du absolut recht mit. Entschuldigung, ich bin unmuted, oder? Da wäre ich gerade ein Eisenbohle, wenn man in einem Auto soll verloren, das ist hart. Oh Gott. Jetzt ist es mal manuell gemacht, ne? und dann... Jaaa. Aber gut, ich kann dafür was plündern, um sofort in der Truppe nachzurecken. Boah, das wird ein glorreicher Auto, Battle hier jetzt. Ich bin ein bisschen neugierig. Entweder die rote Flut sieht jetzt an Mörb scheitern oder die weiße Flamme ist stärker als die rote. Eins von beiden. Also das wäre natürlich für die Frösche eine interessante Entwicklung. Wenn die rote Flut tatsächlich... Wo? Leute? Äh, du stehst direkt davor. Was hat Spannung? Ich bin blind, deswegen sehe ich das nicht. Passiert was? Ja, tüftelt das gerade aus, ne? Ich weiß es nicht, ich habe noch keinen Effekt oder sowas bekommen. Also gar nichts. Auf Kampf warten, wie der hier steht gerade. Ja, der rechnet den Kampf einmal durch. Dauert jetzt auch eine halbe Stunde hätte noch spielen können. Oh nein. Ich sehe es von der Seite. Ich hoffe, dass meine Truppe so weit dich dezimiert hat. Was ist passiert? Ich habe verloren. Die 50-50-Stacht. Ich sehe nichts. Also ich sehe noch nichts. Ah doch. Ja, ich habe sogar deutlich gewonnen. Oh meinst du, meine Armee mitgekämpft. Was? Weißt du, wenn wir vorher auch schon auf den Trichter gekommen wären mit dem Auto-Resolve, dann, 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 wir hätten meine Frösche jetzt noch Hoffnung und Freude im Leben. Das habt ihr ihnen genommen. Warum denn schon wieder meine Armee? Was? Ich habe doch nur die eine mittlerweile. Ich kann es nicht mal mehr das. Ach, ist das schön. Das Schöne ist, ich habe jetzt zwei Helden von Ecke getötet beziehungsweise erobert. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ich habe ein gutes Gefühl. Ah, ich habe kein Geld. Ah, ich Idiot. Ich habe einen Fehler begangen. Okay, ich werfe mal was in den Raum. Wir haben Punkt 23 Uhr. Der Steinwald ist super mächtig. Haben wir noch mal vor irgendwie... Warte mal, warte mal kurz. Ja, sehr vernünftig. Warte mal, im Punkterang liegt der gute Maurice vorne. Also jetzt erzähl doch mal keinen Quatsch. Ja, Maurice wollte ich auch angreifen. Ich bin bereit, jeden anzugreifen, dem er mich angreifen lässt. Ich will ja nicht motzig sein, aber lasst euren Bluthund von der Kette. Genau. Von allem Alboris angreift. Jetzt lasst euch mal nicht ablenken durch den Gesamtpunkte-Sieg. Der Gesamtpunkte-Sieg wird sowieso nicht mehr ins Tragen kommen, wenn er nämlich seinen Expansionssieg durchgesetzt hat, der Steinwall. Das ist doch total unrealistisch. Was? Ja, guck doch mal, wie viel man dafür braucht. 101 Provinzen. Das ist ein Witz. Ja, das kann der nicht. Wie viel hat der da? Nee, das ist ganz vergessen. Wenn es einen Sieg für die Person gibt, die am meisten Krieg geführt hat, ich glaube. Also, ich habe in meinem kleinen Ding schon 15. Und er ist ja bestimmt zehnmal so groß wie ich. Du, das ist wirklich nicht so einfach, so viele Provinzen. Nein. Vergisst du es. Also, ich habe mir das gestern auch angeguckt, weil ich mir die Siegbedingungen angeguckt habe. Also, ich meine, der Magiesieg, da muss man halt einfach ein paar Sachen bauen, beziehungsweise erforschen und dann bauen. Aber der Schwierigste ist, glaube ich, wirklich der Expansionssieg, weil du einfach so viel Land haben musst. Da bist du, glaube ich, meistens schneller, indem du einfach dann Städte eroberst. Dadurch kannst du ja auch diesen Expansionssieg bekommen. Wahrscheinlich oder schneller. Ich bin da aber noch nicht von überzeugt. Er frisst sich die Provinzen von Riding Bull mit rein. Das stimmt. Sie waren unbesetzt. Ich habe dir überhaupt nichts gefressen. Das sind wirklich unbesetzte Provinzenrangers. Nein, er hat mir geklaut. Er hat mir, die waren nicht. Seht ihr? Hör mal, er macht die zu unbesetzt. Aber es waren nicht deine. Doch, es waren meine. Es waren nicht deine. Nein, das war nicht deine, Baby. Ist mir egal. Ich habe es gesehen, es waren nicht deine. Ich meine, ich gucke doch da auch hin. Steini, du hast beim Civ VI-Event behauptet, meine Flotte sei nicht geben neben deiner. Wenn du Fake News verbreiten kannst. Moment, ich muss mal kurz den Schaum vom Mund erfischen. Jetzt geht es weiter. Wenn du Fake News verbreiten kannst, dann ich aber auch. Das waren meine Provinzen. Nennt mich Riding Donald Bull. Was ist immer hier? Lass uns mal eine Mauer bauen. Aber du bezahlst dafür. Ich habe ein Angebot für dich, Riding Bull. Oh, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Wie gnädig er das so sagt. Also ganz ernst. Vom Tonfalle, ich würde jetzt schon am liebsten Nein brüllen, wenn ich durfte. Er wüsste wahrscheinlich auch, weil ich fordere sehr viel. Wow. Du gibst einfach alle deine Städte an ihn und dann darfst du zugucken. Ich verlange eine statt eine als für seine Freiheit. Dann kannst du dir im Gegenzug Gnollmoch holen. Okay, dann mache ich dir folgenden Vorschlag. Ich hole Gnollmoch Was? und schenke dir dann Gnollmoch. Dann weiß ich, dass ich dir vertrauen kann. Nein, nein. Ich traue dir nicht und deswegen, sobald ich dich von der Kette lasse, nein. Ich komme als Mediator mit rein. Du solltest jetzt Riding Bull von der Kette lassen, weil sonst gewinnt einer von den beiden, die rechts in Ruhe die ganze Zeit irgendwelche Dinge tun. Ja, ich kann sowohl Maurice angreifen als auch Steinbein. dass ich der Gewinner bin, indem ich jetzt Ecke Slendereien wegnehme. Aber Ecke ist keine Gefahr beim Sieg. Ecke ist eine Gefahr insgesamt, aber nicht beim Sieg. Ja, aber ich baue dadurch Punkte auf und vielleicht gewinne dadurch ich. Aber dir ist klar, wir haben ein Bündnis. Wenn du gewinnst, gewinne ich auch. Ich finde es nur langweilig. Ich habe dir ein Angebot gerade gemacht. Das ist, du kannst auch als Kriegsreparation bezeichnen. Weißt du, ich hätte mir diese Stadt vorhin sowieso nehmen können im Krieg. Warum sollte ich sie jetzt auf sie verzichten? Ich hatte die schon belagert. Was ist eigentlich gerade mit dem Spiel los? Weiß das jemand? Ah, jetzt. Ich hatte kurz in die Tischkante gebissen. Das hat das Spiel viel interpretiert. Das kommt in den besten Familien vor. Ich frage noch meinen Chat. Mein Chat entscheidet. Soll ich Mörb eine Stadt geben und es die Freiheit zurückerlangen? Ja oder nein? Ich lese einmal vor. Zuschauen wäre fast spannender. Würde ich ihm geben. Der hat keine Ehre. Mörb mag es bald. Mörb sieht den Wald vor lauter Bäumen. Nicht-O-Mann-Vielleicht-Lol. Nimm an, es ist kompliziert. Nicht-Geben-WB-Lass-Den-Hängen. Gott macht mich das aggressiv. Einmal eine Weile aufzuschreiben. Nein, ja, nein, 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 nein. Greif sein Außenpost an. Darf ich nicht. Niemals auf keinen Fall. Oh nein. Nein, das ist Kacke. Also nein, das ist Kacke. Hab mich überzeugt. Freiheit ist wichtiger. Bleib vasall. Nimm, die Stadt geht nicht. Die Stadt kann man sich eventuell wieder... Ja, das will ich jetzt nicht laut vorlesen. Wow. Ja, es kommen ein paar interessante Ideen im Chat hoch. Man kann als Vasall wirklich nicht aus freien Stücken heraus sich die Unabhängigkeit erkämpfen? Nein, ich drehe ja gerade seit einer Stunde neulich. Welche Stadt hättest du gerne? Ja, ich hab dir ein Angebot gemacht. Das ist die Stadt, äh, Drac-Vech. Nee, die nicht. Ich bin bereit, dir die Stadt Otro wie Kalos zu geben. Das Problem ist einfach, ich weiß, also ich rede da Tareles. In dem Moment, wo ich dich von der Kette lasse, greifst du garantiert nicht Steinwallen an, sondern du wirst wie immer mich angreifen. Wie von Anfang an. Und das ist der Grund, warum ich an dieser Stelle einfach sagen muss, na, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Ich kann dem Writing Bull vertrauen, der hat mich noch nicht ein einziges Mal enttäuscht, diese Runde. Diese Runde ist ein großes Wort. Also würde ich nie machen. Die aktuell laufende Runde 39 hat er mich noch nicht betrogen. Was sagt denn Maurice dazu? Das, weil ich, weil ich bin mir ziemlich sicher, in dem Moment, wo ich ihn halt jetzt von der Kette lasse, dann wird er, wird er deine Stadt, also deinen Vasallen, dir da wegnehmen. Nein. Ich werde ja auf ewig für zu Dankbarkeit verpflichtet. Das ist natürlich eine Unverschämtheit, aber ich kann jetzt, wir können ja nichts aufhalten, Leute. Das Leben ist hart und traurig. Und, äh. So viel der melancholische Frosch. Und es gibt nichts Gutes auf der Welt. Und, äh. Du liegst vorne. Hör auf zu jammern. Nein, gut, ich nimm das Angebot mal an. Es gibt nichts Gutes auf der Welt, Steinwallen. Ich nimm das Angebot mal an, aber nur aus einem Grund, damit wir endlich in die Pötte kommen und irgendwas passiert hier. Ja. Ich nimm das Angebot mal an. Wo, wo kommt's rein? Hast du es mir überhaupt geschickt? Ja, ne? Ja, ich hab's dir geschickt aus der zweiten, letzte Runde. Musst du, glaube ich, nochmal schicken. Bin mir nicht sicher. Kann ich nicht. Jetzt kann ich nur noch Erklärungen machen. Also das Angebot muss noch bei dir liegen. Ich kann nur Erklärungen abgeben. Angebote anzeigen. Ein anderer Herrscher ist kein Vasall mehr. Ja, da ist es. Gut. Freue ich mich, mit dir Geschäfte gemacht zu haben. Ja, mich freut das auch. Das ist nochmal so nachtreten. Das wird alles gut werden, meine Frösche. Quark. So, jetzt platzen wir echt die Hutschnur. Oder ihm. Das ist mein Plan, dass ihm die Hutschnur platzt hier. Das ist mir jetzt auch gerade egal oben mit wir helfen noch jemand anderem hier, ne? Also das ist echt heftig hier. Ja, das sind zwei Todesfeen. Die können nachher auch noch mit. Ich weiß nicht, wie viel Sichtweite er hat hier, ne? Aber seine Truppen sollten ja eigentlich alle oben sein. Ich bin, also das ist, die Frösche halten das für ein Gerücht. Die Rode Flut ist unbesiegbar, wir wissen alles. Jede Menge Geld. Ich kann leider nur immer eine Einheit pro Runde beschleunigen. Das heißt, hier könnte ich zum Beispiel einen, hat er, hat er Affinität gegenüber Pyromantin, gegenüber Feuer, gegenüber, die kostet 50 Seelen, wir haben 226. Eine Stufe 3 Einheit hier. Die beschleunigen wir sogar gegen sehr viel Geld. Die hätte ich gerne sofort. Die kann dann auch sofort schon mal rauf. Können auch gleich noch eine Todesfee uns holen. Dann holen wir uns die Stadt zurück, Leute. Ja, bei mir hängt's auch gerade. Ja. Ja, aber die Runde gerade eben wieder endet. Jetzt geht's. Jetzt geht's wieder. Wir sind immer beim Rundenende irgendwie. Aber ne, bei mir ist, glaube ich, gerade das Spiel an sich gecrashed. Mit Imperiums Punkten Einheiten kaufen, ich glaube, das geht nicht. wäre mir gerade neu. Wird das echt? Wie denn? Ich kann nur Bevölkerung anziehen, glaube ich. Gott, hier ist eine Autoverwaltung drin eingestellt. Ihr vom Balthasar. Hier bewegen sich welche? Nee, bei mir ist irgendwie das... Mit Imperium kann ich Bevölkerung anziehen, weil doch keine Einheiten. Nee, es ist also, die Anwendung ist so richtig mit Windows-Startseite ist eingeblendet und so. Oh, jetzt auch bei mir. AOW 4.x reagiert nicht. Ja, genau. Oh, du hast recht. Bei mir ist es auch plötzlich... Ja, das Spiel hat sich gerade verabschiedet. Faszinierend. Bei allen auf einmal. Okay. Ja, weil jemand den Sieg erhoben hat, stimmt. Ja. Darf nicht gezeigt werden. Das Spiel sagt uns damit, Leute, dass es ausgeschlossen ist, dass die Rote Flut besiegt wurde. Als allein diese Möglichkeit, die die Grenzen des Froschreiches erreichte, ist das Spiel einfach abgestürzt, weil es so offensichtlich Quatsch ist und nicht passiert. Wenn drei Froschformäen, Leute... Es ist Quatsch. Es ist Quatsch. In der Tat. Es ist Quatsch. Ich bin im Hauptmanage. Spielen wir weiter, Leute. Ja, ja, wir spielen weiter aus. Es ist bloß gecrashed. Mörb ist am drüberrollen über die Rote Flut. Ja, außer einer sagt, der ist so nah am Sieg, dass er jetzt sowieso nicht mehr haltbar ist. Wir haben gefragt, wie wir jemanden an Einheiten können. Wir können zaubern, das mache ich die ganze Zeit. Wir können Einheiten erzaubern, wir können Einheiten mit Gold kaufen, mit Imperiumspunkten, wem er neu. Kann sein, dass es andere Fraktionen oder bestimmte Völker kann. Diesen scheiß Kampf geschlagen, es hat nichts bewirkt. Ich kann mit Imperiumspunkten eine Banditenarmee kaufen, richtige Hinweise im Chat. Und es gibt noch eine Sache, wo man mit Imperium, na, wie heißt das? Jede Stadt verliert drei, einer verliert einen Bürger und man bekommt drei Einheiten dazu. Derjenige, der die ganze Zeit nur mit drei Fronten kämpft. Die Maulwürfe haben nie irgendwas für uns getan. Ich bin auch ein Maulwurf. Meinst du mich? Natürlich. Was? Die Maulwürfe. Die Maulwürfe. Ja, ich auch. Oh nein, ist jetzt die. Spiel ist schon wieder weg, ne? Ist das safe game. Hat irgendjemand? Oh, das wäre ja jetzt schlimm, wenn jetzt einfach der gewinnen würde, der jetzt gerade auf Platz 1 der Punkte war, Leute, weil wir nicht weiter spielen können. Wir müssen jetzt nochmal neu anfangen, nochmal sechs Stunden. Oh, das würde ich jetzt ja gar nicht wollen. Das wäre ja so ein unbefriedigendes Ende. Jetzt rechnet Windows wieder. Ich setze mal Runde zurück, ne? Ja, setze mal Runde zurück. Ich habe das Gefühl, ja, keine Rückmeldung. Oh je. Ich gehe mal aus dem Spiel komplett raus. Ah, ja, genau. Man muss abschießen, ja. Ja, ja, ja. Ja, also wir sehen, Multiplayer ist auf jeden Fall noch so halbstabil. Ist verbesserungswürdig, ja. Also, ähm. Ich habe es zurückgesetzt. Open. Es stellt sich die Frage, wo waren die Maulwürfe, als die Frösche fielen? Ja, das ist absolut richtig. Die Maulwürfe. Die haben nichts gesehen, die wussten nicht, wo es lang geht. Also, wenn du meine Maulwürfe fragst, die waren in einem Kampf gegen die Untoten, die sie quasi direkt wieder unter die Erde drücken wollten, und zwar in doppelter Hinsicht. Quatsch. Quatsch. Ich möchte an der Stelle jetzt einmal mein Leid klagen, ja? Ich spawne neben einer feindlichen freien Stadt, die mich direkt angreift, wo meine Armeen dran gebunden sind. Danach bittet mich, Riding Bulling gegenüber zu helfen. Dann wird meine Armee von irgendeiner NPC-Armee zerrissen und dann heißt es, du kommst nicht mit deiner Armee, dann erklärt mir der Ork den Krieg und reißt mir eine komplette Stadt ab und meine zwei Armeen noch zusätzlich. Ich bin bedient für heute. Ja, das verstehe ich. War ein sehr, sehr schönes Event. Apropos, richtige Hinweis im Chat, ich freue mich auch schon sehr auf Shadow Gambit, das neue Spiel von MiMiMi Games. Ja, ebenfalls. Das fiel mal gerade bei Ranger ein. Ich weiß auch nicht, warum ich da gerade drauf kam. Ja, das ist tatsächlich auch von mir. Da habe ich lange Zeit dran gearbeitet. Das Spiel ist übrigens wieder offen. Ihr könnt wieder reinkommen. Ah, seht schon. Wir kommen zum Rehner. Wir sind auch wieder, ja. Das waren wir da. Habst du mal kurz umprogrammiert. Warte mal, Shadow Gambit, war das da nicht irgendwas komisches damit? Nee. Nee, gar nix. Alles okay. Nee, ich habe halt bloß eine Warnung bekommen, dass halt diese Einladungen nicht real werden. Ah ja, nee, das war, es gab tatsächlich mit dem Spiel ein Problem mit, äh... Ich bin schon wieder wasal. Nein! Mama! Bitte nicht! Hol mich hier raus! Ich will mit den Jungs nicht weiterspielen! Ja, ich kann dir dasselbe Angebot gerne nochmal. Du recht für das MiMiMi. Nee, das Angebot ist noch da. Du musst dir noch Zeit. Mein Herz steht still. Ich weine. Ich weine blutige Tränen. Das schaffe ich nicht. Bitte schick mir nochmal ein Angebot. Erlöse mich, Maurice. Ach, Maurice sag ich schon. Erlöse mich mal von dieser finsteren Hutqual hier. Melodenqual. Was auch immer. Das Angebot müsste bei dir liegen. Ja, ich nehme es an. Ich nehme es ganz schnell an. Wo ist es? Einmal rein. Echt, davon träume ich nächste Nacht. In dem Augenblick, wo ich erlöst bin von der Qual, dir dienen zu müssen, werde ich wieder reingezogen. Das ist echt. dann weißt du ja vielleicht fürs nächste Mal, dass man auf mich, sobald ich den Kopf aus der Erde strecke, nicht gleich draufhaut. Angebot anzeigen, Vasallentum beenden. Ja, Moment. Ja, hat es geklappt? Jetzt springt meine Kamera schon unter die Erde. Was macht Steinbein jetzt da? Bergbau. Ah, nee, ich habe abgebrochen. Ach so, ich habe noch eine andere Idee. Die holt er da aus. Ich muss noch eine Kleinigkeit, hatte ich eben vergessen. Entschuldigung. Jetzt mache ich ihm erst einen Bürger weg. Und für den Bürger holen wir uns drei Einheiten. Dann nehme ich sein Angebot an. Und das hat er davon. Das wäre irgendwo hier unten. Letztes Aufgebot. Jede Stadt verliert eine Bevölkerung, ruft aber drei Einheiten dabei. Bevor er die Stadt bekommt, hole ich mir noch drei Einheiten. Und jetzt nehmen wir das Angebot an. Har har har. Ich lasse mich doch nicht quälen hier. Was an tun, beenden. Jetzt Angebot absenden. Gut, sie ist ein bisschen alternativ, aber... Da guckt man jetzt nicht so sehr drauf. Ja, man muss ja da auch die Feinheiten schmuck am Nachthemd. Aber das hat nicht geklappt. Kann das sein? Ich habe das falsche angeklickt, heißt es im Chat. Was habe ich gemacht? Du hast jetzt angeklickt, dass du mir jetzt einfach Drack weg gibst. Ach, das ist ja Quatsch. Dann sei das so lieb und klick das weg. Ich bin nämlich am verzweifeln gerade hier. Also ich mache das jetzt so. also ihr Angebot... So, jetzt. Jetzt habe ich das nochmal hinzugefügt. Jetzt ist beides wieder drin. Das ist Liebe. Hatte ich das denn gemacht gerade mit Einheit? Mit den Einheiten? Ach, das hatte ich schon mal gemacht. Das kann ich nicht nochmal machen, mein Fehler. Jetzt gehen wir nochmal in die Handelsangebote rein. Da sind wir. Basalentum beenden. Ich mache hier irgendwas falsch. Nochmal. Angebote anzeigen. Ach, ich dachte jetzt nicht wegklicken. Ich muss nur auf Annehmen klicken. Alles gut. Ich bin ja echt mit den Nerven fertig. Also echt. Das ist so eine Stelle... Der Stream läuft ja seit fünfeinhalb Stunden. Dieses ewige Hin und Her. Ich bin echt fertig mit den Nerven hier. Jetzt hat es, glaube ich, nicht geklappt, oder? Jetzt hat es geklappt, ja. Bei mir sieht es gut aus gerade, ja. Alles gut. Ich will ja nicht, dass am Ende jemand behauptet, ich hätte den armen Riding Bull die ganze Zeit geknechtet. Das würde ich nie behaupten. Ich habe auch keinen Anlass dafür. Deswegen letztendlich noch mal 40 Minuten frei. Naja, so lange war er jetzt nicht Versal. Mindestens nicht in Runden. So, also, ich, äh... Jetzt zaubern wir uns noch mal eine Fee herbei. Jetzt haben wir schon vorbereitet. Hier drauf, bitte. Jetzt ziehen wir mit ihr nach oben hin. Können wir noch eine Einheit uns erzaubern? Und jetzt halt noch nicht. Ziehen wir mit ihnen einmal hier vorne hin. Jetzt rekrutieren wir eine Banditenarmee in unserer Thronstadt. Da vorne ist sie. Und die ist auch halbwegs passierlich. Damit kann man arbeiten. Laufen wir einmal rauf. Hier ist, wie stark deine Armee ist und so weiter. Also, glaube ich. Ich würde sagen, ja. Wobei, es gibt ja einen festen Punktwert, den man hat. Achso, gibt's den auch? Ich guck mal. Ja, wenn du auf Aufträge gehst und dann bei Siegbedingungen auf Punktsieg draufklickst, dann siehst du noch eine Punktzahl. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Ach, das, das meinst du? Das ist eine gute Frage. Ja, das ist für mich momentan noch so ein bisschen undurchsichtig, wie diese Punkte sich da zusammensetzen. Eine sehr gute Frage. Das weiß ich auch nicht. Ich sehe, wie irgendwie hier auf dem Chat... Chat. Haben wir noch ein Bündnis mit ihm oder haben wir keines? Weil hier wird mal angezeigt, wir hätten eins oder haben wir eine Freundschaft mit ihm? Hatten wir Einheiten im Bau? Wir müssen wieder einen Zauber machen. Nochmal eine Todesfee, bitte. So, schon wieder ein komisches Event. Freistaat Hochhall, bla bla bla. Wer lernt jemand kennen, können dort einen Flüsterstein rübergeben. Ach, die Stadt ist so weit im Norden. Das ist mal eigentlich... Ach, die ist woanders Vasall und wenn wir einen Flüsterstein geben, wir haben eine Eigenschaft, dann bekommen wir deren Einnahmen, statt dass die Mauritius die bekommt. Die haben wir jetzt Maurice bekommt. Wir klauen hier oben die Einnahmen. Das können wir, eventuell auch mit weiteren freien Städten mittlerweile machen. Hier vorne kann man das auch machen. Den klauen wir die auch. Ja. Wir klauen dieser Stadt hier die Einnahmen von Maurice und der hier vorne. So. Jetzt geht es hier oben weiter. Und was haben wir hier für Truppen? Was habe ich mit ihm für ein Bündnis? Das ist mir gerade vollkommen wumpe hier. Einmal hier rein, bitte. Jetzt zieht wieder irgendwer irgendwo. Ein Event, Freistaat Luzerna. Die sind hier vorne. Da ist auch Maurice. Ja, wir bekommen noch mehr, wenn wir uns noch einen weiteren, einen weiteren, Flüsterstein holen würden und den können wir uns leisten. Den gibt es nämlich hier vorne. Hatten wir uns schon geholt. Nee, woanders hier oben gibt es irgendwo einen. Oder gibt es hier noch einen Flüsterstein? Irgendwo gibt es noch einen Flüsterstein. Der war, glaube ich, aber hier vorne, da kommen wir nicht ran. Ich glaube, mehr kann man gerade nicht machen. So, jetzt wieder hier vorne hin. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier angreifen können. Klappt das? Scheiße, habe ich immer noch ein Bündnis mit ihm? Habe ich ein Bündnis mit dem Kollegen, Leute? Wir haben ein Bündnis. Das wollen wir erst mal brechen. Ich habe keine Lust mit ihm gemeinsam zu gewinnen. Echt nicht. Wird er eh nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Verhandeln, Angebot, bla bla bla. Abkommen, Grenzschließung, warte. Können wir das nicht mehr, können wir das Bündnis nicht beenden? Rot Bündnis brechen steht hier irgendwo. Da steht es. Ja. Wir haben immer noch das Bündnis dauert, das ist eine Runde. Hat das gerade eine Runde gesprochen, gedauert, Leute? Habe ich das richtig verstanden? Bündnis brechen dauert eine Runde. Und jetzt haben wir kein Bündnis mehr, ne? Gott, haben wir ein Bündnis oder keines? Sie haben einen Verteidigungspakt in einer Runde. Dann kann man aber angreifen. Meine Güte, ist das verschnarcht hier? Ich will ihn endlich zur Rechenschaft ziehen. Also gut. Also gut. Also wir können auch über einen Frieden im Norden sprechen. Jetzt kommt der an. Ja, wieso? Halbe Stunde vor Ende will er Frieden mit mir hier machen. Ganz im Ernst, ich bin mir ziemlich sicher, ich komme damit klar. Mit dem Frieden oder mit der Kriegssituation? Mit dem, was Riding Bulli gerade eben macht. Okay. Der Mörp ist auch ein bisschen wie der Kaiser von Byzanz. Ja, ich schaffe das schon. Und der ist auch frevelhaft. So, schauen wir mal, ob wir nochmal zaubern können. Die Todesfee braucht, die kann man beschwören. Das ist eine Stufe 3 Einheit, Knochen-Golem Stufe 1. Das ist das stärkste, was wir machen können. Dauert eine Weile, machen wir aber. Können wir noch was rekrutieren. Geld ist da, Mana ist da. Möglichkeit der Einheiten, die Mana-Unterhalt haben. 50 Sehnen für noch einen Nekromanten. Wären 3 Runden da. Machen wir einmal. In 2 Runden, ne, wir machen eine 3er Einheit hier vorne. Dann schauen wir mal, ob wir 2, ähm, ob wir noch irgendwo 2 Skelette haben, die wir zusammenfassen können. Haben wir keine mehr, ne? Keine Skelette mehr, die wir zum Knochen-Golem zusammenfassen können. Keine im Programm gerade, nein. Ich kann hier ersetzen durch, äh, ja, durch ein anderes Ding. Das geht. Äh, Ranger, hast du ganz kurz Zeit? Äh, ja. Ja. Was werden die wohl jetzt noch besprechen in einer halben Stunde verendet? Das frage ich mich auch. Noch ein paar Seelen mehr? Wo drauf, ist eigentlich egal. Ach, nee, da stand, es gäbe, ähm, einen Bonus, wenn man, was ist denn jetzt los? Schon wieder ein neues Event hier vorne. Irgendeine Stadt, die wir gut behandelt haben, das ist die hier hinten, okay, bla 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 bla. Imperium, schon wieder, Geld, Nahrung, mehr Produktion, mehr Einberufung. Ganz schnell, ganz viele Soldaten produzieren. Stopp. Ein paar Soldaten in irrem Tempo. In nur null Runden. Ein Sumpftroll machen wir. Braucht Imperiumspunkte zur Versorgung kein Ding. Ist sofort da, noch einen Sumpftroll, bitte. Eine neben dem anderen gerade? Nee, nicht im Ernst. Da ist der dritte Sumpftroll. Wir haben zwei. Können wir uns noch einen holen hier? Nee, der ist jetzt im Bau. Die beiden kämpfen sofort mit. Jetzt müssen wir unbedingt schauen, wie das diplomatisch hier vorne aussieht mit dem Kollegen. Oh, ich muss schon wieder Forschung machen. Übelriechende Legion. Einheiten verzaubern. Mana haben wir genug. Einmal hier draufklicken. Dann nochmal hier vorne, mal schauen, ob wir aus dem Verteidigungspakt rauskommen. Ja, Kriegerkling war nicht. Verteidigungspakte einmal brechen. Dauert nochmal eine Runde, meine Güte. Dann können wir hier unten weiter vorrücken. 471, 513. Können wir hier noch Einheiten produzieren. Da ist der Dekromant. Können wir den kaufen? Mit Geld? Ja, einmal noch. Da ist der. Einmal vorziehen hier oben rein, bitte. Prima. Okay, ihr seid noch. Oh, jetzt. Welch eine interessante Situation hier für uns alle. Wohl wahr, wohl wahr. So. Sieh, da haben wir viele. Können wir noch mal einstellen hier. noch ein Nekromant. Das ist die Ressource hier oben. Können wir noch mal zaubern. Wir können die Todesfee beschwören. Packen die hier unten drauf, bitte. Ja, und gleich noch eine Todesfee können wir machen. Und Gebäude bringt, glaube ich, in dieser Spielphase keinen Erfolg mehr sein. Das wäre irgendwie ein Defensivgebäude oder noch mal mehr Geld. Rechnet sich das überhaupt schon? Ich würde jetzt eigentlich gar keine Gebäude mehr bauen. Spiel bis Lauf bis Mitternacht hatten wir gesagt. Noch eine halbe Stunde. Das war alles nicht mehr. Wir bauen gar nichts mehr. Die Gebäudeschlangen bleiben leer. Die Waffenkammer noch, dann ist Ende hier. Okay? Können Imperionspunkte rausgeben für eine weitere Provinz, die man sich holt. Können wir uns hier eine Försterei holen aus Jux und Dollerei. Wir sind schon bei der Unruhe, die ist nicht schlimm, nur der Aufstand tut weh. Wir haben so ein Spezialvolk. Tierobern, mehr Nahrung brauchen wir nicht, das ist alles Quatsch hier. Ich meine, ich habe dir geholfen? Weil Steinwallen wirklich sehr gute Angebote mir gegenüber gemacht hat. Okay, gut. Meine Ding, aber ich hoffe, dass ich trotzdem noch durch deine Länder laufen kann, weil ansonsten muss ich nämlich dann doch Kriege erklären. Ja, wird schon gehen. Warte mal. Ähm, achso. Sollte ich dich dann fragen? Liebe Grüße an Flohbade, danke dir fürs Abo, nochmal vielen Dank für die verschenkten Abos an Randleist und die anderen. Jafre Koi wünscht sich maximalen Schaden beim Up. Jawohl, Hekate Blutmutter will Blut saufen. Machen oder was? Was ist da? Äh? Nee, ist nicht angezeigt. Ist nur bestimmt, warte mal, ja? Aber auch in meiner Enzyklopädie, worüber ich ja, äh, ellenlange, stundenlange Tutorials gemacht habe, schreit mir nichts an. Ach, wir müssen, äh, im Chat wird ge... äh, ich dachte, wir hätten schon Frieden. In einer Runde Frieden. Ich dachte, das wäre schon, wäre schon geschehen hier. Wir können den Außenposten nicht angreifen, da fehlt ein Held. Können nur verhindern, dass der raufzieht, das können wir. Angreifen geht nicht. Können mal plündern zum Beispiel. Können wir jetzt hier angreifen? Nee, wir können immer noch reinziehen. Ach Gott, das gibt's doch gar nicht. Was haben wir denn für einen Zustand hier mit dem Kollegen? Ich will endlich hier was machen können. Ohne Recht fährt, denn es geht ja. Erklären den Krieg endlich. Krieg gegenüber unserem Lehnsherrn, dem ehemaligen, der uns bis aufs Blut gequält hat. Mein Volk fleht mich an, die Gothleens. Vernichte Möp und seine Bande sauf ihr Blut. Da hat jemand gerade eben seinen Untergang besiegelt. Wer? Andere Herrscher haben den Krieg begonnen. 1-2. Ja, wir haben 1-1, wir haben keinen Held hier. Wir können auf sein Territorium vorziehen. Wir können oben nicht mitmachen, aber die sind extrem stark. Die würde ich gerne retten. Die Stufe 3 Einheiten sind stärker als die oben. Wir ziehen einmal quer durch. Hier oben hin und müssen die näher so zusammenpuzzeln, dass die Stärksten in drei Einheiten drin sind. In drei Armeen, ja. Ach nee, doch, ich werde sie oben, um zu gewinnen. Aber am liebsten würde ich sie einfach schleifen, einfach nur zerstören, seine Existenz auslöschen. Er war nie da. Verstehst du, Maurice? Er war nie da. Ich verstehe das so total. Ich sehe übrigens gerade, oh, der noble Steinwallen, er kommt zu mir. Der noble Steinwallen kommt zu mir. Okay. Wenn es nicht Punkt sie kommt, wird Maurice gewinnen. Kurz zur Erinnerung, das ist der Maurice, dem ich eine Stadt nehmen wollte. Mörb meinte aber, mach das nicht, das ist eher los, ich verbiete dir das. Mörb wird gewinnen. Also ganz im Ernst, Steigbügelhalter Mörb. Also Maurice, wenn du gewinnst, also komm, Moment, ich muss mir schon wieder den Schaum vom Mund wischen, Entschuldigung. Der ist so unabititlich. Ich habe schon wieder den Bildschirm angespuckt. Ich bitte herzlich alle Zuschauer um Verzeihung. Also wenn ich mich aufrege, gesagt, Rytik Bull, ich muss jetzt da einfach mal dazwischen grätschen. Du hattest deine Armeen unten bei Gnollmoch. Du hättest diese Stadt jetzt gerade eben holen können. Aber was hast du getan, dass du das tust, unter der Voraussetzung, ich dich letzten Endes aus dem Vasallentum entlassen habe. Du fällst mir erneut in den Rücken, erklärst mir sofort wieder den Krieg. De facto ist das Papier unserer Trennung noch warm von unserer Berührung und schon haben wir miteinander Krieg. Und zwar von dir erklärt, jede Runde hast du unseren Pakt um eines weiter reduziert und... Es ist ganz simpel, der Chat wollte das. Und jetzt... Ja, und... Es waren auch mehrere Zuschauer aus deiner Community rübergekommen, die haben gesagt, hör mal, wir sind zum Beispiel überdrüssig, du musst ihn jetzt angreifen, tu was, vielleicht kommt er dann zur Besuchung. Ich möchte, dass du aufhörst, für meine... angeblich für meine Zuschauer zu sprechen. Das steht dir nicht zu. Dein Mund ist mit... Nicht nur mit einer gespaltenen Zunge gesegnet, dass jeder einzelne Zahn ist eine gespaltene Zunge in deinem Mund. Jeder Zahn ist eine gespaltene Zunge? Oh Gott, das ist ja nicht machen, keinem beim Doktor. Ja, ich muss dieses Bild einfach mal den Leuten in den Kopf setzen, weil ansonsten ist das alles nicht mehr zu erklären, was hier geschieht. Ich glaube, dieses Bild wird niemand mehr vergessen. Das hoffe ich doch sehr. Hat eigentlich von euch schon mal jemand Zunge gegessen, was hier so passiert? Was ist mit Zunge? Ich mache einen Waldgang. Einen Waldgang. Okay. Moriss, ihr habt ja auch was geschickt einmal. Vertragstechnisch. Ja, das finde ich gut. Ich würde gerne einmal mit Steinwallen in ein Separé gehen, wenn das geht. Äh, ja. kurz hin, Atom. Ach, super. 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 So, gucken, dass wir das sauber hinbekommen. So können wir angreifen. Das ist eine sehr gute Armee. Die zieht ja vorne hin. Das hier ist auch eine sehr gute. Wir können mit rein angreifen. Das ist eine Dreier. Da müssen wir noch ein paar sehr starke drin haben. Ah. Die ist sehr starke, die ist sehr starke, die ist sehr starke. Die geht so. Die sollte eigentlich nicht mit. Irgendwer zieht irgendwo. Eine Fünfer kann man noch machen. Die Dreier hier vorne. Oh Gott, jetzt habe ich mich verzogen. Die sind Burks. Die müssen weg. Jetzt sind wir hier drin und jetzt können wir mit dem hier angreifen. eine Belagerung. Wir gehen einmal kurz raus. Wir holen uns ein Belagerungsprojekt. Ein weiteres. Das war entweder hier oben oder hier unten. Das hat man schon gemacht. Irgendwo war ja noch ein Belagerungsprojekt. Hier vorne ein Platz für Belagerungsprojekte. holen wir uns noch. Dann klicken wir die Stadt nochmal an. Fügen Belagerungsprojekte hinzu. Einheiten beginnen mit physischem Schaden. Es sind wie viele die wir überwinden müssen? Nur 30. Durch 10. Das heißt, wir müssen auf 15 kommen. Dann sind wir in zwei Runden hier schon drin. Das heißt, wir machen einmal Mauern unter Graben und einmal noch für ganz viel Geld Unnager errichten. Jetzt sind wir in zwei Runden drin. Und wenn es klappt, mal gucken. Weiß das jemand, wo ich das aktiviere? Über Chat, weiß das jemand? Ja, wenn du die Einheit annimmst, dann hast du unten rechts neben der Einheit, da wo auch das Buddelsymbol ist. Da hast du diese Doppel. Können diese Runde keinen Gewaltmarsch durchführen? Interessant. Kommt natürlich jetzt eine mega starke Armee dazu. Es können nur drei mitkämpfen. Der hatte in Summe 500, 800, vielleicht 3 mal 7, 2, 1. Und wir haben in Summe 900, 681, 5. Wir sind stärker. Wir sind deutlich stärker mit den drei Armeen. Es sei denn, der puzzelt sich gleich um oder es kommt nach Verstärkung. Wir sollten schaffen. Und hier ist noch eine einzelne Todesfee. Wir könnten hier oben sogar eventuell noch eine Einheit rausziehen und noch eine Fee reinzaubern. Die Todesfee ist eine Stufe 3 Einheit. Wir könnten eine Stufe 2 Einheit hier noch rausziehen. Ist die schon fertig, die Todesfee? Naja, die konnten sie jederzeit holen. Ziehen wir einmal Stufe 2 hier raus. Wir müssen aufpassen, das ist noch eine nächste Runde. Ich war ein bisschen sorge, dass da nicht mehr die drei Einheiten ja mitkämpfen können. Sondern andere. Der kann rausziehen. Der kann rausziehen. Dann zaubern wir hier noch eine Todesfee rein. Und das sollte er eigentlich nicht schaffen. No. Man kann nur manchmal zwei Armeen haben, ne? Ja, ja, ja. Guck mal. Guck mal lieber meine Armeen an. Also wenn du nicht sehende Mauerwürfel spielst, dann schon, ja. Vielleicht habe ich hier auch einfach dann hinterher verloren, ne? Und übersehen. Kann ja auch sein. Übersehen hast du seh, genau. Maurice, ich habe dir noch mal was vertragstechnisch zugeschickt. Das habe ich gerade nicht bekommen, glaube ich. Oh, dann muss ich da vielleicht nochmal hinterher gehen. Aber nur, ich kriege nur, dass Steinwallen auf seinem Waldspaziergang hier in mein Gebiet kommt. Immerhin gibt's ehrenhafte Frisch. Daumen drücken. Unbedingt Daumen drücken. Hm. Also im schlimmsten Falle bekomme ich jetzt halt hier aufs Maul, ne? Aber egal. Danke für den Hinweis im Chat, Leute. Ja, ganz genau. Also im Stream sich so doof angehen und im Chat sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also alle Leute sind nett. Auch Mörp ist ein ganz netter. Den mag ich sehr. Mein Auftrag ist fehlgeschlagen. Die Amun. Mein Chat macht sich lustig über mich, dass ich zu oft tatsächlich sage. Und es stimmt tatsächlich. Das ist die Kompensation für ehrenvoll. Und Ehre. Da sind wir im Krieg. Steinwallen. Steinwallen. Ach, Steinwallen. Das klingt schön, wie du das sagst. Ja, was ist dein Plan hier? Was ist denn jetzt hier noch für eine Spielentscheidung? Meine Güte. Ich mache es in Yolo-Angriff. Mir alles egal. Nee, das war's. Ja, er hat so gute Truppen. Wer? Die Orks? Wie dein Vasall gewinnt, dein ehemaliger? Naja, er hat... Ja, nimm das! Terranias Terrorbringer! Nimm das! Er hat halt instant fünf Berserker-Einheiten auf T3 plus sieben erhält. Das ist auch gar nichts. Au! Weg mit der Armee! Du hast ihn zu was rein gemacht und danach angegriffen, oder? Was hast du gemacht, Malp? Ja, ich habe seine Armee angegriffen, er hat halt jede Menge Tier 3-Einheiten und sogar einige Tier 4-Einheiten und die habe ich halt noch nicht. Auch der liebe Writing Bull noch ein Vasallen Sunk-Troll, sage ich jetzt mal, ist jetzt hier das Thema. Ach du meine Güte, ey! Das ist mal eine Wendung. Ja! Die Stadt holen wir uns zurück. So war ich Hekate Blutmutter heißer. Ich hatte eben das im Chat schon mal gesagt, wir machen auf jeden Fall mit Hekate Blutmutter auch nochmal eine richtige Reihe her. Irgendwann mal. Ich habe echt Blut geleckt hier. Maurice, ich hatte dir nochmal Vertragstechnisch was zugeschickt, was dir helfen könnte. Okay, ich glaube, jetzt wird es hier, bei mir wird es jetzt hier sehr interessant. Da muss ich mich jetzt nur blau bewegen. Scheint ein mobiler Zoo zu sein, den Steinwein hat, ne? Gottes Willen, das sieht ja aus, als wären hier Schamanen über Schamanen nach vorne gehen. Sieg und Ruhm! Bitte? Was? Für die Ehre! Du hast ja doch noch schnell Einheiten zusammengebracht. Ich habe noch, ich habe so viele Einheiten. Du hast keine Ahnung. Aus dem Fatalismus, aus der Asche erhob sich ein neues, stählernes Rückgrat des Froschmenschen-Imperiums. Er wird gewinnen? Ich durfte die Stadt von Maurice nicht angreifen, weil Merp meinte, man hackt nicht auf jemand rum, der schon im Staub liegt. Nein, Mama, echt. macht immer tierisch viel Spaß, muss ich sagen. Selbst die Leidensphasen machen furchtbar viel Spaß hier. Ja, ja. Quark! Oh mein Gott! Ja, Respekt. Ja, sehr schön. Quark! Quarkt sie alle nieder! Niemand von diesen Baumkuschlern soll überleben! Quark! Quark! Nun, das ist, das ist mal ne Wendung. Quark! Du meinst, die Kurzohrhasen aus dem Süden. Steinwallens komplette Armee ist weggeballert. Ja. Es war, es war auch mehr ne Verzweiflungstat, weil ich nicht verstehen kann, wie du einfach vorne liegst in Punkten. Ich kann es nicht, ich verstehe es auch nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube tatsächlich, ich hatte die ganze Zeit, ich hatte halt die ganze Zeit drei Vasallenstädte, die ich auch gebufft habe mit diesem Produktionswerkzeugezauber. Ich glaube, dadurch habe ich tatsächlich einfach ziemlich viel produziert und konnte dann hier, hab dann wirklich, also ich hab wirklich meine Lektion gelernt auch, aus dem Kampf gegen Strategie-Ecke. Feis auf Billow-Einheiten, jetzt werden Vernichtungsschreine gespammt und Tyrannenritter. Und, und, und wir fangen, wir, wir, die Froschmenschen haben ihre Militärdoktrinen neu justiert. Der Eisengolem war vorher das, das Pinnacle, jetzt ist er die unterste Stufe unserer Einheiten und, äh, wer hätte es gedacht, wir mussten uns, wir mussten uns einfach auf unsere froschige Überlegenheit besinnen. Ähm, und, und dann, dann hat das sogar funktioniert. Quark. Die rote Flut hat euch die Augen geöffnet. Das stimmt! Euren Misseweg. Ja. Das ist absolut richtig. Ja, die rote Flut öffnete die Augen, dass wir auf dem kompletten Holzweg waren. Wir wollten irgendwie die schwachen Vereinen und, drei Flustersteine sind unterwegs und Spezialeigenschaften und wir holen uns deren Vasaleneinnahmen. Bekommt Maurice vielleicht gar nicht mit, dass wir die hier bekommen von den beiden Städten von ihnen. Er sagt ja gerade, ich habe coole Vasallenstädte. Drei. Wie, du hast drei Städte? Ich habe sechs Städte, Alter. Wieso kannst du mehr Punkte haben als ich? Gut investiert. Ich habe noch drei Vasallenstädte halt. Ja. Aber die geben mir nicht so viel eigentlich. Das weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Ich hatte die stärkste Armee laut Ranking. Ich habe diese blöde Wurzel schon gebaut. Die hast du noch nicht? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, die Vasallen zählen unfassbar viele Punkte. Ich bin verwirrt, ich bin auf einmal auf Platz zwei beim Punkt-Sieg. Ja, bist du schon eine längere Zeit. Habe ich beobachtet. Und ich verstehe es nicht. Aber vielleicht die Vasallen, ja. Aber das ist natürlich ein bisschen Lack, welche Städte in der Nähe sind. Weil ich habe halt nur Angst. Ich habe tatsächlich, das stimmt gar nicht. Eine meiner Vasallenstädte ist am anderen Ende der Welt. Ah, okay. Die habe ich nur gesehen, weil ich mit Ranger Sicht geteilt habe. Und die andere ist unterirdisch. Wow, so hat er die Stadt bekommen? Das ist ja unfassbar. Ich habe tatsächlich, weil ich habe halt, wenn du auf Ordnung gehst, dann lieben dich halt diese Städte. Du hast halt einen Zauber, dass du, also in zwei, drei Runden hast du ja das Vasallen-Ding mit ihnen. Und, und, äh, aus irgendeinem Grund gilt meine Stadt jetzt immer noch als belagert. Ich glaube, das Spiel hat man wieder nicht ganz gecheckt. Sieg statt zurückerobert. Keine Einheit verloren. Sehr schön. So, ich möchte noch kundtun, dass ich nun das Buch des Gottkaisers aufschlage. Ähm. Die Einheitenstufe zählt auch in Punkte rein. Das ist wahrscheinlich jetzt, wir haben ja vier Minuten Zugzeit, die vorletzte Runde, ne? Mhm. Ja. Sollen wir sagen, das ist auf jeden Fall die vorletzte. Ja. Weil dann mache ich nicht irgendwelche absurden Aktionen jetzt noch, die, äh, eh nicht mehr zum Erfolg führen, weil ich nicht rechtzeitig dort ankomme. Also ich habe tatsächlich einen Bug, dass meine Stadt irgendwie immer noch als belagert gilt und ich da jetzt nichts mehr drin bauen kann. Äh. Aber das... Ja, stimmt. Ich sehe es. Soll jetzt, soll jetzt halt so sein. Kann ich nicht mehr so viel bauen. Ich habe wirklich jetzt mein Gold rausgeballert. Ähm. In, in alles, was ich hatte. Ah. Also ich gönne dir ja den Sieg wirklich, aber ich kann es, ich kann es nicht verstehen, ja. Aber, okay, alles, was vor aber ist, gilt nicht. Ich kapiere es ja auch nicht ganz, ehrlich gesagt. Ich bin so weggeballert worden in dieser Schlacht und habe, ähm, so gefailt. Äh. Ich verstehe die Punkte nicht, weißt du, ich habe doppelt so viel steht. Ich habe, ich habe, keine Ahnung, 60 Provinzen. Ähm. Ich hatte die, das stärkste Militär, aber scheint alles punktemäßig nicht relevant zu sein. Ähm. Ich denke, es sind alles so Erfahrungswerte, die wir jetzt, vor allem, weil es auch der erste große MP ist, ne. Ähm. Ja, aber ich würde, ich wundere mich halt auch, ne, weil Vasallen scheinen halt nicht rein zu zählen. Also Riding Bull war halt, äh, währenddessen er Vasall war offensichtlich für meine Punkte überhaupt nicht angerechnet. Also ich habe das extra verglichen, bevor er mein Vasall wurde und danach und da war nichts, da habe ich keine Veränderung gesehen. Also ich verstehe nicht, wie es funktioniert. Zählen die Vasallen? Ja, das ist ein bisschen blöd, ne. Wenn es einen Punkt, das Sieg gibt, muss man natürlich auch Strategien entwickeln können, die Punkte zu sammeln. Ich meine, ich vermute halt, also es gibt schon ein paar Sachen, wo ich jetzt relativ weit bin. Also zum Beispiel bin ich, glaube ich, mit den Büchern am weitesten, oder? Hat jemand schon Stufe 5 Buch? Das kann sein, da bist du am weitesten, ja. Weiß denn jemand, Entschuldigung, weiß denn jemand überhaupt, verlässt nicht, wie die Punkte sich addieren? Ne, das ist ja das Problem. Überhaupt nicht. Weil ein Beispiel zusammen, genau das wissen wir nicht, ja. Zum Beispiel von den, von zwei der Vasallenstätte von Maurice, da landen mittlerweile die Vasaleneinnahmen komplett bei mir, weil ich die mit der Schattenmentalität mir geholt habe, mit der Affinität. Und auch das. Ja, das kriegst du nur nicht mit. Das kriegt man wirklich nicht mit, lustigerweise. Interessant. Ich denke, Maurice kriegt auch sehr viele Punkte, weil er diese alten Wunder auch teilweise hält. Die geben, glaube ich, auch gut Punkte. Das kann sein, ja. Da habe ich jetzt ein paar geklärt, tatsächlich. Das habe ich jetzt gegen Ende gemacht, als ich halt dann so starke Armeen hatte, dass die ein Cakewalk waren. Ja. Habe ich mir dann nochmal. Habe ich auch vier oder so. Ah, okay. Bringen wir das doch einfach mal noch mal im Nachgang in Erfahrung. Ich würde jetzt gerne, ja, die letzten beiden Runden haben angebrochen, aber lasst uns doch mal bitte gerne die Punkte der ersten beiden vergleichen miteinander. Dass wir hier nicht sonst sinnlos rumklickern müssen. Also, Maurice und Mörb, sagt mal, wie viele Punkte ihr habt. Ob überhaupt noch innerhalb von zwei Runden einholen möglich wäre. Sehr gut, Lidl. Steht noch mal, wo kommt es dann? Äh, 430. Doch, wenn du auf Punkt sieg-Trackern... Äh, 390. Also, ich bin knapp hinter Maurice, de facto. Ich meine, da ist jetzt... Wo steht das, Mann? Ach so, Mann kann das tracken? Ah, okay. Wo steht das? Gucken wir das? Äh, wenn ihr oben auf den zweiten kleinen Reiter Aufträge geht und dann bei Siegbedingungen auf Punkt sieg klickt. Ah. Da ist dann natürlich jetzt gerade schon relevant, dass meine eine Stadt nichts mehr bauen kann. Und wie viele Punkte liegt da auseinander? 40. Nur 40. Ja, aber schafft ihr das in einer Runde? Glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil wir sind den ganzen Abend dran und der Höchste hat 430 Punkte. Wahrscheinlich, das stimmt. Zehntel in zwei Runden zu erreichen, halte ich für unwahrscheinlich. Weswegen mein Vorschlag wäre, wir machen dann jetzt quasi hier einen Cut. Ja. Dann können wir von mir auch noch einen Aftertrap machen. und, Moment, ich würde mal gucken, Maurice, ich habe dir noch einen Vertrag geschickt. Was mag ich denn da schreiben? Das ist natürlich ein wichtiger Vertrag. Die Korrespondenz darf nicht unterbrochen werden. Ein Abkommen wurde, was? Schon wieder gebrochen? Nee. Eins solltest du nur noch nicht haben, eine Anfrage. Basalisierst du dich jetzt unter Maurice? Also, bevor wir jetzt die Abschlussbesprechung machen, kurz nochmal der Hinweis. Morgen im Programm Edge of Wonders 4, ab 16 Uhr hier, bis um 19 Uhr, das Let's Play mit den Bullwürfen, einer Maulwurfsfraktion, mit Blinzelkerzenschein und seinen Bullwürfen von 16 bis 19 Uhr. Und um 19 Uhr morgen die Deutschlandpremiere. Derzeit, ich bin der Einzige, der das morgen streamen darf, schon Miasma Chronicles, das neue Rundentaktik-Adventure von Abarded Ladies. Das sind die, die, wie heißt das Spiel? Road to Eden, Dingsbums, Mutant Chronicles gemacht hatten. Genau. Zauberhaftes Spiel gibt es morgen im Let's Play von 19 Uhr bis um 11, halb zwölf. Ich darf euch bis zum ersten Bosskampf die ersten Missionen schon mal zeigen. Stream wird gepublisht, wird unterstützt vom Publisher, deshalb Warbung. Und dann haben wir am Freitag hier Let's Play mit Railway Empire. Preview-Stream auch da. Ehre, Ehre Gebührt, Entschuldigung, dass ich das sage. Wir sind die Einzigen, die das im Augenblick überhaupt weltweit streamen dürfen, Railway Empire. Also im Augenblick, kurz vor Release, habe ich die aktuelle Arbeitsversion der Entwickler und habe die exklusiv, darf die euch zeigen. Samstag hier, Anno 1800, Sonntag hier, ab 16 Uhr wieder Age of Wonders 4 und später am Abend dann Railway Empire 2. Und morgen vor allem Mutant, ne, nicht Mutant, Miasma Chronicles und vorher Age of Wonders 4. Da können wir morgen auch mal in Ruhe noch eine Nachbesprechung machen. Links bitte nochmal posten im Chat. Danke auf Miasma Chronicles und die anderen Geschichten. Chatmods, liebe Grüße an euch. Danke für die vielen Abos an alle hier. und habe dadurch vielleicht meine internen Städte schneller ausbauen können als andere und habe halt schon versucht, zumindest sehr aus dem Fehler zu lernen, dass ich offenbar eine schlechte Armee aufgebaut hatte gegen Ecke und habe dann versucht, okay, jetzt versuch noch mal einen ganz anderen Schnack. Weniger Support-Einheiten, mehr Schadenseinheiten, habe die Bücher auch ein bisschen darauf dann ausgewählt. Wie ich dann aber dich mit diesem Riesengebiet überholen konnte, bin ich mir ehrlich gesagt selber auch nicht ganz sicher. Ja, weil deine Amtszusammensetzung hat ja keine Relevanz für die Punktzahl. Also das ist... Ich würde schon vermuten, dass die Stärke der Truppen natürlich zählt, weil... Aber mir hieß Einheitenstufe zählt den Punkt da rein. Ja, aber auf Militärrang war ich bis zu unserer Schlacht auf Nummer 1. Ah, okay. Also das ist ja die Einheitenstufe und so. Ich habe dich da aber auch, muss man der Fairness halber sagen, gut erwischt, weil wir haben ja nicht mit drei Fullstacks gegeneinander gekämpft. Da stand ja einer von dir mit zwei oder sowas rum und den habe ich angegriffen. Ja, klar. Diese Schlacht am Ende, das war ja völlig... Das war ja einfach nur YOLO noch ein bisschen zu schnell in den Hebel umgelegt. Das ist ja immer mein Problem. Aber weil ich halt... Ich war ja lange Zeit punktemäßig vorne und dann irgendwas passiert. Aber ich... Ich verstehe deine Konstellation, will ich es mal nennen, weil ich auch nicht ganz... Ich war ja selbst überrascht. Also tatsächlich, der Chat spekuliert schon, dass mein Fatalismus gespielt sei. Das war er tatsächlich nicht. Ich dachte, okay, scheiße, dumm gelaufen. Ich habe einen glorreichen Feldzug versucht, der ist gescheitert. Und jetzt probieren wir mal noch irgendwie ein bisschen was wieder aufzubauen. Dass ich ernsthaft noch im Rennen war, doch noch zu gewinnen, habe ich selbst erst in den letzten eineinhalb Stunden kapiert. Ach, Moment. Ich konnte mich ja wieder aufbauen. Ich wäre auch, glaube ich, ziemlich im Arsch gewesen, wenn Ecke mir nachgesetzt hätte, wobei er dann vielleicht andere Feinde noch gehabt hätte, die ihn attackiert hätten. Ich konnte dich nicht nachsetzen. Dafür war dann Mörbs und Rangers Armee dann wieder zu nah dran. Also, da gab es kein Zeitfenster, wo ich dann wirklich hinterhergehen konnte. Da kannst du dich bei Ranger bedanken. Der hat im Grunde deine Rettung organisiert. Also, der Zweiten von dem Krieg war Katastrophe. Leute, was würden wir uns denn wünschen, was die Entwickler für Multiplayer-Matches noch verändern? Mal abgesehen von den Technikproblemen und der Synchronisation und dem Nachladen. Also, was wären so Sachen, wo die noch nachbessern sollten für den Multiplayer-Modus? Die Punktzahl transparent zu machen. Transparenter, ja. Ja, transparent. In meinem Chat wird übrigens gesagt, und das könnte ich dann wieder nachvollziehen, dass offenbar das Besiegen von Gegnern, also auch in Schlachten oder so, Punkte gibt. Das finde ich an sich das Spiel sehr gut, weil dann so eine eher so defensive Spielweise wie meine dann auch nicht belohnt wird. Kann ich absolut gut leben, ja. Das könnte man im VOD nachvollziehen bei mir, weil ich hatte die Punkte die ganze Zeit eingeblendet und ob sich durch die Schlacht gegen dich jetzt gerade massiv was geändert hat. Jetzt warte mal, ich schaue das jetzt tatsächlich mal selbst nach. Ich gehe mit meinem eigenes VOD. Während du reinguckst, das wäre so oder so hilfreich. Während du reinguckst, zwei Wünsche, die ich selber hätte. Zum einen würde ich mir wünschen, ja, also aus eigener Betroffenheit heraus, dass es halt möglich wäre, einen Vasallen-Status mit mächtigen Nachteilen auch als Vasallen selber zu lösen, weil sonst kriegt man sich nur noch müde dadurch und ist im Prinzip raus aus der Match. Und die andere Sache, ich würde mir wünschen, dass so eine Situation wie ganz am Ende, dass Steinies mächtigste Armee nur dadurch vernichtet wird, weil man in einem einzigen Augenblick statt drei nur zwei Armeen da rumstehen hat, so war das glaube ich in etwa, dass nicht so ein Verklick darüber entscheidet, ob ein ganzes Reich dann militärisch abbraucht. Weil das ist ja so, wenn man einmal die Armeen falsch hin- und hergestellt hat oder bei der Internetverbindung ein bisschen hinterhergezogen hat, dann kann es passieren, dass alles, was man hat, komplett verschwindet, die gesamte Armee vernichtet wird in einem Kampf, den man hat, nur weil man einen Minifehler in einer Runde gemacht hat. Und das empfinde ich auch als wenig fair. Das hätte ich mir auch ein bisschen anders gebalanced. Das fiel mir tatsächlich sogar auch im Singleplayer schon störend auf. Mir fehlt eigentlich sehr aus Total War die Möglichkeit, sich nochmal einen kleinen Schritt zurückzuziehen, wenn man erwischt wird. Genau, genau. Ja, ja. Und vielleicht ja auch durchaus mit du erleidest dabei ein bisschen Schaden. Ja. Aber, dass man jeden Kampf, der einem aufgezwungen wird, machen muss, was vor allem auch so ein bisschen, ich habe das tatsächlich, das habe ich bewusst nicht gemacht. Ich habe gewartet, bis Steinwallen nach meinem Dafürhalten fertig war mit der Positionierung, weil du kannst ja auch mit Schnellklicken dann, wenn eine Armee sich gerade vorbewegt hat, dann deine reinwerfen durch Simultanrunden. Und das macht das ja, dieses Problem, noch schlimmer. Da würde ich mir auch irgendwas wünschen, dass es da eine Mechanik gibt, dass du irgendwie einem Kampf nochmal auskommen kannst. Es gibt ja die Rückzugsmöglichkeit, aber die funktioniert nur, wenn deine Einheit noch Bewegungspunkte haben, wird geschrieben. Ach so. Ja, genau. Ja, das gibt's. Du musst halt Bewegungspunkte haben, genau, ja. Ah, aber was ich übrigens noch anbringen wollen würde, was ich übrigens gerne noch anbringen wollen würde als Kritikpunkt, das ist mir sowohl auch schon im Singleplayer passiert und jetzt auch mit dem Lieben Daniel, wir sind viel zu nah und auch Ranger, mit Ranger, viel zu nah aneinander gespawnt. Wenn man sich mal anguckt, was für einen Kontinent der Steinwallen besiedeln konnte, das ist ja eine Prärie endlosen Landes und bei uns sind drei Spieler quasi gefühlt auf einen Quadratmeter geschmissen worden. Das stimmt. Ihr habt drei Spieler auf der Zeit, wo Steinwallen ist. Genau. Ja, das stimmt. Das Problem gibt's auch Und dann haben wir noch zusätzlich noch Berge, die uns noch mehr einschränken. Das Problem gibt's auch im Singleplayer-Modus und das ist, meines Erachtens, das Hauptproblem einfach dabei, dass es bei Age of Wonders 4 ja relativ wenig Städte gibt, die man im Laufe einer Partie gründet und das bedeutet, dass die Startstadt und der Standpunkt, den man da beim Zufahrtskartenskript quasi zugelost werden kann, dass der einen übermäßig großen Einfluss auf den Partieerfolg generell hat. Das ist bei Singleplayer-Matches, wenn man frustriert ist, egal, dann lädt man neu, man hat keine Zuschauer. Wenn es ein Multiplayer-Match gibt, geht es nicht. Das kann man natürlich so entscheiden als Entwickler. Wenige Städte, okay, kann man machen, schnelle Partien, aber dann braucht man, müssen wir als Spieler auch sehr hohe Ansprüche haben dürfen an eine vernünftige Verteilung der Städte. Das ist die Voraussetzung dafür, dass man so eine Spielmechanik einführt. Zu einer anderen Sache noch, zum Punktesieg. Danke an einen meiner Zuschauer, an WB Stvari. Da hat das irgendeine Quelle, die anscheinend eine offizielle sein sollte, sich einen englischen Text rausgesucht, wie das erklärt wird. Ich habe mir das mal kurz übersetzt und gehe es mal flüssig die Übersetzung runter. Um die meisten Punkte zu erhalten, müssen Sie in fünf verschiedenen Bereichen des Spieles gute Leistungen erbringen. Beim Militär, bei der Diplomatie, Wirtschaft, Expansion und Forschung. Zum Beispiel steigt Ihre Militärwertung, wenn Sie mehr Einheiten sammeln und mehr Schlachten gewinnen. Ihre endgültige Punktzahl für den Punktesieg wird durch Ihre Platzierung in allen fünf Kategorien bestimmt. Das heißt, das ist anscheinend ein Algorithmus dahinter, der quasi nur eine Übersicht darstellt über die Einzelplatzierung und die dann nach irgendeiner Form zusammenrechnet. Das heißt, wahrscheinlich gibt es da gar kein super transparentes, man guckt mal drauf und kapiert es sofort, System. Aber ich war Militärrang 1, ich war Expansionsrang 1 und ich war Wirtschaftsrang 2. Die haben auch einen Diplomatie-Rang, eine Diplomatie-Wertung. Das wollte ich gerade sagen, wenn der drin ist, da dürfte ich sehr viele Punkte bekommen haben, weil da dürfte bestimmt eine Vasallenstadt auf Maximum bringen. Da zählt dann gar nicht vielleicht, dass WB sich später die Ressourcen gesnackt hat, aber ich habe ja drei Vasallenstädte komplett auf den höchsten Rang gebracht und ich hatte auch ein paar Bündnisse, mit denen ich auch gekämpft habe, vielleicht zählt das auch, dass ich eine Weile mit mehreren Leuten verbündet war gegen die Rote Flut. Also möglicherweise war das dann, wo meine Punkte herkamen. Meine Vasallenstadt, die habe ich quasi auch integriert, weil ich halt ein hohes Stadtlimit hatte. Ich habe mein Volk so gebaut, so dass ich quasi gar keine Untertan hatte, keine Bündnisse, quasi null Diplomatie. Könnte natürlich sein, dass mich das runtergepuscht hat. Die Schlacht glücklicherweise hat aber keine Punkte gebracht. Ich habe es gerade geschaut. Ich hatte danach sogar ein bisschen weniger, weil ich Truppen verloren habe. Also das macht Sinn, was ihr sagt. Also ihr habt auch gesagt, Wirtschaft spielt eine Rolle, weil bei mir schreiben die Leute im Chat die ganze Zeit, also meine Wirtschaft wäre so brutal stark. Wahrscheinlich bin ich deswegen auf Platz 2. Und ich bin halt auch schon bei meinem ersten Stufe 4 Buch. Das hat wahrscheinlich auch reingekickt. Nee, wir haben schon, Maurice hat 5, ich habe schon zwei Stufe 4 Bücher. Nee, nee. Ich habe jetzt schon das letzte Buch. Das hat sich ja auch bei mir Punkte gebracht. Also ich bin jetzt schon dabei, hier das Buch des Gottkaisers durchzuforschen. Dann ist es bei mir nur die Wirtschaft. Also dann ist es bei mir einfach nur die Wirtschaft. Also ich habe ein Stufe 3 Buch. Ich auch nur. Ich habe eigentlich gerade eben angefangen. Fühlt man sich eingeengt. Es ist schade, ich wollte an der Stelle gerade nochmal ein Ende sagen, ich finde es schade, dass ich am Ende, also dass wir jetzt gerade eben zum Ende kommen, weil ich wollte Riding Bull noch so ein Abschiedsgeschenk in fünf Runden da lassen. Die Atomrake. Ja, sowas ähnliches. Die pyroklastische Eruption. Also ich hätte angefangen jetzt hier oben einfach alles in Lava zu verwandeln. Es gibt einen Meteoriten-Schlag. Ich glaube, der kommt am ehesten an die Atombombe von Zifran. Ja, den habe ich gerade erforscht, aber ich konnte den jetzt leider nicht mehr einsetzen. Ich wollte das bei Maurice auch machen. Das konnte ich schon seit zehn Runden. Erweckung des Waldes und sowas. Nee, nee, was anderes. Hier, alles zerstören und Wald pflanzen. Aber Maurice hat gut gespielt und hat die Zauberblocker da geholfen. Ja, ich habe natürlich gemerkt, dass du viel auch am Zaubern bist und mir gedacht, okay, der wird da irgendwas machen und da muss man bereit sein. Das hat mir auch in dieser Schlacht extrem geholfen. Also die Schlacht ist schon völlig zurecht geworden. Ich hatte halt nicht gewusst, dass deine Einheiten in der Nähe stehen. Ich musste halt all in gehen. Ich musste die bekommen. Hätte vielleicht noch mal Pappen. Ich möchte jetzt ganz am Ende noch was einwerfen und zwar habe ich das Kunststück vollbracht. Sollten wir jetzt rein theoretisch das letzte Runde gewesen sein und jetzt der End, der Sieg jetzt sein, der Punktesieg sein, stände ich tatsächlich quasi hinter Maurice auf dem Siegertreppchen, da wir hier, glaube ich, eingestellt haben, dass Verbündensiege möglich sind und wir jetzt in der letzten Runde noch ein Bündnis geschlossen haben. Wow. Ja, mir das quasi erschlichen habe, weil ich weiß, ich wäre ja nur ein Klotz für dich am Bein gewesen. Du bist jetzt allen besser, auch militärisch, alles. Du wärst schon, du wärst ein guter Roadblock gewesen, falls die anderen auch noch irgendwie auf die Idee kommen, von der anderen Seite das war der Plan. Das war der Plan. Auf meine wohlhabenden Ländereien zu geiern. Deswegen sei dir das. Die Rote Flut hat uns ja auch dann am Ende doch das Licht gezeigt. Ich brauche Ordnung in das Chaos. Ja, wirklich, wirklich. Sie hat uns den Fehler unserer Wege aufgezeigt, dass wir völlig, völligen Quatsch zusammen gespielt haben. Also diese Schlacht, das war wirklich, also well played auch natürlich, aber das war ja richtiges Waterloo. Das kann doch nicht sein. Aber ich habe damit auch nicht gerechnet, in keinster Weise. Niemand! Da hat keiner mit gerechnet. Das war auch mega gut gemacht. Also Ehre, wem Ehre gebührt, um das Wort jetzt hier gleich noch zweimal zu sagen, mit meinem armen Chat, der heute sehr geplagt war. Aber, ja, nee. Habe ich jetzt ehrlich gesagt, also ich habe, offenbar muss ich mein Gespür für dieses Spiel verfeinern. Weil als ich mit meinem sicheren Sieg rechnete, habe ich krachend verloren. Als ich mit meiner sicheren Niederlage rechnete, habe ich gewonnen. Ich weiß nicht, was das über mich sagt. Ich weiß nicht, also mir wäre es genauso gegangen. Also ganz im Ernst, die Schlacht, die du jetzt angesprochen hast, die war aus meiner Sicht eigentlich ein klares Ding für deine Truppen, zumindest rein von den Werten her. Und ich kann mir immer noch keinen Reim draus machen, was da schiefgelaufen ist. Das ist Chaos. Chaos ist an der Leiter. Chaos. Annuelle Schlachten halt auch mal interessant sein. Aber es war insgesamt, war es trotzdem eine spaßige Sache, muss man sagen. Ich glaube auch, weil wir uns die Regeln auferlegt haben. Ja, ja. Ja, stimmt. Das war eine coole Sache, ja. Also was auch die Regeln auch, dass alle zustimmen müssen, glaube ich, für solche Formate finde ich der Sweet Spot. Also das finde ich richtig gut. Ich glaube, wir haben aber schon gelernt, dass für dieses Spiel Multiplayer-Autoschlachten einfach nicht gehen. Nee, also die Autoschlachten nicht gehen. Du meinst, manuelle Schlachten nicht gehen. Nee, manuelle Schlachten, genau. Ja, manuelle Schlachten. Weil das hat ja ewig gedauert. Ja. Man hat auch direkt gemerkt, so spannend zum Zuschauen war es dann teilweise nicht. Und jetzt zum Beispiel die Schlacht mit Steinwallen hätten wir eigentlich auch dann, das war eine Finalschlacht, das hätte eine Stunde gedauert, wahrscheinlich. Aber das wäre spannend gewesen. Also wenn man jetzt gesagt hätte, okay, das ist jetzt wirklich die Entscheidungsschlacht ganz am Ende und nicht so ein Plänkel in der Mitte, dann ist es auch nicht spannend gelesen. Ich würde die ganz rausstreichen. Ja, okay. Würde ich auch so sagen. Bevor wir uns alle in Freundlichkeit verlieren und gleich ins Bettchen wanken, wenn ich den Klassensprecher mal machen darf oder den Alterspräsidenten, dickes Dankeschön an Mörp und an Ranger für die supergute Orga, für die tolle Idee, dafür, dass sie uns alle zusammengetrommelt haben und uns allen, den Zuschauern, Zuschauerinnen und auch uns Teilnehmern, einen wundervollen Abend beschert haben. Danke euch beiden. Ja, nicht zu danken. Ja, absolut. Schließe ich mich zu 100%. Sehr gerne. Absolut. Wir haben doch alle Spaß gehabt. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Eine Frage noch. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Ja, war mir ein Fest. Eine Frage noch. Kann man so ein Multiplayer-Ding jetzt irgendwie so beenden, dass der Held dann auch ins Pantheon geht oder sowas? Oder müssten wir dafür zu Ende stehen? Ich glaube, aufgeben, oder? Ich glaube, wir alle geben auf, außer Maurice. Hat Maurice gewonnen? Oder wie läuft das? Ja, das könnte man machen. Ja, komm, probieren wir das mal. Machen wir das auch. Das ist fantastisch, dann kann ich diesen komischen Froschmensch in mein Pantheon stellen. Wollen wir das zu machen, wir geben in Reihenfolge auf oder wir sollen einfach jetzt aufgeben? Ich habe auch schon aufgeben. Ja, dann gebe ich jetzt auch auf. Also ich bin auch letzter Platz, um das nochmal hier am Ende nochmal zu sagen. Aber zumindest in der zweiten Reihe. wieder noch die eigenen Armeen so abstürzen. Liebe Grüße an die Raider, ihr kommt in dem Augenblick, indem wir aufhören. Hallo Stahlseppi, unter alle anderen willkommen hier. Wir hören gerade auf, wir hatten ein riesen Multiplayer-Event zu 6 mit Age of Wonders 4. Es sind eben Augenblick gerade geändert. Vielleicht können wir uns noch die Grafiken gemeinsam anschauen. Schön, dass ihr da seid. Wenn ihr Lust habt auf Age of Wonders 4, kommt gerne heute um 16 Uhr nochmal vorbei. Es sei denn, Stahlseppi streamt selber, dann bitte nicht, weil dann müsst ihr natürlich doch drüben bleiben. Aber dann machen wir nochmal ein Singleplayer-Match mit Age of Wonders 4 und falls ihr das Spiel nicht so gut kennt, erkläre ich dann auch wieder gerne und viel erklären kann ich verhältnismäßig gut. Dann bekommt ihr nochmal eine Einführung ins Spiel hier rein. Schön, dass ihr da seid. Liebe Grüße nochmal Richtung Leipzig zu Stahlseppi. ... war ich zum Beispiel sehr weit oben. Zwischendurch war, wer war gelb? Sogar über mir. Ich war gelb. Mörb war gelb. Ja, weil du, weil du, da hat dann dein Vasal wohl doch gezählt. Ähm. Ne, 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 das ist die Phase gewesen, wo ich sieben Armeen hatte und meine Wirtschaft einfach mega krass reingestellt. Ne, aber ich guck grad nur den Diplomatierang an. Ach so, warte mal. Da, da bist du zwischendurch ganz oben. Wer hat denn welche Farbe? Gibt's denn Legende irgendwo? Schau dir das mal an, aber auch weiß, Writing Bull ist da auch voll nach oben geschossen. Das heißt, Writing Bull hat in dem Moment auch voll davon profitiert. Weil ihr ein Büro ist haltet. Genau. Genau, und wir sehen am Ende so Treppchen beinahe schon, wie Writing Bull die ganzen Beziehungen mit mir so nach und nach runtergestuft hat bis zum Krieg und da geht's bei uns beiden auch runter beim Diplomatierang. Ja, also Beziehung zu anderen Spielern bringt Diplomatierang. Ja. Mhm. Das ist immer interessant. Ich sehe jetzt grad noch, dass ich wirtschaftsmäßig eigentlich die meiste Zeit geführt habe. Am Ende hab ich halt voll eskaliert. Da hast du richtig überholt, genau. Expansionsrang war Steinwallen mit Abstand der Beste und das nicht mal close. Da sieht man aber auch ein bisschen die unfaire Verteilung, weil Ranger richtig weit unten ist, weil er einfach nicht so viel Platz hatte. So eine kleine Ecke. Expansion geskillt. Also ich hab halt mit plus eins irgendwie, es gibt da so ein Skill, dass du Städte billiger bauen kannst, plus eins Bevölkerung. Ich hatte Natur und sowas. Ja, das ist, also das... Ich geb zu, auf die Militärrangkurve bin ich ein bisschen stolz. Also nicht auf das, was da in der Mitte passiert, aber... Ja, aber das ist auch merkwürdig, ne? Krass. Ja, da hab ich halt all meine Armee verloren. Das war ja die... Da hat mich komplett gevibt worden und dann konnte ich mich nochmal aufbauen, weil ich so eine starke Wirtschaft hatte. Und Forschungsrang war ich sogar gar nicht so viel besser. Ich war zwischendurch, aber da war Mörb und wer war weiß? Wer weiß war ich, ne? Wer weiß ist Fighting Bull. Ihr wart auch ganz gut dabei. Also so aufgeschlüsselt ist es dann doch... Stimmt, ich hätte das Letzte aufgeben müssen, da hätte ich gewonnen. Ah. Oh, tut mir leid. Ja, tatsächlich hast du recht. Also so aufgeschlüsselt sieht es ganz interessant aus. Also man sieht halt immer nur sich selber und fragt sich, warum bin ich an der Position? Weil man kennt die Werte der anderen ja nicht. Aber so macht es auf einmal plötzlich Sinn, so vom Gesamtkontext her. Ich gucke jetzt auch gerade mal ein bisschen, am Ende kriegst du ja diese Pantheon-Punkte. Vielleicht ist das auch ein Hinweis, was Ingame-Punkte gibt. Und da ist ja zum Beispiel Bündnis geschlossen ist drin, hochfreigeschaltet ist drin, Haus-Gefolgschaftstreue verbessert, also halt... Guck mal, das sieht cool aus. Das ist die ganze Karte. Wir gehen mal von Runde 1 bis zum Ende durch. Das hier unten bin ich. Das hier vorne war Ranger. Das war Steini, Steinwallen. Das da oben war, oh Gott, das war Maurice. Und ich frage mich gerade... Achso, Mörb war im Untergrund. Das ist eine Stufe drunter. Hier ist Mörb gestartet, genau. Und der Rote hier oben, das waren die Orks. Und das war Strategie-Ecke. Also zwei unten... Zwei unten und vier oben gestartet. Und wenn man sich das so anschaut, dann war das gar nicht so schlimm mit der Verteilung. Ranger hatte Pech, aber nur ist er Pech, weil die hier oben, die Orks so schnell raufgegangen sind halt. Sieht man wahrscheinlich ein paar Runden weiter. Klicken uns hier mal so ein bisschen durch. Ja, das ist der Untergrund. Das ist der Obergrund. Weiß. Mal schauen, wann Strategie-Ecke oben dazu kam. Da. Also in Runde... Was ist das hier? Runde... Kann man nicht sehen. Runde 10. In Runde 10 ist er raufgekommen. Und... Genau. Und ab wann ist Mörb raufgekommen? Auch schon sehr bald. Okay. Das ist hier schnell Ärger gegeben zwischen uns, weil die Verteilung der Leute im Ober- und Untergrund erscheint also nicht im Verhältnis zu sein, wo sind oben Lücken, sondern Untergrund und Obergrund werden anscheinend separat verteilt. Und da lagen die halt... Jeder hatte eine Hälfte bekommen. Und wir haben jeder ein Viertel bekommen. Aber diejenigen, die dann von unten nach oben gestoßen sind, da stellt man sich dann im Weg halt rum ein bisschen. Also hier hat es dann zwischen Mörb und mir geknallt und hier oben zwischen Ork und Ranger. Zwischen den Orks und mit Strategie-Ecker und Ranger. Und Maurice und Steini hatten eigentlich die besten Standorte eigentlich, weil die nicht in den Konflikt kamen mit den Leuten, die aus dem Untergrund raufkamen. Ja, da war unsere zweite Stadt. Ranger hat hier oben und dann hat er sich sofort mit den Orks bekriegt halt. Und gleich müssen die Gelben dazu gestoßen sein hier unten. Hoppla, wo sind die denn? Gar nicht? Hier war doch ein Außenposten. Es kann sein, dass die Außenposten nicht angezeigt werden, sondern nur die Städter. Boah, hier hat Steini dann einen Außenposten gegründet und den zu einer Stadt gemacht. Dann hätten wir hier oben einen Stadtstaat dazubekommen. Ja, und die Stadt hier oben habe ich dann Mörb geben müssen im Zuge gegen die Freiheit und dann am Ende wieder dazu erobert, dann wurde sie wieder weiß. Kämpfe laulich muss ich sagen. Man sollte wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen abwarten, bis es noch ein bisschen fein geschliffen wird, wäre so meine Vermutung. Aber es hat echt viel Spaß gemacht. Das tut schon. In Juli kommt das erste DLC raus, dann gibt es hoffentlich ein paar Updates bis dahin, neuen Content. Schauen. Also, dann sage ich Ihnen mal an alle Tschüss und gute Nacht. Ein tolles verlängertes Wochenende. Es hat mir einen Mordspaß gemacht und bis zum nächsten Mal. War sehr cool. Ja, es war Hammer. Wahrscheinlich bleibt jeder von uns noch kurz beim Stream. Gute Nacht euch allen, war mir ein Fest und eine Freude. Tschüss. 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 Aus Discord raus und wieder bei euch. Das war's mit Age of Wonders 4 für einen Mammoth-Stream. Mittlerweile schon ein Viertel nach 12. Es geht um 16 Uhr weit.